Himmelsvolk, ein Buch von Blumen, Tieren und Gott von Waldemar Bonsels Die Waldwiese Bei der Waldwiese auf der alten Linde, die sich kaum noch belaubt hatte, saß Kuno, der Starr, vor Sonnenaufgang und putzte sich im Frühlicht. Seine Brust glänzte schwarz und golden. Er war ein prächtiger Vogel. Unten am Traulenbach, der unter der Linde dahin floß, lief Ona die Bachstelze im Sand am Wasser dahin, zwischen den jungen Trieben des Schilfs. »Hallo, Kuno!« »Hallo!« rief Kuno. »Hören Sie auf zu wippen, Madame. Ich bin gekommen, verstehen Sie? Es wird Frühling.« Die Bachstelze machte Halt und sah hinauf. »Ach so, ein Starr,« sagte sie, »Stare gibt's genug. Aber wenige, wie ich einer bin. Übrigens bin ich erst kürzlich angekommen. Eigentlich zu früh, verstehen Sie?« »Ich verstehe schon,« gab Ona zurück, »Sie wollen doch nicht etwa hier nisten. Hier, wo denn in der Linde, zwischen Kräneulen und Eichhörnchen oder gar in Ihrer Nähe? Sie haben eine Ahnung, Madame. Aber ich habe mir gleich gedacht, dass Sie nichts verstehen. So sitzen Sie doch wenigstens still. Mein Gott, ist das ein Tag!« »Sie sind einfach unverschämt,« sagte Ona ärgerlich. »Ach, denken Sie sich,« ruf Kuno erstaunt, »das haben verschiedene Leute schon oft behauptet. Ich kann mir gar nicht recht ausmalen. Wie solch ein Gerücht hat aufkommen können? Die Leute sind heutzutage gerade auf böse Nachrichten aus.« »Merkwürdig, aber ein Tag ist das heute nicht wahr?« »Meinetwegen,« meinte Ona und wollte weiter. »Warten Sie,« rief der Starr, »und reden Sie nicht immer. Dabei kommt ja kein Wesen zu vernünftigen Worten. Was haben Sie da eben gegen den Frühling gesagt? Es ist sonderbar, wie geschwätzig Ihr Waldvögel werdet, wenn kaum einmal etwas Frühlingssonne durch die Wolken gesehen hat. Da traf ich eben im Schleedorn ein Mistwinken, und der Kerl sagt zu mir, er sei ein Goldspatz. »Wissen Sie, ich könnte mich todlachen über solche Leute. Er meinte, seine ganze Familie soll ihren Namen ändern.« Und dann flog er auf den Misthaufen zurück. »Der Goldspatz. Verstehen Sie? Sollte er Sie etwa um Erlaubnis fragen?« »Der Schleedorn blüht schon,« sagte der Starr nachdenklich. »Haben Sie einmal mitten in diesem Rheinblütendicht gesehen? So recht mitten darin? Womöglich bei Sonnenschein? »Ich sage Ihnen, Madame, aber Sie da unten in Ihrem Morast sind ja eigentlich nur den Namen nach ein Vogel. Doch jetzt halten Sie mich nicht länger auf. Ich muss fort.« Und er machte einen kleinen Sprung und segelte schnurgerade über die Saatfelderin auf die Wohnung der Menschen zu. Ein kleiner, dürrer Ast brach ab und fiel nieder ins Moos, mitten zwischen die Anemonen, die noch nicht erwacht waren. Die Bachstelze wollte sich zuerst noch längere Zeit ärgern. Aber dann, dachte sie, es hat nicht den geringsten Wert. Erstens ist dieser Narr doch jetzt fort, und zweitens beginnt ein geradezu fabelhafter Frühlingstag. Sie atmete die kühle Luft ein, die von den Bäumen her über die Waldwiese zog. »Erdgeruch, Feilchen und Tau«, sagte sie, »und dabei eine Frische, die man nicht glauben würde, wenn man sie nicht durch den ganzen Körper bis in die Flügelspitzen spürte.« Und sie wippte wiederholt auf ihre ungemein zierliche Art und eilte bachaufwärts davon, durch die jungen Sprossen, des Schilfs und der Priemeng. Bald darauf stieg die Morgensonne am Frühlingshemmel empor, und die Anemonen wiegten sich sanft im Wind, der kühl und unsichtbar nach Windesart aus den Zweigen der großen Linde niederzusinken schien. Die Gräser wurden wach, fröstelten ein wenig unter den winzigen Tauperlen, die zu vielen Tausenden an ihnen hingen, und rasch verbreitete sich die Nachricht unter den Erwachenden, dass es ein heller Sonnentag werden sollte. Man muss wohl bedenken, dass ein Tag den Pflanzen viel mehr bedeutet als den Menschen, denn das Leben der meisten ist kürzer bemessen als das der großen lebendigen Geschöpfe. Es gibt unter ihnen sogar viele, die nur einen Tag lang blühen. Sie erwachen in der Frühe, entfalten ihr Blumenangesicht im heraufsteigenden Licht der Sonne, der Mittag des Tages ist der Mittag ihres Daseins, und die hereinbrechende Nacht ist das Ende ihres Frühlings. So erscheinen den kleinen Pflanzen, auch denen, welche länger leben, die Dauer eines Tages um vieles wichtiger und bedeutungsvoller als den Tieren oder uns Menschen. Ihre allerschönste Zeit sind die Tage, in welchen sie blühen. Man merkt gleich, wie wichtig so ein warmer Frühlingstag ist, an der Art, wie glücklich eine ältere Gönseblume sich langsam gegen das Licht aufrichtet und zurückgelehnt den roten Schein aufnahm. Sie hatte überwintert und war sehr erfahren. Es sah aus, als Tränke, ein durstiges Wesen in vollen Zügen Wasser an einer Quelle. Dann rief sie den erwachenden kleineren Blumen, die rund um sie herstanden, und alle von ihrer Art waren, den Morgengruß der Blumen zu. »Alle, die wir Blumen sind, bitten Gottes Segen, dass uns Sonne, Tau und Wind heute finden mögen. Goldene Sonne, mach uns weiter deine Strahlen offen, wie auf deine Herrlichkeit alle Wesen hoffen. Himmelswunder, kühler Wind, Tau aus deinen Schwingen, wiege unser Leben lind, lass den Tag gelingen.« Es will hier gesagt sein, dass unter vielen Menschen die Meinung verbreitet ist, dass die Pflanzen und Tiere keine Sprache hätten. Das ist freilich nun insofern wahr, als die Sprechweise dieser Geschöpfe der Unsrigen nur schwer zu vergleichen ist. Sie reden gewiss nicht auf dieselbe Art miteinander, wie Menschen es tun. Aber daraus darf niemand zu Recht den Schluss ableiten, dass alle diese Geschöpfe sich nicht auf ihrer Weise miteinander verständigen. Ihre Sinne sind wohl anders beschaffen als die Unsrigen, aber deshalb sind sie nicht weniger fein und fügsam, nicht weniger klar und eindringlich. So bedürfen die Pflanzen, um miteinander zu verkehren, des Windes oder ihres Duftes und vor allem der Insekten, die einen großen und weit verzweigten Nachrichtendienst zwischen allen Blumen versehen, die alle Ansprüche, Wünsche und Gedanken, ja sogar die feinsten und lieblichsten Empfindungen, derer die Pflanzen fähig sind, auf wundervolle Art vermitteln. Es hat in der Vergangenheit Zeiten gegeben, in welchen der Glaube der Menschen an die Sprache und die Stimme der Geschöpfe der Natur verbreiteter war, als es heute der Fall ist. Es muss daher gekommen sein, dass vor tausenden von Jahren die Menschen enger am Herzen der Natur lebten, dass sie den Pflanzen dankbarer waren für ihre Früchte, den Tieren für ihre Dienste und den Wäldern für das Obdach, das sie ihnen gewährten. So hörten sie in frommer Andacht auf die Stimme ihrer Wohltäter und lauschten auf das Rauschen der alten Linden. Sie vernahm in der Stimme des Baumes die Stimme der Vergangenheit und der Zukunft. Wir müssen uns wohl hüten, diese alte Weisheit rasch als ein Zeichen des Aberglaubens zu verwerfen. Alle, welche die Natur draußen kennen, werden gern gestehen, dass der Sonnenschein über weite Wiesen oder das Rauschen der Bäume im Wind das menschliche Herz ruhiger macht, besonnen und frei. Wer sehe aber die Vergangenheit oder die Zukunft oder auch die Sorgen der Gegenwart nicht mutiger und gerechter an, wenn sein Herz einer solchen Freiheit teilhaftig geworden ist. Auf diese Art war zu manchen Zeiten ein Band tiefen Einvernehmens zwischen der Welt, der Menschen und der übrigen Geschöpfe der Natur geschlungen, und es ist nur unser Verschulden, wenn wir verlernt haben, es zu erkennen. Wenn ich Euch nun so mancherlei aus dieser Welt erzähle, so übersetze ich alles, was ich gesehen und gehört habe, in die Sprache der Menschen, bis Ihr einmal selbst hinausgeht, um die Sprechweise der Tiere und Pflanzen zu lernen. Und wahrscheinlich werdet Ihr dann mehr und besser erfahren, als ich Euch erzählen kann, denn es ist nun einmal so in der Welt bestellt, dass man von allem Schön, das man erlebt, das Beste nicht sagen, sondern nur empfinden kann. Die meisten der wichtigen Ereignisse, die in diesem Buch erzählt werden, haben sich auf der Waldwiese im Traulenbach abgespielt, dort, wo die tausendjährige Linde an der Grenze der Felder und des Laub- und Föhrenwaldes steht. Es ist ein von den Menschen fast vergessener Ort, nur im Frühling oder im Herbst kommt ein Landmann in die Nähe dieser Waldwiese, wenn er seine Äcker besäht oder pflügt, und alle Jahre vielleicht mal ein Jäger mit seinen Hunden, aber nicht einmal das ist ganz sicher. So hatten die Tiere des Waldes, die Bäume, Pflanzen und Blumen auf der Waldwiese ein ruhiges Leben, auf ihre Art, das nicht von Menschen gestört wurde. Die meisten von ihnen kannten nur den Wind, den Sonnenschein und den Regen, außer dem dunklen Erdboden, dem sie vertrauten. Sie hörten wohl durch die Bäume oder Vögel von den Menschen. Auch kam es vor, dass an schönen Abenden die Linde aus ihrer an erlebnisreichen Vergangenheit erzählte, aber die wenigsten von ihnen hatten den Menschen überhaupt jemals gesehen. Die Ankunft des Elfen Es mochte nach der Zeitrechnung der Menschen zwischen Pfingsten und Ostern sein, als im Frühling dieses gesegneten Jahres ein nie gesehenes Ereignis die Bewohner der Waldwiese in Erregung und Entzücken versetzten. Es war an einem unbeschreiblichen hellen Sonnenmorgen. Das Land duftete vom Regen der Nacht, und die Frische war so beselig im Licht, dass die Freude aller Lebendigen wie ein einziger Jubel durch den Wald halte. Über den Primeln in der Lichtung und über den blauen Stern der Leberblumen sang eine Grasmücke. Sie war ganz in ihr Lied versunken. Ihr Kopf war voll Hingabe in das blaue Glänzende des Himmels erhoben, und es sah aus, als wäre sie ganz verzückt von Daseinslust. Ihr Lied klang unter den hellen Schleiern des jungen Buchengrüns dahin, das von der Sonne wie Gold leuchtete, und zwischen den Stämmen der Tannen ließ die Ruhe der Waldeinsamkeit die Töne in ihren dunklen Toren einziehen. Nah und fern, überall, wo es grün und hell war, zwitscherte und jubilierte es. Kein Wesen war in der Lage, traurigen Gedanken nachzuhängen. Und über dem Frühlingsglück der Ehren zog die strahlende Sonne hoch im Blauen ihre Gedankenbahn. Es war ein Tag, ach, wer vermag so viel Überschwang zu fassen. Überall blühte es. Tief unten im Tau trieb das Moos am Boden seine smaragdgrün-dichten Wäldchen, und in den Baumwipfeln öffnete sich Blüte neben Blüte in der Sonnenfreiheit. Als die Grasmücke, nachdem sie ihre Lieder beendet hatte, sich in dem Waldgrund niederließ, um nach einem Morgendrung Umschau zu halten, traf sie den Maulwurf an einer Baumwurzel im Eingang zu seinem unterirdischen Höhlenbau. So ein Tag lockt sogar sie heraus. Wie? fragte sie freundlich, trat aber doch etwas zur Seite. Man weiß nie recht bei so einem Maulwurf. Der Alte schüttelte den Kopf und blinzelte. Die Wärme, sagte er, die Wärme ist mir bisweilen ganz recht, aber dieses Übermaß an Licht kann mir gestohlen werden. Kommen Sie einmal mit herunter, meine Liebe. Treten Sie ein. Sie werden Wunder an Behaglichkeit erleben. Alles ist dämmerig, kühl und still, und dabei von einer Gleichmäßigkeit der Temperatur, dass man gedeiht wie ein Kürbis. Dabei brauche ich nicht hinter jeder Fliege oder Mücke herzujagen wie Sie. Würmer und Engerlinge dringen sozusagen von selbst in meine Gänge ein. Morgens liegen sie da und warten, dass sie gefressen werden. Das nenne ich so recht ein Leben nach den Herzen Gottes. Oh, Pui, Teufel, sagte die Grasmücke und lachte. Aber so sind sie, genau wie ein Maulwurf. Wenn ich sie nicht schon länger kannte, würde ich überhaupt nicht mit ihnen reden. An sie muss man sich erst gewöhnen, verstehen Sie? Ach, wenn sie ein Sinn hätten. Aber sie sind verbohrt. Das kommt von ihrer langweiligen Beschäftigung. Sonst würde ich ihnen erklären, wie man lebt, um glücklich zu sein. Vor allen Dingen muss ein Haus gegen den Himmel geöffnet sein. Das ist die erste Vorbedingung für ein heiteres Herz. Glauben Sie, wir Vögel würden so viel singen, wenn wir nicht Wohnungen hätten, die weit gegen den Himmel offen sind? Der Maulwurf blinzelte, und sein breiter Grabfuß, der in rosa gefärbt war, scharrte die Erde ein wenig beiseite. Bilden Sie sich etwas auf Ihre Nester ein? Fragte er ehrlich erstaunt. Wer hätte das für Möglichkeiten? Wenn Sie das meine nur einmal erblickt hätten, würden Sie vor Neid und Missmut Ihre Eier künftig ins Gras legen. Was tun Sie denn viel? Sie tragen ein paar dürre Äste zusammen, Heu, bestenfalls ein Pferdehaar, gerümpelt sozusagen, werfen alles durcheinander und hocken sich mitten hinein. Hinterher zu sagen, der Himmel schiene hinein, ist nicht schwer, denn was bleibt dem Himmel anderes übrig? Er ist jeden Tag da, regnet oder leuchtet, und es ist ihm wahrscheinlich höchst gleichgültig, ob er Ihren Hausrat an einer Stelle oder an verschiedenen Orten am Boden zerstreut bescheint. Und deshalb meinen Sie nun, Sie müssten singen. So sind also Vögel, gut, dass ich es endlich weiß. Oh, du lieber Gott, sieh Maulwurf, sagte die Grasmücke ganz betroffen von so viel Einseitigkeit der Betrachtung. Aber wer wird sich die Mühe machen, einen solchen halblinden Pupanz zu überzeugen, der überall nach Schmutz und Schlamm sucht, nur um seine Nase hineinbohren zu können? Was tun Sie denn eigentlich sonst? Sie suchen nach schwarzem Unrat, und dann immer hinein, immer hinein. Wenn Sie möglichst fest darin sitzen, so sagen Sie, Sie leben nach dem Herzen Gottes. Sie wissen nicht, was Erde ist, antwortete der Maulwurf freundlich und langsam, lächelte und strich sich über den Bauch. Sie wissen es nicht, sie windiges Federvieh. Wer sich in der Luft herumtreibt, muss notwendigerweise leichtsinnig und haltlos werden. Nicht einen einzigen Gang haben Sie, der Ihnen gehört, den Sie kennen. Hierhin, dorthin, wie es Ihnen in den Sinn kommt, und abends sitzen Sie da und wissen selbst nicht, wozu dieses ungeriegelte Geflatter eigentlich stattgefunden hat. Es zog ein Duft herüber vom Abhang. Irgendwo musste ein Waldstrauch aufgeblüht sein. Ein paar Tiere hatten sich um die Streitenden versammelt. Lie das Eichhörnchen, Josa die Ringelnatter und von der Dolde einer eben erblühten Schafgarbe schauten ein paar Käfer hinüber und amüsierten sich über den Streit, der andauerte und ebenso erregt wie heiter wurde. Aber plötzlich verstummten die lachenden und eifrigen Stimmen, eine nach der anderen, obgleich zu Anfang noch niemand recht wußte, was eigentlich geschehen war. Hinter einem großen alten Baumstumpf hervor fiel aus dem Waldschatten ein Lichtschein, der nicht von der Sonne kam, aber trotz ihres Lichtes hell schimmerte. Dieser Glanz war es, der die plötzliche Stille mit sich brachte, dieses Schweigen eines tiefen Erstauns, in das alle versammelten Tiere fielen. Sie wandten ihre Augen in großer Verwunderung eins nach dem anderen diesem Leuchten zu, und ihnen war es so seltsam zumut, dass manchen das Herz laut und hörbar in der Brust klopfte. Da erkannten sie einen kleinen, kleinen Menschen, der blass und still mitten in diesem Leuchten stand und seine Arme emporhob, als ob er ihn mit Angst und einer Bitte nahte. Er war kaum so groß wie die Feldblume am Wiesenrand. Sie erkannten, dass zwei helle Flügel seine Schultern überragten, so weiß wie Schnee und von großer Zartheit, so dass sie in dem sanften Windzug erzitterten, der über die winzigen braunen Wäldchen der Moosblumen zog. Der ganze Körper dieses wunderbaren Wesens war durchschimmert von Licht und schien viel eher zu schweben als zu schreiten, aber es war kein Zweifel, ein lebendiges Wesen kam auf sie zu, mit großen Augen wie zwei Sterne. Das Erstaunen und das Entzücken der Waldwiesenleute lässt sich nicht schildern und, oh Wunder, nicht nur die großen und kleinen Tiere, nein, auch die Sträucher und Blumen, ja die kleinsten Pflanzen erschauderten bis tief in ihre Seelen vor dieser reinen Lichtgestalt, die wie ein kleiner Engel unter sie trat. Nun wußten wohl manche der erfahreneren Geschöpfe, dass dies nur ein Blumelf sein konnte, aber ihre Verwunderung wurde darüber nicht geringer. Denn die Blumelfen leben nur des Nachts für wenige Stunden, in denen der Mond sie weckt, und wer wüsste nicht, dass sie mit der heraufsteigenden Sonne sterben müssen und im Morgentau zerfließen, damit die Blumen sie wieder in ihre Kelche aufnehmen können. Es war nie gehört worden, soweit die älteren Tiere zurückdenken konnten, dass am Tage im Sonnenlicht ein Blumelf erblickt worden wäre, und selbst die Linde, die schon viele hundert Jahre lang die Erde kannte, rauschte geheimnisvoll auf, und es erklang überall die betroffenen Seelchen hin aus ihrer Höhe, »Ein Wunder geschieht, ihr Lieben, ein Wunder!« Die Geschöpfe des Waldes standen ratlos da, ohne dass eines von ihnen gewagt hätte, ein Wort zu sagen. Andere kamen aus ihren Schlupfwinkeln hervor und starrten fassungslos hinüber, alle Furcht voreinander vergessend. Es dachte aber auch wirklich jetzt niemand daran, einem anderen ein Leid zuzufügen. Da sagte das kleine Menschenwesen zu den Tieren, »Eerschreckt euch nicht, ich bin nur ein Blumelf. Ich habe mich verflogen und kann nicht mehr in meine Heimat zurück. Erlaubt mir, dass ich bei euch bleibe.« Die Bewegung unter den Wiesenleuten war unbeschreiblich. Sie hatten alles eher erwartet als diese einfache und bescheidene Bitte und waren ratlos vor lauter Verlangen, dem Elfen ihr Entgegenkommen und ihr Wohlwollen zu zeigen. Da ließ sich aus einem Lindenast dicht am Stamm im Schatten die Stimme der alten Eule Uku vernehmen, die durch dieses Ereignis trotz der Tageshelle aus ihrer Baumhöhle getreten war. »Preist euch glücklich«, rief sie laut, »ein Elf will bei euch wohnen. Glaubt mir, dass mit ihm nur Freude bei uns einkehren wird und seid liebreich zu ihm.« Hierauf wandte sie sich an den Elfen selbst und fuhr fort, »Sei uns willkommen und wohne bei uns auf der Waldwiese, wo du willst und solange du magst. Es wird keiner unter uns sein, der dir nicht gerne gefällig ist. Wir sind sehr erfreut, dass du Wohnung bei uns nehmen willst, und es ist auch recht schön hier. Das kann man ohne Übertreibung wohl sagen.« Die alte Uku galt als sehr weise und genoß hohes Ansehen auf der Waldwiese. Aber es hätte ihre Fürsprache kaum bedurft, denn alle Tiere waren sich darüber einig, dass dem lieblichen Lichtwesen, das unter sie getreten war, ein herzlicher Empfang bereitet werden müsste. Nach Ukus Worten war die Befangenheit der Überraschten ein wenig gewichen. Sie drängten sich ja zu, jeder mit einem Vorschlag oder mit einem Angebot, und die Wiesenblumen begannen ihr feines Läuten im Windhauch. Kurz, es war niemand da, der nicht in freudiger Erregung in Ukas Meinung einstimmte. Der Elf nahm diese Freundlichkeiten mit einem Dankeslächeln auf, das alle aufs Tiefste rührte, denn sie wussten, dass ein Elf nicht zu bitten braucht, wer kannte nicht die Macht der Blumenelfen. Wohl erschien es ihnen, als habe er das Reich seiner Macht, die ungewisse Nacht, aufgegeben, aber wer konnte wissen, welches Vorhaben ihn bewogen hatte, den hellen Tag und das Bereich der Sonne aufzusuchen. Jedoch ihre Neugierde und ihre Zweifel sollten bei gestillt werden, und sie erhielten Gewissheit über die Fragen, die sie beschäftigten. Denn der Elf erzählte ihnen seine Geschichte, nachdem er ihnen von Herzen Dank gesagt hatte. »Ich muss auf der Erde verharren«, begann er mit heller, trauriger Stimme. »Ich kann nicht in das freie Reich der Elfen zurückkehren wie meine Gefährten, denn ich habe das Licht der Sonne erblickt, die kein Elf sehen darf.« »Als ich in einer klaren Nacht der Lilie entstieg, die mich geboren hat, wuchsen mir meine Flügel, die wir Elfen erhalten, sobald wir den Willen haben, unsere Blumen zu verlassen, um ein anderen Wesen Glück zu bringen. Aber wir können dann nicht in die Blume zurückkehren, sondern im Morgengrauen verwandelt das Licht uns in Tau, und die Pflanzen nehmen uns auf, aber unsere Seele kehrt ins Elfenreich zurück. Aber das werdet ihr wissen, ihr Lieben. In jeder Nacht nun, in welcher ich erwachte, kam ein kleines geflügeltes Tier zu mir. Es war eine Biene, die Maya hieß, und die ihren heimatlichen Stock verlassen hatte, um die Welt kennenzulernen. Sie hatte den Wunsch, die Menschen zu sehen, wie sie am schönsten und glücklichsten sind. Und ihr wisst, dass wir Elfen Macht haben, den liebsten Wunsch des ersten Wesens zu erfüllen, das uns in unserer Lebensnacht begegnet. So flogen wir miteinander durch die helle Nacht bis an einem Ort am Waldrand, wo in einer Laube unter blühenden Zweigen zwei Menschen weihten. Es waren ein Mädchen und ein Jüngling. Sie hatte ihren Kopf an seine Schulter gelehnt, und sein Arm hielt sie umschlungen, als ob er sie schützen wollte. Sie saßen still da und schauten mit ihren großen Augen in die Nacht. Dort nun, ihr Lieben, geschah meinem Herzen das Wunder, um dessen Willen ich heute unter euch erscheine, denn ich konnte meine Augen nicht mehr von den Angesichtern der beiden Menschen abwenden. Im Himmelsschein der stillen Nacht strahlte es von ihren Stirn und aus ihren Augen. Kein irdischer Mund vermag das selige Heil zu nennen, indem sie zu glühen schienen. Ich erzitterte heiß bis tief in die Gründe meiner Seele hinab. Ich versuchte, diesen Glanz zu fassen, die Wohltat und die Freude dieser Gemeinschaft zu verstehen, aber mein Herz vermochte es nicht. Ich fühlte, wie es sich dieser hellen Kraft des Irdischen zu öffnen trachtete, aber zugleich empfand ich in unbeschreiblicher Traurigkeit, dass dieses Erdenwunder des Glücks nicht mein Teil werden konnte. Und mehr und mehr erschien es mir, als ginge von der Seligkeit der beiden Menschen eine immer größere Helligkeit und Wärme aus, ein Glanz, der mich taumelnd machte und mich in eine schmerzhafte Verzückung brachte, in der ich fast meine Sinne schwinden fühlte und die doch wie ein barmherziges Wunder in meine Seele einzog. Was geschieht mir nur, dachte ich, was soll ich erleben? Was gibt es noch auf dieser fremden Erde, was ich nicht gewusst habe? Da traf es plötzlich meine Stirn wie ein lautloser Donner. Ich werde es euch niemals schildern können, ihr Lieben, aber mir war es, als ob eine unerhörte Lebensgewalt mich in ihren Wirbelrisse und ins Unendliche dahinschleuderte. Meine Augen waren geblendet. Ich schrie laut auf, taumelte in die Blüten, die nass vom Tau waren. Da erkannte ich ein gewaltiges rotes Feuer am Horizont, das überall tausendfältig widerstrahlte. Die ganze Natur umher brach in einem befreienden Jubel aus. Ich hörte fremde Stimmen, die mich erschreckten und doch zugleich in die Seligkeit ihres Freudenrausches vortritten. Und da wußte ich, dass die Sonne aufgegangen war, dass ich die Sonne gesehen hatte und nicht mehr in meine Elfenheimat zurück konnte. Der Elf schwieg und verbarg sein Angesicht. Es herrschte tiefe Stille umher, denn alle Geschöpfe, die ihn angehört hatten, sahen in großer Ergriffenheit und wortlaus auf seine helle Gestalt und auf seinen goldhaarigen Scheiteln nieder, der milde Erglänzte und von dem eine unbeschreibliche Wehmut ausging. Da fuhr der Elf vorzuerzählen, und seine feine Stimme zitterte vor Ergriffenheit. Ihr wisst nicht, ihr Lieben, was Augen, die niemals die Sonne gesehen haben, ihr strahlender Aufgang am Himmel bedeutet. Ihr feuriger Glanz, ihre himmlische Allmacht betäubte mich, und ich verlor die Besinnung, bis ich nach einer Weile, deren Dauer ich nicht zu sagen vermag, von einem neuen, unfassbaren Leben erwachte, das wie in warmen Goldbächen meinen ganzen Körper durchrieselte. Als ich die Augen aufzuschlagen wagte, fand ich mich unter Blumen auf dem Erdgrund liegen, und der Sonnenschein überflutete mich über und über. Lange lag ich so still und konnte die Wohltat nicht fassen, die mein trauriges Gemüt zu einem ganz neuen Glück überredete. Mein Herz schwankte in großer Angst und unnennbarem Entzücken, und mir war, als sollte es tief aus dem Grund meiner Seele hell und brennt in die Augen brechen. Als der Elf bei diesen Worten eine Pause machte, konnte ein Waldvogel, der ihm von einem Lindenzweig aus in atendloser Spannung gelauscht hatte, nicht länger an sich halten, und nun rief er laut, »Vertau der Sonne, lieber Elf! Es ist unsagbar schön in der himmlischen Sonne!« Und wie eine Antwort auf diesen Ruf erklang es tausendstimmig von allen Geschöpfen umher, »Es ist herrlich in der himmlischen Sonne!« Als ein einziges jauchzendes Rauschen ging es durch den Blätterwald, durch die Gräser und Blumen hin, und es war auch nicht ein Tier, das nicht in überzeugtem Glauben in diesem Lob der Sonne einstimmte. Aber das Lächeln, mit dem der Elf den Geschöpfen dankte, war bei allem Glück seine Erwartung doch von so großer, schmerzvoller Traurigkeit, dass die alte Uku nachdenklich ihren Kopf schüttelte. Sie war in der Tat ein weiser Vogel, und sie verstand das Elfenkind. »Hast du Heimweh nach deinem verlorenen Reich?« fragte sie herzlich. Da sah der Elf zu ihr auf und nickte. »Die Liebe hat dich an die Erde gebunden,« sagte Uku. »Sie wird dich wieder erlösen, Elfenkind!« Erstaunt sah das kleine, helle Menschenwesen zu dem großen Vogel auf. »Es ist wahr, was du sagst,« antwortete er, »aber die Liebe, die mich erlösen kann, muss weit größer sein als die, durch deren Schönheit ich meine alte Heimat verloren habe. Das ist ein uraltes Gesetz des Elfenreiches. Ach, traurig ist es, die Heimat zu verlieren. Wie soll ich jene Liebe finden? Wann wird sie mir begegnen?« Da schwieg Uku und sah, sind in die helle Weltweite. Aber alle Tiere umher war, als müssten sie etwas tun, um den Elfen seinen Aufenthalt auf der Waldwiese so angenehm wie möglich zu machen. Mit großem Eifer und in schöner Gemeinschaft machten sie sich ans Werk, ihm unter einer mächtigen Wurzel des Lindenbaums aus Moos und Federn eine kleine Wunschstätte herzurichten, sorgsam vor dem Regen geschützt und gegen die Morgensonne zu geöffnet. Und der Elf nahm zu ihrer Freude ihre Gabe an und versprach, bei ihnen zu bleiben. Die Frühlingsnacht So war nun ein Blumenelf, ein Wunderwesen der Sommernacht, durch das Begebnis, das ich erzählt habe, verbannt worden, auf der Erde der Menschen, Tiere und Pflanzen zu leben. Auf dieser Erde, auf der auch wir für kurze Zeit zu unserer Bewusstheit erwacht sind, dieser Erde der grünen Fluren, der Wasserläufe, der Berge und Täler, der Tage und Nächte. Da es sonst den Elfen bestimmt ist, nur für ein paar Nachtstunden im Mondschein aus ihrem Blumenbeet zu erwachen, so erfahren sie von der Erde selbst und von allem Irdischen nur wenig. In blauen Nachtbildern, die vom Himmelssilber glänzen, prägt sich die Welt des Wirkens und der Leiden nur flüchtig in ihre Seelen ein, und mit einem fragendem Lächeln versinken sie beim hereinbrechenden Morgen aufs Neue in ihren Weltenschlaf. Im Tau, im Frühlicht, trinken die Pflanzen ihre zarten Seelen und der Wandel der Natur nimmt ihre durchschimmernden Körperchen auf, wie Nebel sich in der Sonne verflüchtigt. Die Menschen sehen die Elfen nur selten, zuweilen begegnen sie Kindern, aber zumeist nur im Traum oder ungesehen, wie auch die Engel, die nur von denen erkannt werden, die sie lieben und an sie glauben. Die Elfen haben große Ähnlichkeiten mit den Engeln, aber sie sind wie Kinder und haben von Haus aus keine Beziehung zum Reich der Liebe und nicht die Allmacht der himmlischen Engel. Aber darüber soll in diesem Buch noch vielerlei gesagt werden. Es ist in der Tat ein großes Ereignis gewesen, dass ein Elf die Erde im Sonnenschein kennenlernte. Wunderbar hat ihr Lebensglanz auf sein Herz und Wesen eingewirkt. Es hat ihn langsam den Irdischen gleichgemacht und ihn in ihr Bereich der Freude und der Schmerzen gezogen. Mitten im Frühling waren die Sinne der Blumenelfen zu seiner irdischen Reise erwacht, zugleich mit den Seelchen unzähliger Blumen und Blüten und in Gemeinschaft mit der erneunten Daseinslust aller Tiere und Menschen. Täglich kamen nun neue Vögel und vierfüßige Tiere auf der Wiese an. Es war sehr schwer, ihre Gestalt und Eigenart rasch zu begreifen. Täglich brachen neue Blumen auf und die Farben und Düfte im Sonnenschein oder im Regen überwältigten zu immer neuem Glück. Wäre den Seelen der Elfen nicht eine tiefe Ahnung vom Wesen alles Lebenden eigentümlich, so hätte sicherlich sein Herz der Fülle der Eindrücke nicht ohne Verwirrung standgehalten. Ein heimliches Brennen in den Tiefen seiner Brust führte ihn langsam allem näher, was er kannte. Er wußte noch nicht, dass es Liebe war, die wie ein stilles Licht in den Kammern des Herzens emporglühte, aber er empfand, dass diese brennende Süßigkeit der Hoffnung und des Fernwes nach Gemeinschaft seine Führer und seine Freude wurden. Ihm war als Leite dieses hilflose Weh in der Tiefe ihm dem Licht immer näher, dieser umfassbaren Fülle, die die ganze Erdoberfläche erstrahlen ließ. Dieses Glühen, das Verlangen war es, das ihn Sehen und Lauschen lehrte, so, dass er alle Stimmen um sich her verstehen lernte, und er erkannte, noch wie in einem Traum, dass dies heiße Begehren seiner Brust nach Zugehörigkeit das eine große treibende Element des Lebendigen um ihn her war. Im träumerischen Staunen schritt er dahin, lernte den Tag und die Nacht begreifen, und er piebte vor Glück über ihre Treue. Er sah die Sternbilder, die er, wie aus ferner, tiefer Erinnerung einer anderen Jugend wiederzuerkennen glaubte. Strahlen, wandern und singen und doch immer gleich bleiben. Er begriff den hohen Himmelsweg des Wassers, dass die Sonne aufsaugte und dass die Wolken den Irdischen zurückgaben, und liebte über alles den Himmelswiderschrein im Tau. Am meisten aber beseligte ihm die gewaltige Sonne, ihre Gnadenbahn im Blauen, ihre Milde und Fülle, ihre unaussprechliche Freigebigkeit. Ihren Glanz und ihre Wärme liebte er in betörender, hingebender Demut. Sein Vertrauen zu ihr war so groß, dass schon der kleinste Lichtblick ihrer Herrlichkeit ihn wie in einen Rausch von Zuversicht versetzte. Oft konnte er stundenlang dasitzen und in den Tannenwald schauen, durch dessen hohe, gerade Stämme das Sonnenlicht auf das Moos sank und überall helle Inseln von strahlendem Goldgrün zurückließ. Die Lichtflecke rührten sich nicht, der Waldboden sah wie ein stiller Teppich mit strahlenden Ornamenten aus. Aber hoch oben in den Kronen rauschte es in einer gewaltigen Lebensmelodie im Frühlingswind. Als Zögen himmlische Herrscharen im Goldrauschen ihre Gewänder darüber hin. Dieses Rauschen der Baumkronen verwandelte sein Herz in einen einzigen schimmernden Traum. Ihm war als Erklänge darin die ewige Heiterkeit der freien Bewegung und zugleich die Schwermut der irdischen Fesseln. Aber eines Nachts, nachdem er schon manchen Tag auf der Wiese wohnte, erwachte, lockte der Mondschein ihn aus seiner grünen Höhle im Moosgrund in die Stille der strahlenden Nacht empor. Am Bach waren die Lilien aufgeblüht, sie leuchteten wie Schnee über den dahinziehenden Wasser. Es war still und kühl und schon nahe dem Morgen. Die Stimmen der Nachttiere waren verstummt. Es war Halbmond, aber sein Licht schien so klar, dass die Sterne in seiner Nähe nur blass schimmerten. Die Erde umher duftete von Nässe, denn es hatte den Tag vorher geregnet. Als der Elf sich auf einen niedrigen Zweig der Linde setzte, fielen ein paar große Tropfen ins Gras nieder. Auf ihrem kurzen Weg zur Erde blinkten sie auf. Kleine, durchscheinende Kugeln. Sie trugen Mondlicht durch die Luft und Glanz und Frische. Der Elf sah dem feinen Wasser nach und dachte an die Pflanzen, die es im Schlaf trinken würden. Wenn die Erde die hellen Tropfen aufnimmt, sann er, so kehrt das Licht zum Himmel zurück. Der Gedanke beschäftigte sein Gemüt. Er rührte die Blätter in seiner Nähe an und sah zu, wie die fallenden Tropfen, erfüllt von Licht, die Pflanzen drängten. Die Waldtiefe schimmerte schwarz wie Tör, nur die ersten Stämme waren vom Mond beschienen und zwischen ihnen zogen sich Lichtstreifen in die stille Finsternis hinein. Gibt es auf der Erde ein Fleckchen, so groß wie meine Hand, dachte er, auf dem Nichtleben schlummerte? Überall, wo Leben pocht, da glüht ein kleiner Lichtherd, eine Stätte, wo das Licht einmal in Verlangen erwartet und empfangen wird, wo es beglückt und zurückstrahlt. Nichts hat so viele Heimatrechte auf Erden wie das Licht. Die Luft wurde von einem Summen erfüllt, das kaum vernehmlich zwischen den schwarzen Stämmen begann, langsam anschwoll und nun beinahe drohend und feierlich über ihn dahin zog. Es war ein großer Wasserkäfer, der sich ein neues Gewässer suchte, um dort den Tag zu verbringen. Wie mag es ihm in der silbernen Dunkelheit in der Ruhe der Luft behagen, dachte der Elf und sah ihm nach. Es wurde wieder still. Dicht neben ihm glitzerte ein Tropfen so hell wie ein Diamant. Fast wurden seine Augen geblendet. Der Mond spiegelte darin. Wie in geschliffenem Glas. Aber es wurde darüber umher nicht heller. Hinter ihm war die Nacht so schwarz wie Kohle. Der Tropfen behielt das Licht. Es kreiste in seinen kühlen Rund. In klarer Freiheit entstand eine unbeschreiblich erstrahlende kleine Welt für sich. Vielleicht leben auch in ihr Geschöpfe, dachte der Elf. Halten die Sekunden in ihrer Zeit für ein langes Dasein und empfangen unser Himmelslicht in eigenen Lichtherden, aus denen es als Freude widerstrahlt. Der Tropfen sank und erlosch in der Finsternis am Boden. Dem Elfen kamen die Schwalben in den Sinn, die er bis in die Stunde des sinkenden Abendlichts in schwindender Himmelshöhe hatte fliegen sehen. Eine von ihnen war am Tag mit ihm bekannt geworden. Sie hatten sich auf dem Felse getroffen, wo der Vogel am Erdboden Lehm für sein Nest suchte. Und die Erzählung der Schwalbe war wie ein strahlendes Bild der fernen Welt in sein Herz gesunken. Wie mag euch Schwalben die Erde erscheinen, die ihr bewohnt, dachte er nun in der Erinnerung ihrer Worte. Wie anders werdet ihr sie kennen und empfinden als ein kleines Bodentier des ebenen Feldes oder als der Mensch. Eure Reise nach dem Süden führt euch Jahr für Jahr über das schimmernde Meer, über welchen, wie über einer unabsehbaren runden Silberfläche, die Sonne rot aufwacht, ihren hohen Strahlenweg geht, einsam über den tausendfältigen Glitzern und am Abend langsam feuerrot in ihr helles Bett sinkt. Dann fliegt ihr allein über der großen Ebene. Das Wasser sieht wie flüssiges Eisen aus, der Himmel im Westen wie durchscheinendes Glas und im Osten kalt und blau, im Wehen der herannahenden Nacht. Wie schön, die Schwalbe erzählt hatte. Seid ihr nicht viel mehr als alle? Seid ihr nicht am glücklichsten? Ihr Menschen, fuhr er in seinen Sinnen fort. Ich lebe unter Tieren und Pflanzen und kann euch nicht erscheinen, aber es zieht mich zu euch, stärker und freier, als in jener ersten Nacht, in welcher ich euch erblickte und euer Glück verstand. Ihr Sonnenmenschen, ihr Gesegneten, die ihr geschickt seid, alles, alles zu empfangen. Was macht euch so reich an Frohsinn und Betrübnis? Ich möchte den Grund der Quellen in euch kennen, aus denen die jauchsen Lichtgaben eures Lachens entspringen und das schwermütige Geheimnis der Tränen. Wie viel Sagen von eurer Herrlichkeit und euren Elend kennt die alte Welt. Wie aus tiefer Kindererinnerung steigt über solchen Gedanken in der Seele des Elfs eine Ahnung empor, als habe er schon zu einer anderen Zeit alles gewusst und alles erfahren. Die Seele ist so alt wie die Welt, dachte er. Sie wird zur Erde geboren, um wieder jung zu sein. Aber kaum glaubt er sich einer Gewissheit zu erfreuen, da zog aus blauem Tiefen heran wie Wolken und ihm befiehlt eine Traurigkeit, so dass er sich aus dem Bereich der Ahnung und Gedanken in die Welt der Erscheinung zurückflüchtete. Leben, oh, schönes Leben auf der Erde, dachte er. Ihm war zum Mut, als sei er ein Geschöpf aus fremden Regionen der Welt, das nur träumte, es lebe auf der Erde unter ihren Wesen. Es lag am geheimnisvollen Weben der Nacht, dass alles ihm unaussprechlich wunderbar vorkam und er sprach leise vor sich hin, wie Leute, die viel allein sind, es bisweilen tun und sagte, es muss an meine Herkunft liegen und weil ich ein Fremdling bin, dass ich alle Erscheinungen, die mir begegnen, so groß, so schön und sonderbar empfinde. Wer in seiner Kindheit als ein Geschöpf seiner irdischen Eltern unter seinesgleichen erwacht, der wächst in seiner Umgebung empor, ohne dass ihn dies selige Erstaunen befällt, das immer und immer wieder mein Gemüt erschüttert. Anderen werden alle Dinge langsam vertraut, sie gewöhnen sich auch an das Schönste und nehmen es wie ihr selbstverständliches Recht hin. Sie haben sicher Augen und gleichmütige Gedanken, die Erde ist ihre Heimat und sie wundern sich nur über den Tod, obgleich er das einzigste ist, was sie bestimmt wissen. Alle Geschöpfe, die ich kennengelernt habe, haben mehr Zuversicht und ein größeres Vertrauen der Zugehörigkeit als ich, aber weniger Entzücken. Es muss daran liegen, dass sie die Erde längst gewohnt sind, aber ich kann mich nicht in ihren Wundern finden, denn ich bin niemals mit unbewussten Sinnen durch ihr blühendes Tal geschritten. Als ich die Sterne zum ersten Mal sah, wusste ich, dass es die Sterne waren. Ich erkannte das erste Lachen, das ich vernahm, aber es war meinen Lippen fremd und der erste Sonnenschein überwältigte mich zu unnennbaren Glück. Auf die anderen aber haben die Sterne schon niedergeschieden, ehe ihre Augen sie erkennen konnten. Tränen sind wie Tau auf sie niedergetropft, Tränen der Freude oder des Schmerzes, und sie haben nicht gewusst, was sie bedeuten. Ihnen ist alles vertraut geworden, bevor sie es erkannten. Vielleicht sind sie viel glücklicher unter den Wohltaten ihrer Heimat, die sie blind, ohne Gedanken, hingenommen haben. Es ist gut so, die Pracht der Erde ist so groß, dass ein Mensch sterben müsste, wenn ihre Gewalt eines Tages plötzlich über ihn hereinbrieche. Während in dieser stillen Frühlingsnacht sein Herz auf solch seltsame Wanderschaft ging, überkam ihn plötzlich im Wandel von Andacht und Sorge ein geheimnisvolles Erzittern, und er musste seine Arme ausbreiten, als gelte es, eine liebreiche Fülle zu umschlingen, und er verstand nicht, wie ihm geschah. Er musste an die Menschen denken, die sich in der Sommernacht seines Erwachens umarmt hatten, an alle Blüten, an alle, an die Sonne über den Wiesen und an den Jubel der Vögel im Grünen. Und plötzlich, wie in einer seligen Offenbarung, ahnte er das Wesen der Kraft, die ihm mit allem Leben in der Natur verbannt, und er musste singen. Er wandte sich in die Weite, die im Mondlich blühte, an die große atemende Natur, die mit ihm ihre Erlösung harte und sang. Du bist mein Eigentum, weil ich dich liebe, kein Sinn ermisst die Fülle meines Glücks. Wie bitte ich die Güte des Geschicks, dass mein Gemüt dem Dein nahe bleibe. Was dir geschieht, das soll auch mir geschehen, O Hort der Liebe, so in dir zu weinen. Nun lernt mein Herz in seiner Zeit verstehen, in deiner Anmut seinen Gram zu heilen. Im Osten taucht ein schmaler Glutstrich auf, und der Elf faltet seine Hände, denn der Morgen kam. Ich werde euch alle, alle sehen und kennen und lieben, wie ihr seid, ihr irdischen mit mir, dachte er, das soll mein Glück sein. Wiesenleute, der Elf saß unter den Blumen. Eigentlich war es sein liebster Aufenthalt, denn er kannte keine schöneren Stunden, als in ihrer Gemeinschaft zu weihen. Sein Glück erschien ihm vollkommen, wenn die Seligkeit der Blühenden ihm seine Einsamkeit in ein Fest glücklichen Bescheidens verwandelte. Er saß auf einem halb trollten Farnblatt, um ihn her erhoben sich schlanke Grashalme, die unaufhörlich schaukelten und deren feinen Stimmen die sanft bewegte Luft mit leisem Rauschen füllten. Aus der Höhe mischte sich das Summe der Insekten in dieses gleichmäßige Lied, wie wir Menschen es von den Bäumen im Wind kennen. Es war ein reger Verkehr im Graswald und zwischen den vielerlei Kräutern zogen die Tiere ihre Straßen, alle beschäftigt und eifrig, aber fröhlich um den heiteren Tagesmengen. Man glaubt es kaum, was alles lebt auf einem so kleinen Fleckchen Erde, wie der Elf es von seinem Platz aus übersah. Käfer in den prächtigsten schillernden Farben, Ameisen, Waldschnecken, geflügelte Würmchen und die zahllosen Kleintiere, die auf den Pflanzen leben, von ihren Blättern oder Blütenstaub. So winzige Erdenbewohner waren tief im grünen Schattengrund beschäftigt, dass man sie für gewöhnlich nur erblickte, wenn man lange Zeit aufmerksam hinschaut. Sie unterscheiden sich in ihrer Art und Lebensgewohnheit ebenso sehr voneinander, wie es große Tiere tun, in ihrem Interessen, ihrer Gestalt und Farbe. Es war leicht zu spüren, dass die Tiere des Graswaldes viel kecker und beweglicher waren, als die Blumen die Vollschüchternheit und Geduld auf ihr Geschick hatten. Der Elf beugte sich tief über ihre Kelche, deren Licht und Farbe sich in seinem zarten Gesicht widerspiegelte. Er zog ihre Frische ein, ihren Duft, und als er vernahm, was ihre himmlischen Wünsche waren, rief er die Bienen zu ihnen. Zwei kleine Käfer stiegen miteinander in den goldstrahlenden Kelch einer Blume hinab, beinahe betäubt von dem warmen Duft und ganz in das Blütenlicht eingehüllt. Die Blume zitterte leise und atmete schwer und tief. Elf, lieber Elf, flüsterten sie, was geschieht mir, ich bin so glücklich. Der Elf nickte ihr mit glänzenden Augen zu. Der Frühling, antwortete er, der Frühling, er durchdringt dein Wesen durch und durch, halt still, Liebe. Die Düfte, die der Waldwind heranschaukelte, wechselten ohne Aufhören und dem Elf war, als trüge ihn die eine Sehnsucht unvermerkt in das Wunderreich der anderen. Eine selige Welt vertauschte sich gegen die andere, dachte er, ich schließe meine Augen und bevölkere sie aus meinem Herzen. Dieser Wechsel verzauberte sein Gemüt immer wieder aufs Neue und er träumte fort in Farben, Licht und Düften unter den Liedern der Vögel. Wenn der Wind den Geruch der wilden Rosen aus dem Gesträuch zu mir trägt und ich lausche dem Gesang des Rotkehlchens, dachte er, so ist das Herz auf ganz andere Art im Lieblichen geborgen, als wenn ich den kühlen Hauch des Flieders spüre und höre die Amsel flöten. Trag mich von Freude zu Freude, du warmer Frühling, sagte er, aber behüte mein Herz, damit es nicht vor Glück zerspringt. Das Summen der Insekten über dem Blumen klang hinter den lichtroten Vorhängen seiner geschlossenen Augenlieder wie fernes Orgelbrausen, in das aus noch größerer Ferne das Meer zu rauschen schien. Es vermischte sich mit dem Flüstern der Blätter, den kaum vernehmbaren Stimmen der Gräser und den Läuten der Blumen, das so fein erklingt, dass ein menschliches Ohr es nur nach langem, tiefem Warten erlauschen lernt. Die Güte und der Reichtum der Natur überwältigte das Elfenkind. Seid gesegnet, meine Sinne rief es, meine Augen, mein Gehör und du mein Herz, du Quelle und Fahrt meines irdischen Wohls. In den Augen wohnt der rasche Blick, der zu entflammen und froh zu ruhen vermag, der das Licht bis tief in die Kammern des Herzen führt. Ich fühle die Berührung des Lebens mit allen Gliedern, wie das Wasser den Windtauch spürt, der seine Oberfläche bewegt. Jeder Sinn hat sein seliges Amt, aber du hast es das Herrlichste, mein Herz. In dir wohnt das Heimweh. Die Fülle nahm nun von Tag zu Tag zu. Das Blühen wollte kein Ende finden. Immer wieder kamen neue Tiere auf der Waldwiese an, verweilten für kurz oder lange und blieben auch für immer. Eines Morgens fand sich ein Wildtaubenpaar ein. Man hatte sie schon von weiten Lachen und Plaudern hören. Die zwei, sie machten einen sehr glücklichen Eindruck. Die Linde, überhaupt der ganze Platz, schien ihnen ausnehmend zu gefallen. Sie flogen innen im Baum von Ast zu Ast, untersuchten die alten dürren Stümpfe der abgebrochenen Zweige und prüften jedes Baumloch im Stamm. Als sie aber merkten, dass eine Eule im Baum wohnte, wurden sie nachdenklich. Schon wegen des Bachs, wegen der Nähe des Wassers, hätte ich hier gerne gewohnt, meinte die junge Frau betrübt. Man hat es so bequem morgens mit dem Bad und dann auch an der einen Seite die Weide der Felder, an der anderen den dichten Wald. Der Ort hat viel für sich. Sieh, unten das Moos im Sonnenlicht. Ich lebe nicht mit einer Eule zusammen, antwortete ihr Mann. Aus solcher Nachbarschaft entsteht nichts Gutes. Ich habe nichts gegen die Eulen, ich verfolge sie nicht, aber sie sind mir unheimlich. Und sie flogen, mit laupen Flügelschlagen, das man noch lange in der Waldestille hörte, über die Bäume hin davon. In der Frühe sah man bisweilen den Bussard zwischen den Stämmen jagen. Er flog lautlos und geheimnisvoll, seine scharfen, farbigen Augen suchten am Boden und seinen grau-braunen Schwingen bewegten sich groß, feierlich und kraftvoll. Es war ein herrlicher Anblick, den mächtigen Vogel zu beobachten, der allein lebte, vom Raub in seiner Waldfreiheit. Eines Tages kam eine Katze. Oh Gott! Sie setzte sich mitten auf die Wiese in die Blumen, blinzelte und putzte sich sorgfältig, so artlos, als gäbe es in der Welt für sie keine Gefahr und als habe sie niemals einen bösen Gedanken gehabt. Es wurde eine Weile auffallend still auf der Waldwiese, nur der Bach kümmerte sich nicht um das Tier. Er rauschte fort. Die kleineren Geschöpfe aber bekamen zum größten Teil Herzklopfen. Wer ein sicheres Versteck hatte, beobachtet die Katze mit Spannung. Es lässt sich auch in der Tat kaum etwas Schöneres denken, das zugleich mit so viel Schrecknis verbunden ist, als eine Katze. Natürlich, wer sich gegen sie wehren kann, wer stärker oder geschwindender als und begreift nicht so rasch das Entsetzen, das sie kleineren Geschöpfen einflößt. Aber wenn man in Betracht sieht, dass manche Tiere, denen sie nachstellt, kaum größer sind als eine ihrer Pfoten, so begreift man eher, welchen Schrecken die Katze verbreiten kann. Ganz besonders über diese Katze wäre viel zu erzählen. Es ist schade, dass es hier nicht angeht. Sie war ursprünglich unter Menschen gewesen und ist auch in ihrer Gemeinschaft geboren und aufgezogen worden. Aber dann wechselte der Besitzer des Hofes, auf dem sie lebte, und da Katzen meistens eher an den Ort hängen, an welchen sie gewöhnt sind, als an Menschen, so war auch diese Katze geblieben. Aber sie traf es schlecht mit den Nachfolgern der ausgewanderten Bauernsleute und entschloss sich deshalb eines Tages hatte einen sehr schweren Winter hinter sich und war oft drauf und dran gewesen zurück zu kehren. Aber nun mit den eingekehrten Frühling schien ihr los eher beneidenswert. Uku, die alte Eule, sah von ihrer sicheren Baumhöhle aus auf die Katze nieder. Die grünlichen Augen waren wie zwei harte glänzende Metallplättchen. Alles an der Katze, auch das prächtig gestreifte Fell, war gesund und anmutig, dass es ein Entzücken war. Uku sah, wie die Pfote am Gesicht entlang glitt und wie die kleine rosa Zunge die weichen Härchen des Fels glättete. Nachdenklich sah der weise Vogel auf die Katze nieder. Wer würde vermuten, dachte er, dass dieses zärtliche Tier vom Wipfel eines Baumes oder vom Giebel eines Daches niederspringen kann, ohne Schaden zu nehmen, wer ahnt hinter diesen kindlichen Gebärden die Wildheit, die sie verbirgt, die geschmeidige Kraft und die unbeugsame zähe Eigenheit der Katze. Ist es so bestellt, dass sich mit der größten Kraft und Wildheit solch arglose Gebärde des Spiels und der Harmlosigkeit vereinen kann? Mit diesem Lächeln die furchtbarste Blutgier und mit so viel Anmut die Falschheit? Ukko konnte nicht aufhören, die Katze zu betrachten und sie dachte lange und sehr scharf über sie nach, wie es so Art der Eulen ist. Sie weiß die größten und bissigsten Hunde in Respekt zu halten, dachte sie, ja, in manchen Fällen selbst den Menschen und sieht doch aus wie ein schüchternes Kind. Wie sie den Schein der Sonne genießt, es ist wirklich sehr schwer zu sagen, was gut oder was böse ist in der Natur. Ich glaube, man kann es nur für sich selbst und sein eigenes Handeln wissen. Wie ungebrochen sind diese harten Augen, wild und rein fuhr sie vor zu sind. Sie werden eines Tages brechen, wie ein edler Stein unter einem Hammer, aber sie werden sich nicht trüben. Man muss sagen, Ukko kam geradezu in Begeisterung und da eine Katze so war diese Anerkennung des Vogels umso erstaunlicher. Aber Ukko hatte Grund über die Katzen nachzudenken. Sie hatte vor Jahren einmal zur Nachtzeit eine Katze sterben sehen, die von der Kugel eines Bauernsohns getroffen auf dem Hof ihr Leben lassen musste, auf dem damals auch Ukko viel verkehrte. Es war Mondschein gewesen. Der junge Mensch stellte den Katzen nach, weil sie seinem kleineren Katze durch die Brust, schlug durch und öffnete sie an zwei Stellen. Das Tier war auf einen Baum geflüchtet und anfänglich hätte man glauben können, sie sei nicht verwundet. Aber dann löste sich langsam, man möchte sagen Kralle für Kralle, ihr schöner gefleckter Leib vom Ast, den sie umklammert hielt. Es kam kein Laut über ihre Lippen. Erst am Fallen sah man, dass sie keine Gewalt mehr über ihren Zehen vollgeübten Körper hatte. Am Boden im schrägen Mondlicht kreiste sie im Gras und nun, wie mit ihrem letzten Atem, kam ein Geschrei aus ihrem Mund, das Ukus Herz erstarren ließ und der junge Mensch, der hier zugeeilt war, sprang betroffen zurück, als dieser Todeston sein Ohr traf. Es war ihre erste und zugleich ihre letzte Klage. Es war, als habe sie zu Lebzeiten das Klagen nicht gelernt. Dreimal hintereinander stieß sie diesen langgezogenen Schrei aus, der keine leiblichen Schmerzen zu verraten schien, sondern den wilden Wehlaut um ihr schönes starkes Leben. Die Natur umher lauschte, wie in einer jen Ahnung ihres Geschicks auf. Es ist furchtbar, die Mächtigen im Tode schreien zu hören, und doch hatten diese Töne nichts jämmerliches, es lag kein Hilferuf darin, kein Flehen um Erbarm, sondern viel eher war es das metallische Verklingen der gebrochenen Kraft. Unbeschreiblich einsam durchdrang es die Mondnacht. Voll grauen war Ugo damals auf und davon geflogen, tief bewegt von diesem Erlebnis und doch nicht einzig entsetzt, sondern zugleich wunderbar erhoben. Sie hatte wieder und wieder denken müssen, wie gewaltig ist das Leben, das sich auch in mir offenbart, wie gewaltig ist der unvermeindliche Tod. Man wird nun viel besser verstehen, weshalb sie so lange und nachdenklich auf die Katze schauen musste, die auf die Waldwiese gekommen war. Sie blieb übrigens nur kurze Zeit, und so viel ich weiß, ist sie nicht wieder gekommen. Der Tod der Eiche Ein wenig von der Waldwiese entfernt stand am Rande des Tals die Eiche. Sie war der älteste Baum im Land. In diesem Frühling ist sie gestorben. Man wusste es überall, weit im Umkreis. Ihre letzten Worte aus dem vergangenen Herbst rauschten in den Büschen und Bäumen des Landes als Erinnerung wieder, und nun im Frühling nahmen sie Abschied. Um ihre mächtige Gestalt umher sproste und blühte es. Ihre großen dunklen Glieder reckten sich gewaltig über den wirren grünen Lebensstrudel der neuen Jugend dahin, in den Himmel empor. Ihre Klage erfüllte das Land aller Herzen. Viele hundert und wieder hundert Jahre des Lebens beschlossen sich nach einem unbegreiflichen Ratschluss, der alle in heiliger Scheu erbeben ließ. Die langen Nächte hindurch in der Frühe und am verständlichen Tage wehte es aus der kahlen Höhe ihrer Krone klagend im Wind über das Land, durch den Vogelsang dahin, durch das selige Seufzen der vom Frühling begnadeten Geschöpfe und durch das strahlende Tageslicht, das seine Macht über die Lebensgeister des alten Baumes verloren hatte. Eines Tages vernahm der Elf die Klage der sterbenden Eiche im Wind und konnte sie nicht vergessen. Nun ward er gewagt, dass alle sie wussten, und seit jener Stunde zwang es ihn plötzlich im Schreiten innezuhalten, wenn er durch den Wald ging, um zu lauschen, ob durch die Lebensmelodie der lebendigen Bäume wieder dieser Klang dränge, die den ganzen Wald erfüllt hatte. Und er vernahm die Töne und erschauderte. Sie erklangen so heimlich, dass sein Gemüt in der Erkenntnis erzitterte, dass diese bescheidenen Wehlaute eine so stille Wildheit zu Bergen vermochten und dass Geduld so schmerzhaft sein könne. Da ging er der Stimme nach, um den sterbenden Baum zu finden, wie es zum Herzen griff. Er sah eine Blume, die zu blühen anfing, den Tau trinken. In der Erwartung ihrer Sonne sangen alle Vögel. Da warf er sich ins Moos und lauschte. Seit jener Stunde trieb es ihn immer wieder und wieder herzu, am Tag in der Nacht. Immer wieder zog es ihn an diesen Waldort ohne Schatten, wo die große Eiche stand. Rings der Himmel über ihn war wie mit Sterben angefüllt und die Seele des Elfen füllte sich mit dieser Schwermut des Scheidens vom Leben wie ein Becher mit Wein. Er verstand den Baum. Es ist kalt, rief er einmal des Nachts. Der große Wald ist leer. Ich sehe hin und zurück, zurück und hin, schaue, forsche und suche und bin doch allein. Ich erinnere mich, ich träume und bin doch allein. Der Mond leuchtet hell, wenn seine Strahlen die Erde erreichen, scheint mir die Welt ohne Elend, ohne Schmerz, alles und alle erschien mir sanft. Er bringt helle Tücher, als wolle er mich vor dem schützen, was kommen soll, als wolle er mich erwärmen und ich fühle wieder wie durstige Pflanzen, die sich öffnen und zu blühen anfangen. Enttäusche ich euch jetzt, weil ich den Vögeln Ruhe und den Tieren Früchte. Ich habe die Blicke entzückt und nun liebt ihr mich weniger, weil ich es nicht mehr vermag? Müsst ihr nicht stets an jene Zeit denken, wo ihr mich anders sahnt? Ihr denkt nicht mehr daran. Meine Klage erniedrigt mich. Nun fühle ich zum ersten Mal, dass mein irdisches Gefühl mich von der Welt trennt. Einst erzählte ich, ich teilte das Neue, das Leben den Blumen, den Bäumen mit. Dort oben liebkoste mich der Wind, als wollte er zu mir sagen, du hast nicht Unrecht. Da wusste ich, dass mein irdisches Gefühl mich mit der Welt verbannt. Ich rief, nehmt mich nur auf, lasst mich euer Teil sein, ein Glied eurer reichen Familie. Ich fühlte die Welt Ernst strömte über. Oh, wie ich der Erde verschuldet bin, wie kein Wesen vor mir. Der Blumenelf lag im Moosgrund und lauschte der Klage. Er begriff die Wirklichkeit des Todes und er bebte, aber er vermochte seine Sinne nicht vom Sterben des Baumes abzuwenden. Da hörte er wieder die alte Stimme über sich im Wind. Es forscht ohne Aufhör in mir und will doch Wurzeln werden vom Wasser berieselt, das alle Pflanzen zu neuen Sprossen ernährt. Ich fürchte mich vor dem Tage, die Sonne, die mein Blut beeinflusst hat, empor zu drängen, blendet mich nun. Wie lockt mich die Weite, die ich lange ohne Begehren im Bild erblickt habe? Wo sind die Tiere? Ich höre nur die Vögel und doch ist alles weite so nah, so nicht nur sich selber trug und ahnte, sondern die ganze Welt. Da wusste ich die Wahrheit über mich. Nun umgibt es mich rings wie eine Wand, so kalt wie Eis, so durchsichtig wie Glas, so nah, dass es mir ist, als spiegelte ich mich wieder. Sie macht die Seele zum Verbrennen durstig und ich fühle Angst. Lebt wohl. Da drückte der Elf erzitternd sein Herz fest, fest an die Erde, die Auferstehung und Vermoderung in sich barg und einen herben Geruch von Harz ausströmte. Ihm war, als durchdränge dieser Geruch sein vergänglichen Leib. Er schloss seine Augen und schwieg, denn es redete mit vielen Stimmen zu ihm, die wie eine Stimme waren. Von den Engeln Eines Morgens in der Dämmerung, als von der Sonne noch wenig zu spüren war, kam Hassan der Igel durch den Tau. Er sah sich auf der Waldwiese um, etwas mürrisch, wie es nun mal seine Art war, aber im Grunde recht gut gelaunt, obgleich er sich sehr verspätet hatte. Er hielt nach dem Ort Ausschau, an dem er schlafen könnte, denn er wäre um alles gerne in einem Schlupfwinkel gewesen, bevor die Sonne empor stieg. Die die Vögel und Blumen und alle Kleintiere der Waldwiese noch schliefen, entdeckte niemand den Igel. Es wäre zweifellos ein großer Jammer unter ihnen ausgebrochen, denn Hassan war nicht beliebt, weil er von den kleinen Tieren so viel fraß, als er irgend finden konnte. Wo immer es draußen im Walde in der Gemeinschaft einer Tiergesellschaft sein mag, überall fürchtet man den Igel, nirgends sieht man ihn gern. Es kommt sicher hierbei noch hinzu, dass er für gewöhnlich in der Abenddämmerung aufbricht. Das hat schon an sich etwas Unheimliches. Auch ist es schwer von einem rundlichen dunklen Erdhaufen zu unterscheiden, wenn er ganz still im Gras sitzt und auf Mäuse wartet. Was aber am peinlichsten ist, ist die Tatsache, dass er viel rascher laufen Verwirrung von ihm greifen lassen. Hassan kam etwas träge heran, ging das Bachufer nieder, trank ein wenig und sah nach dem Himmel. Es würde ein warmer Tag werden. Unter der großen Linde gefiel es ihm. Er dachte sich, zwischen diesen dicken Wurzeln finde ich irgendeine Höhle, die mir den gewünschenden Stupfwinkel für den sonnigen Tag bietet. Vielleicht, dass ich Mahlzeit rechnen kann. Nun muss man wissen, dass Hassan in Zwistigkeiten mit seiner Familie geraten war, um zu verstehen, dass er kein eigenes Heim hatte. Sein Vater hatte ihm eines Abends ohne viel Umstände erklärt, er solle sich ein eigenes Jagdgebiet suchen, denn die Umgebung ihrer gemeinsamen Behausung ernähre nicht mehr Vater, Mutter und die kleineren Geschwister, am allermeisten deshalb, weil es fast unglaublich sei, wieviel er Hassan an einem Tage verschlinge. Das liege an den Jahren, aber nun sollte er gehen. So rasch findet nun aber ein Igel kein neues Heim. Auch dachte Hassan daran, sich zu verheiraten und so war er genötigt, sich in der Fremde umzusehen. Und wie es oft ist, wenn man keinen anregenden Umgang mit seines gleichen hat, so kommt man leicht ans hatte. Als er nun langsam durch Blumen und Gräser auf die Linde zuschritt, dachte er, hier sieht es nach guter Beute aus. Er gehnte und kroch unter die Wurzeln. Da sah er im Moos einen hellen Schimmer und erschrak, denn es war schwer zu begreifen, wie hier in der Schattendämmerung des Moosgrundes ein Lichtschein kommen sollte. Glühkäferchen kam im Morgengrauen nicht vor, so konnte es nur noch ein Stückchen faulendes Holz sein, das oft einen weißigen Glanz ausstrahlte, wie er im Sumpf erfahren hatte. Er bog um die letzte Wurzel, die wie ein dicker Schlangenleib aus den Farnkräutern kroch und spähte vorsichtig in den Grund der kleinen Höhle, aus welcher das Licht kam. Da sah er einen unendlich kleinen Menschen mit hellgoldnem Kleid, erglänzend und feiner gewoben als Spinnenweben im Sonnenschein der Waldtiefe und so leicht wie kühler Wind, der kaum das Zittergras bewegt. Es war durchaus nicht zu erkennen, woher das Licht kam, bis Hassan zu seiner unbeschreiblichen Verwunderung gewahr wurde, dass die Stirn, das Angesicht und die Hände des kleinen Menschenwesens aus eigenen Lichtgründen leuchteten. Was aber sein Gemüt am meisten bewegte, war der Ausdruck von Traurigkeit in den schlafenden Angesicht des fremden Wunderkindes. Hassan wusste, er wusste selbst nicht, wie es kam, an die ungetrübten Glückstunden seiner Kindheit im Moorland denken, unter den Birken und im Ginster. Lieber Gott, dachte er, was geschieht mir nur, dass ich etwas so Liebliches finden soll? Und dann kam ihn in den Sinn, ich muss irgendetwas für dieses Geschöpf tun. Vielleicht findet sich eine Beere oder ein ganz zarter Regenwurm, wenn es nur irgendetwas ist, wodurch ich es erfreuen kann, oder was es etwa beim Erwachen essen möchte. Über das Essen hinaus gibt es höchstens noch das Schlafen und das tut dieses helle Himmelskind ohnehin. Wenn mir nur etwas Rechtes einfiele. Als er noch darüber nachdachte und dabei die Stirn runzelte, wie es seine Art war, und den dunklen Kopf mit der spitzen Schnauze und den wirklich sehr schönen und klugen Augen hin und her bewegte, erwachte der Elf und sah den großen Hassan dicht vor sich stehen, so, dass die kleine Höhle geradezu verdunkelt worden wäre, wenn das Elfenkleid nicht geglänzt hätte. Wo kommst du denn her? fragte der Elf und lächelte. Da, so, von hinten her, irgendwo her, stotterte Hassan in großer Verlegenheit. Nehmen sie es nicht übel, wenn sie wollen, gehe ich sofort wieder. Nein, bleib nur, sagte der Elf und erhob sich, soviel ich weiß, bist du ein Igel und wie mir scheint, sogar ein ganz prächtiger. Nein, nein, sagte Hassan rasch, nur so aber wenn sie wollen, gehe ich gleich. Hast du Eile? Siehst du nicht, wie schön es er ist und wie strahlend der Tag werden will? Komm, wir gehen miteinander an den Bach. Übrigens kannst du ruhig du zu mir sagen, ich bin ein Blumen Elf. So, so, ein Blumen Elf, sagte Hassan, das ist aber sehr angenehm für sie. Wollen sie wirklich mit mir zusammen gehen? Eben ein Igel. Hassan hatte eigentlich etwas anderes sagen wollen, aber er war zu verwirrt durch den Anblick dieses hellen Wesens mit seinen Flügeln, die seinen Haupt überragten und schimmerten wie Schnee. Sie gingen nebeneinander ans Wasser und der Elf flog auf einen niedrigen Zweig des Berberitzenstrauß, der ihn sanft schaukelte. Sehen Sie, sagte Hassan, Sie sind doch ein Engel. Oh nein, antwortete der Elf, wenn du glaubst, ich sei ein Engel, so hast du niemals einen gesehen. Die Engel sind groß und leuchten wie die Sonne am Mittag. Niemand kann in ihr Angesicht schauen, der nicht das Seine vom Irdischen abgewandt hat. Nun, ich dachte, sie wären vielleicht einer von einer kleineren Sorte, meinte Hassan schüchtern und bewegte seine schwarze der Elf lachen. Das sieht ungemein lustig aus, wenn du mit der Nase wackelst, sagte er, das kann nicht jeder. Mit der Nase erfahre ich, was ich nicht sehen kann, sagte Hassan, sehr stolz darüber, dass der Elf so viel Anteil an seiner Eigenart nahm. Flügel hätte ich wohl auch gern, seufzte er noch einer Weile, aber wo sollte man sie anbringen? Er schaute bewundert und glücklich zum Elfen empor, der mit den Fingern an die Tauperlen stieß und zusah, wie sie funkelnd ins Gras niederbrachen. Große Tropfen, nicht wahr? sagte er nachdenklich. Endlich, meinte er und sah auf, ich bin nun schon lange Zeit auf der Erde und habe vielerlei erfahren, auch unter Menschen bin ich gewesen und habe ihre Worte gehört und ihre Hoffnung ihren Kummer. Es ist seltsam, wie sie und auch du und die meisten Wesen über die Engel denken. Sie glauben kaum noch daran, dass es welche gibt und sehen sie selten, vielleicht im Traum oder im Todesschmerz, auch wohl in ihrer höchsten Beseeligtheit, aber es ist, als ob sie vergessen hätten, dass die Engel immer unter ihnen einher gehen. Wie oft hat ein himmlischer Engel ein Geschöpf angesehen und es ist es nicht gewahr geworden? Woran mag es liegen? Ich weiß nicht, sagte Hassan, der mit großer Spannung zuhörte. Vielleicht liegt es an den Verhältnissen. Du kannst es ja auch nicht wissen, meinte der Elf. Ich glaube, um die Engel sehen zu können, muss man ein Mensch sein und ein großes und gutes Herz haben. Oder vielleicht eine Blume. Manche Blumen kennen die Engel. Kannst du etwa auch mit Blumen reden, wie du mit mir reden kannst, fragte Hassan erstaunt. Der Elf nickte. Wo ich Liebe finde, da kann ich mich verständigen, sagte er. Wäre mehr Liebe in der Welt, so würden sich alle verstehen. Ach so, meinte Hassan, ja, das ist gut möglich. Der Elf sann nach und nach einer Weile sagte er langsam mit einem traurigen Ausdruck. Warum haben die Menschen die Engel vergessen? Sie kommen in vielerlei Gestalt zu ihnen und offenbaren ihre Gegenwart allen, deren Augen für die Gabe der Liebe offen geblieben sind und deren Herzen sich Andacht bewahrt haben und den freien Leichtakt der Unschuld. Bald geht ein Engel dahin in der Gestalt eines Kinderlächelns oder im Lied eines Vogels. Auch kommt er als ein jeher Sonnenblick in einen dunklen öden Raum oder als Erinnerung an genossenes Glück. In solchen die Augen für das Rechte und Schöne zu öffnen und ihnen den Weg ihres Heils zu zeigen. Kinder nehmen sie oft geradezu bei der Hand, so dass man es deutlich sehen könnte, wenn die Augen nur ein wenig dafür noch tauglich wären. Die Menschen nennen es einen glücklichen Zufall, wenn solch ein geliebtes kleines Wesen wie durch ein Wunder bewahrt bleibt, aber es sind kommen sie in stundenschwerer Entscheidung, tiefer Erniedrigung oder hoher Beseeligung. Sie können so deutlich reden, dass das Herz erschrickt, so liebreich trösten, wie nur himmlische Sendboten es vermögen. Oft eröffnen sie Bedrückten durch einen Wink ihrer Hand einen Blick in eine schöne Zukunft oder sie weisen ein Herz auf sein angestammtes Recht zurück und erhellen seine Irrtümer, so dass ihm der Gang der Welt um vieles gerechter erscheint als noch eben zuvor, denn wer an Gerechtigkeit zu glauben vermag, wird nicht durch Missgeschick in dauernde Finsternis gestoßen. Die Erinnerung und die Hoffnung sind ihre schimmernden Boten, im Gleichtag zwischen ihren Mächten pocht jedes irdische Herz, wessen Hoffnung aber zu erlöschen droht, dem gestalten sie wie in einer stillen Abkehr der Seele die Erinnerung umso strahlender. Immer stiften sie Helligkeit, Zufriedenheit und endlich führen sie die Seelen in das Reich. Ach, arm ist eine Zeit, die den Glauben an die Engel verloren hat. Ich glaube jetzt schon wieder daran, sagte Hassan rasch. Was du sagst, ist schön und weshalb sollte das Schöne nicht eher wahr sein als das Arge. Der Elf sah Hassan liebevoll an. Ich wünsche dir, dass dir alles gut ausgeht, was du heute beginnst, sagte er herzlich. Ich fliege nun zu den Menschen, leb wohl. Du fliegst in der Tat zu den Menschen, Elf? Da sehe ich mich doch lieber vor. Es zieht mich zu ihnen, antwortete der Elf und breitete seine Flügel aus. Ich kann kommen. Damit flog er davon. Hassan sah ihm nach, bis er wie ein winziger Lichtschein zwischen den Baumstämmen verschwand. Er ist doch ein Engel, ein kleinerer, dachte er und versuchte zu begreifen, was ihm geschehen war und was er gehört hatte. Hassans Kampf mit Ala Am folgenden Tag sang dicht über dem fließenden Wasser des Baches das Rotkehlchen in einem Linden Zweig. Es saß in einem wundervollen Blätterraum, so lichtgeborgen, wie Leute es kaum ahnen, die nicht schon einmal in einem Baum gesessen haben. Alle Blätter, aus welchen das Rotkehlchen niederschauen konnte, waren vom schönsten saftigen Grün, hatten kleine goldene Sonnenteller und zeichneten sich prächtig gegen das blaue Wasser ab. Viel die Sonne durchleuchtete sie, so dass sie wie von hellem grün Glas erschien, mit einem seidigen Glanz aus gold. Man kann sich auch für den Widerhall des Gesangs nichts besseres denken, als so ein offenes Blätterhaus, das Licht, Blumenduft und den warmen Odem des Frühlingswindes einlässt, gedeckt ist und doch offen, an allen hellen zugängig und doch versteckt und gerade das, worüber so viele Sänger klagen, war für das Rotkehlchen so prächtig erfüllt, dass sich verstehen lässt, dass es fast den ganzen Morgen hindurch sang. Lieblich und klar, wie fallendes Wasser auf bunten Stein halte es durch den strahlenden Wald. Es schien, als leuchtete die Sonne heller als zuvor. Feierlich standen die großen Bäume auf ihren dunklen Erdengrund und die Blumen neigten sich in ihrem Glück so würdevoll, in ihrer Schönheit so reich, dass die Welt vollkommen erschien und unermüdlich sang der kleine Vogel. Die Weite des Bachs liegt blau in grün, mein Herz möchte weiter, ach, weiter, aber es weiß mein Herz nicht wohin, immer bleibt alles fern, blau und grün, wo ich verweil, ist es heiter, aber ich möchte der Traurigkeit tief meines Herzens folgen, schön ist das nah, aber herrlich das weit, sagt mir, ihr Wolken. Hassan der Igel saß unten im Fahngraut und hörte zu, er konnte sich nicht entscheiden, einen Ort zu verlassen, an dem ein Blumenelf fallte, dies war erstens etwas ungemein Seltenes, dann kam aber auch noch hinzu, dass es hier ohnehin sehr schön war, wenn man schließlich durch seinen Appetit störte und dadurch unliebsames Aufsehen erregte, dass man zu viele der Wiesenbewohner herunterschlang, so konnte man seine Nahrung auch anderswo suchen, der Wald war groß und Hassan gut zu Fuß. Ich könnte wahrhaftig diesem Elfen zu lieb Pflanzenkost genießen, dachte er, und den Versuch machen, mich vom Gras zu ernähren, aber ich weiß im Voraus, dass ich es nicht aushalte. Nun, es wird sich schon finden, ich jage anderswo und lebe hier. Über ihn in den Zweigen raschete es, und als Hassan durch die grünen Fächer des Fahnenkraudes sah, erblickte er ein Eichhörnchen, das sich von Ast zu Ast bis auf den Boden dicht bei seinem Versteck niederschwang. Hassan entschloss sich hier um Rat zu fragen, obgleich er im Allgemeinen nicht viel für diese Tiere übrig hatte, sie waren ihm zu beweglich. Er trat hervor und das Eichhörnchen machte einen Satz, so lang, wie der Bach breit war. Himmel und Wolkenbruch, Sie dicker Popanz, wie können Sie mich so erschrecken, rief das Eichhörnchen atemlos, kommen Sie her und fühlen Sie wie mein Herz klopft, oder bleiben Sie lieber, wo Sie sind, Sie Stachelschwein. Aber ich muss doch bitten, sagt Hassan gekränkt, ich bin weder das eine noch das andere. Was das Erste ist, weiß ich überhaupt nicht, aber ein Stachelschwein bin ich erst recht nicht. Ich bin Hassan, der Igel. Das ist mir vollkommen gleichgültig, lautet die ärgerliche Antwort, sonst war das Eichhörnchen in der Regel viel leicht den Sinn für liebenswürdiges Entgegenkommen. Hassan entschuldigte sich, aber nun meinte das Eichhörn erst recht ihm sein Unrecht geschehen. Es saß da im Gras, dass es ein Entzücken war. Hassan fühlte sich wirklich neben diesem zierlichen Tier wie ein schwerfälliger Eindringling. Er hätte es am liebsten in die Arme geschlossen, so lieblich war der Anblick. Das feine Köpf hier mit den spitzen Ohren, die dunklen klugen Augen und der breite buschige Schwanz, der den eleganten Körper in einen Bogen überragte und von einer leuchtenden rot-braun Farbe war, wie das Buchen Laub im Herbst. Nehmen Sie es nicht übel, sagte er noch einmal, ich habe Sie nicht erschrecken wollen, aber wie Sie meinen. Das Eichhörnchen merkte, dass es dem Igel gefiel und wurde deshalb etwas freundlicher. Nun dass ein Igel ein dummes oder ungeschicktes Tier sei. Ganz im Gegenteil ist er ein ungewöhnlich kluges Tier und in keiner Weise so tölpelhaft, wie er auf den ersten Blick erscheinen kann. Natürlich, wenn man ein Eichhörnchen ist, versteht man unter Geschicklichkeit etwas anderes als ein Igel. Ich habe mich heute Morgen ohnehin verschlafen, sagte das Eichhörnchen und musterte den Fremden. Was wollen Sie hier anzusiedeln? Das Eichhörn schaute interessiert auf. So, darauf will man hinaus. Nun, ich heiße Li und habe darüber zu entscheiden. Hassan schaute aus seinen Stachen hervor und dachte nach. Er sagte sich plötzlich, dass er eigentlich niemanden zu fragen brauchte, wo er bleiben wollte, denn wenn Li das mächtigste Tier der Wiese war, so gab es niemand, der ihn wegschaffen konnte, wenn er nicht geneigt Nun, ich denke, sie erlauben es, meinte er, rollte sich plötzlich zusammen, so, dass er wie eine große dunkelbraune Kugel aussah, und seine Stacheln sträubten sich und klirrten leise. Oh, pfui Teufel, rief das Eichhörnchen und machte einen kleinen Satz, nun, sie, einer, dies, Stachelschwein. Hassan schielte nur über die Spitze seiner schwarzen Nase aus seinen gewölbten Stachelberg hervor. Es sah ungemein originell aus, weil niemand, der noch keinen Igel erblickt hatte, dort unten eine Nase vermutet hätte. Aber so war ihm nicht beizukommen. Lilly ärgerte sich. Können sie etwa senkrecht an einem Baumstamm in die Höhe laufen? fragte es. Nein, sagte Hassan betroffen und wurde wieder etwas länglicher. Lilly lachte. Das habe ich mir gleich gedacht. Sie! Dann versuchen sie gefälligst einmal jemanden zu stechen, der ihn mit der Hand über den Rücken fährt. Gab Hassan verdrießlich zurück, denn er merkte nun, dass das Eichhörnchen ihn verspotten wollte. Warum denn? fragte Lee. Weshalb soll ich denn jemanden ohne einen Grund stechen? Wer tut denn das? Stachelschweine tun das. Ich bitte mir jetzt endlich Respekt aus, rief Hassan. Was sollte mich denn dazu veranlassen, sie zu respektieren? Sie können nicht klettern, stechen jeden, der sie anfasst, und haben nicht einmal einen Schwanz. Sehen Sie den meinen an. Lee drehte sich ein wenig im Gras und sah sich nach Hassan um, der nicht ohne Erstaun und Neid auf den prächtigen buschigen Schwanz des Eichhörnchens schaute. Er war in der Tat eine Pracht. Jeder hat eben Besseres. Mit diesem Tier war nicht auszukommen. Hassan sah es ein. Wenn das die Folge seiner Ansiedlung sein sollte, dass er sich täglich über dieses eingebildete Geschöpf zu ärgern hatte, so stand für ihn fest, dass er nicht blieb. Es fiel ihm auch gar nichts mehr ein, was er zu seinem Vorteil hätte sagen können. Als er nachdachte, erklang hinter ihm ein kaum hörbares rascheln und gleich darauf ein scharfes zischen. Das Eichhörnchen flog herum, als ob es sich zu einem wilden Tanz anschickte, versuchte einen Satz zu machen, um davon zu kommen, blieb aber zitternd und völlig willenlos an seinem Platz hocken und ein schmerzliches und unbeschreibliches angstvolles Wimmern brach aus seinem Mund. »Ala, die Kreuzotter«, stammelte das einen sonderbaren schaukelnden Verzweiflungstanz mit dem Oberkörper, kam aber nicht vom Fleck, und jedes Tröpfchen Blut war aus seinem frechen Gesichtchen gewichen. Es war in der Tat Alla, die Kreuzotter, die sich im Gras aufrichtete. Sie hatte sich etwa um die Hälfte ihrer Länge empor gehoben. Ihre hellen Augen funkelten wie zwei Diamanten und ihre langsam beinahe trägen Bewegungen in der Sonne hatten etwas ungemein Grauen Erregendes. Das Furchtbarste aber war dieses scharfe, eindringliche Zischen, das über die gespaltene feine Zunge her aus dem bösen Rachen des platten Köpfchens kam und das das Blut aller Geschöpfe erstarren machte, wie die Stimme des Todes. Wer weiß auch nicht, dass Alas bis tötet noch eher ein Hilfsmittel beschaffen werden kann, ja, ehe man recht darüber zur Besingung kommt, was geschehen ist. Lie das Eichhörnchen war in der Tat zu bedauern. Es war herzzerreißend anzuschauen, wie es versuchte, davon zu kommen, wie aber die Bewegung der Giftschlange und ihr Zischen es am Platz bannte und ihm alle Vernunft und jeden Willen raubten. Es ist eine alte Wahrheit, dass die Bewegung der Schlange alle kleineren Tiere zu verzaubern scheinen. Oh, hab erbarm, wimmerte es. Es dachte an die hohen, schaukelnden Zweige seines Baumes. Wie wollte es seine freie Kunst im Klettern und Springen gebrauchen, wenn es nur davon könnte? Aber die Kreuzotter kennt kein Erbarm. Es sah aus, als ob das merkwürdige, süße Maul des bösen Tieres heimlich lächelte und die schöne Zickzacklinien auf seinen Rücken in ihrer schaurigen Todespracht glitzerte im Sonnenlicht und verdunkelte sich wieder im Schatten der kleinen Kräuter und im Moos. Nichts war beängstigender, als dass man nicht in der Lage war, diesen schleichenden, zischenden Bewegungen im Gras mit den Blicken zu folgen. Töte mich doch, ach, töte mich gleich, flehte das Eichhörnchen. Da fiel in seiner heißen Angst Lies Blick auf Hassan den Igel und ein unbeschreibliches Erstaunen durchfuhr das Eichhörnchen in seiner Todesnot. Es wußte wirklich nicht, ob es seinen Augen trauen sollte, aber es war kein Zweifel. Hassan saß ganz still und vergnügt im Gras und lächelte zu Ala hinüber. Aber das war ja unmöglich, kannte er denn die Kreuzotter nicht? Lee hatte sich vor Schreck und Entsetzen noch nicht gefasst, als plötzlich Hassan ein Stück vorlief, gerade vor die Schlange hin und so rasch, wie es in seinem Leben nicht gedacht hätte, daß ein Igel laufen könnte. Hassan schrie es, sie sind verloren. Der Igel war gerade auf die Schlange zugelaufen und stand nun unmittelbar vor ihr. Zu Lies unbeschreiblichen Erstaunen ringelte sich die Schlange jelings zusammen, so, daß ihr Kopf nur noch oben aus dem bunten Ornament hervorragte, das ihr gewundener Körper am Boden bildete. Sie öffnete den Rachen weit, ihre Zunge schoß wie ein kleiner Blitzstrahl aus und ein und ihre Augen funkelten in unerhörtem Zorn. Dabei zischte sie so laut und wild, daß man es weit über die Waldwiese hin vernahm und alle schauderten. Es wäre sicher selbst ein Löwe davon gesprungen, aber Hassan, der kleine Igel, hielt diesen giftigen Drohung so gelassen stand, als Zirpe nur eine Grille im Gras. Sein Lächeln war verschwunden, seine dunklen Augen blicken ernst und kühlt rein, seine Haltung hatte etwas ungemein Bewusstes, dazu war sie kampfbereit und fast geschmeidig, ganz verändert sah Hassan aus, der eben noch nachlässig und scheinbar schwerfällig im Gras gehockt hatte. Hab ich sie endlich, Ala, sagte er langsam und mit sonderbar tiefer Stimme, hier haben sie mich nicht vermutet, nicht wahr, aber nun hilft ihnen ihre List nichts mehr, die mich so oft getäuscht hat, sie müssen nun den Kampf aufnehmen, denn die erste Wendung zur Flucht, die sie machen, würde ihr sicherer Tod sein. Das helle, wilde Zischen wiederholte sich. Ala dachte nicht an Flucht, sie machte plötzlich eine weiche, angstvolle Bewegung, als habe sie allen Mut verloren, gegen Hassan zu kämpfen. Doch der Igel ließ sich nicht täuschen, erkannte Alas Art, und richtig, kaum, dass sie den Anschein erweckt hatte, als sei ihr nicht um Streit zu tun, fuhr sie auch schon mit einer blitzschnellen Bewegung hoch durch die Luft zu und ihr weit geöffneter Rachen mit dem furchtbaren Gift ziehen, schnellte jählings zwischen Hassans Augen auf die ungeschützte Stirn. Aber so rasch die Bewegung der Schlange gewesen war, Hassans blitzschnelle Neigung des Kopfes war schneller, und das Maul der Schlange fuhr mitten in die gesträubten Nackenstacheln ihres Gegners. Bei dem furchtbaren Anprall durchbohrten die Stacheln des Igels Lippen und Kiefer der Schlange. Mit einem hellen zwischen der Wut und des Schmerzes fuhr sie zurück, rüstete sich aber sogleich zu einem neuen Angriff, obschon ihr große dunkle Blutstropfen am Mund niederrann. Hassan saß unbeweglich da. Er wußte, dass der Schlange keine Wahl blieb, als den Kampf auf Tod und Leben fortzusetzen, und er wußte auch, wie dieser Kampf ausgehen würde. Hätte Ala sich zur Flucht gewandt, so hätte er sie leicht ereilt und ihr Knick mit den Zehen erwischt, denn ein Igel kann rascher laufen als eine Schlange. Die Kreuzotter wußte dies alles nur zu gut. Kochend vor Grimm spähte sie nach einer verletzbaren Stelle am Körper des Gegners. Lee hatte die erste Niederlage der Schlange benutzt, um mit einem gewaltigen Satz den Stamm der Linde zu erreichen, und nun saß sie auf einem niedrigen Ast, trocknete sich den Angstschweiß von der Stirn und suchte zu begreifen, was sich unter ihm zutrug. War denn das möglich, dass Hassan, der plumpe Gesell, den Kampf mit der Allmächtigen Ala aufnahm, die den ganzen Wald mit Schrecken füllte? Bei all seiner Beschämung klopfte das Herz des Eichhorns vor Begeisterung. Ich werde es gut machen, dass ich ihn verspottet habe, flüsterte es mit bleichen Lippen. Es zitterte immer noch am ganzen Körper. Da sah es wie Hassan vorsichtig das spitze Köpfchen ein wenig vorschob, um seiner Gegnerin Gelegenheit zu einem neuen Angriff zu geben. Und richtig machte die Schlange den gleichen Versuch wie das erste Mal und wieder fuhr ihr geöffneter Rachen mitten in die Stacheln des Igels. Diesmal war ihre Bewegung um vieles matter, als sie sich zurückzog. Ihr Blut ran in Strömen und nun erschien es, als ob Schmerz und Grimm sie in ein Taumel von Mordgier und Kampfeswut trieben. Unter Zischen und Fauchen fuhr ihr verwundeter Kopf wieder und wieder zu, wie ein kleiner, wilder Hammer, blindlings und sinnlos. Hassan traf kein einziger Biss, seine Stacheln färbten sich rot, seine Bewegung und Wendung waren sicher, geschickt und rasch. Da plötzlich fahrf Ala die Kreuzotter den bösen schönen Kopf, der ganz von Blut überströmt war, in einer müden ergebenen Senkung zurück, auf den geringelten Leib. Sie rollte sich zu einem bunten gezackten Knoll zusammen, als wollte sie sich in die Erde einwühlen, und man sah, dass sie vor Schmerz und Todesangst nicht Tat. Hassan fuhr zu, mit einem jenen Ruck, als habe er von unsichtbarer Hand einen Stoß bekommen, und durchbiss das Knick seiner Gegnerin dicht hinter dem Kopf. Da hörten die Windungen des zackigen Knolls langsam auf. Ala war tot. Es ging wie ein bebendes Aufatmen durch den Wald. Das boshafte Zischen der Schlange hatte das ganze Volk der Wiese und alle Tiere weit umher aufgescheucht, und was nicht entflohen war, hatte mit Zittern und Bang den heißen Kampf zugeschaut. Nun verbreitete sich die Kunde rasch im Revier. Aus den Wipfeln der Linde erhob sich mit Rauschen und schweren Flügelschlag ein Rabe und rief laut über die grüne Wildnis hin, die sich unter seinen Flügeln wie ein wogendes Blättermeer ausbreite, »Ala, die Kreuzotter ist überwunden, Hassan hat sie getötet!« »Was schreit er denn so?« dachte der Igel und trabte gemäglich zum Bach hinab. »Weiß er denn nicht, dass das sein muss?« Er tauchte das spitze schwarze Maul ins Wasser und trank in gierigen Zügen. Hinter ihm auf dem Kampfplatz richteten die Blumen und Gräser sich langsam wieder auf und lieh das Eichhörnchen oben gleich es unbeschreiblich erleichtert war. Da steckte Josa, die Ringelnatter, ihren mondfleckigen Schlangenkopf aus den braunen dürren Schilfmassen, auf denen die Sonne brannte und sagte zu Hassan, »Haben Sie Dank, das war eine große Tat!« Hassan wandte sich nach ihr um. »Machen Sie, dass Sie weiterkommen«, sagte er, sonst ergeht es Ihnen ebenso. Josas Kopf war so still und rasch wieder fort, als wäre er nie dagewesen. Er ist eben ein Igel, dachte sie, ein grober Igel, aber er soll sich vorsehen, wenn erst ich einmal den Kampf aufnehme. Hassan aber sah sich weder nach ihr noch nach den anderen Tieren der Waldwiese um. Ein anständiger Kerl, der nicht mehr als seine Pflicht getan hatte, will nichts von Dank hören, am wenigsten, wenn die Leute dies ist so Art der Igel, da ist nichts zu ändern. Ich bin ein rechter Tor, dachte er, daß ich vergessen habe, wer ich bin und was ich kann, nur weil ein Eichhörnchen senkrecht an einem Baum hinauf laufen kann und ich nicht. Ich werde nicht mehr um Unterkunft bei Fremden bitten. Ich bin ein Igel, nicht mehr und nicht weniger. Das will ich sein. Das dunkle Moos zwischen knorrigen Wurzeln wuchs, rankte die Winde sich empor. Ihre jungen Ranken tasten sich an der braunen Borge hoch und waren von zartestem hellgrün und so empfindlich wie die Glieder eines neugeborenen Kindes, das seine Hände liebebedürftig gegen das Angesicht der Mutter emporhebt. Ihre durchscheinenden Blätter sahen gegen den braunen Föhrenstamm licht und leicht aus, als wäre ein helles Ornament von der Hand eines Malers auf dunklen Grund gezeichnet worden, aber ihre Sinne waren wach und wohl bestellt, so dass sie ihren Weg zum Licht empor vertrauensvoll und glücklich suchte. Ein großes Farnblatt und ein Trieb der wilden Rose, die dicht neben ihr empor gewachsen waren, hatten ihr hilfreich zur Seite gestanden, als ihre ersten Ranken noch blind von der Erinnerung an die dunkle Erde sich Halt suchten. Tastend, bewegt vom Frühlingswind und von der Sonne geführt, war sie langsam höher geklommen, den Waldgefährten dankbar und die erwachende Seele voll Hoffnung. Nun war ihre Stunde gekommen und am Abend vor ihrem Erblühen flüsterte sie im Wind der Dimmerung den Pflanzen zu. Morgen werde ich meine Augen öffnen, morgen zieht der Himmel in meine Seele ein. Ihre hellblauen Knospen, die kaum noch vom Grünkelch geborgen waren, zitterten im Lufthau und empfand die kühle Nacht, die auf dem Wald ihrer Heimat niedersank, aber das Licht und die Wärme des vergangenen Tages flutete durch ihren Traum und noch als sie schon schlief unter dem Tau war ihr als wachte ihr Herz. Sie träumte von unsichtbarem Wind, von den Stimmen der Bäume und dem Summen der Insekten, dessen ferne Lebensmelodie sie mit unbeschreiblichen Ahnung von künftiger Seligkeit durchschaudert hatte. Sie vernahm in der tiefen Erinnerung ihres Schlafes wieder die frohen Rufe um sich her, die sie auf ihrer Lebenswanderschaft von dem schon Erwachten im Licht vernommen hatte. Wie wird mir sein, wenn ich erblühe, dachte sie, wenn meine Blume den Himmel empfängt. Den Himmel, flüsterte sie im Traum. Was hatten ihre Sinne nicht von dem Beglückten um sich her vernommen und erlauscht? Wie ein einziger goldener Jubel empfing sie die Ahnung dessen, dass ihr am Morgen geschehen sollte. Dies sind die Vögel in den Zweigen, hatte die wilde Rose ihr gesagt. Ihr Lied fällt aus den Strahlen der Morgensonne so kühl wie Tau, liebreich wie der Wind und holt selig wie der Sinn der Freude. Sie werden am strahlenden Tag deines Erwachens singen, ihre Lieder, die Farben der Welt, die lebendige Glut der himmlischen Sonne und die Seligkeit aller Atmenden werden wie ein einziger Rausch unfassbaren Entzückens auf dich einsinken, wenn du erblühst. Du selbst wirst schön sein unter den Schönen, du wirst beseeligen wie du dich segnen, wie du ihnen dankst. Keine Sorgen sollen deinen Wohlstand stören, alles, dessen du bedarfst, wird zur Stunde zu dir kommen, deine Freude soll vollkommen sein, wenn dein Kelch sich am Abend nach vollbrachten Tag neigt, wirst du im gnädigen Dunkel mit dem schlafenden ruhen, müde vor Glück und ein neuer Tag wird dir kommen. Die Knospe erwachte schon früh vor und er zitterte im Morgengrau, fürchtete sich vor der Allmacht dessen, was ihr geschehen sollte. Es war unfasslich still in der kaum vom Licht berührten Welt. Nichts regte sich, alle Vögel schliefen noch und der Tau war noch nicht gefallen. Sie empfand, dass der Himmel langsam, langsam heller wurde. Die Zweige des Baums über ihr zeichneten sich dunkel gegen die Totenstiele Höhe ab. Und man erkannte noch keine Farbe, nicht grün, nicht braun, alles war wie in silbergrauen Schleier gehüllt. Heute, heute werde ich aufbrechen, dachte die kleine Knospe. Goldener Tag kommen bald. Da erscholl über ihr ein zaghaftes, klares Trillern und verstummte. Aus der Waldferne antwortete ein silberner Schlag. Sie erzitterte unter einem Tropfen, der sich auf ihrem geneigten Blumenkelch bildete, der noch geschlossen war, und nun nahm sich ein kaum spürbarer Wind sich ihrer an, lindernd, tröstend und von erlösender Lebensliebe. Ich will tun, was ich muss, flüsterte sie erbebend. Lass mich geduldig für mein Glück sein, du unbekannte Liebe, die mein Geschick leitet. Aber sie erzitterte fort und fort. Ihre Ruhe versank in einen heimlichen Glühen und Pochen, das aus dem Pulsschlag der gährenden Erde, aus Eintrieben ihres zarten Leibes und aus dem Wesen des waltenden Windes drangen. Es wurde nun bald heller und immer heller. Die frohe Regsamkeit der Morgenerwartung bewegte die erwachende Welt und in das Rauen der Blätter klangen die Stimmen der Tiere, die den heraufziehenden Tag begrüßten. Bis um die Windenknospe her plötzlich der gewaltige Jubel der Natur ausbrach. Die Sonne! Die Sonne! Ich werde heute meine Seele öffnen und die Sonne sehen, flüsterte die Winde, und geheimnisvoll regte sich in den farbigen Blättern ihrer Blüte das Wesen der Sonnenstrahlen. Es war eine Liebkosung, ein Locken, ein lautloses Rufen, und ihr wart zum Gute, wie wohl einem Schlafenden sein mag, auf dessen Angesicht erwartungsvoll die Augen eines geliebten Menschen ruhen, der in heißer Sehnsucht auf den Augenblick seines Erwachen zart, um ihn mit seiner ganzen Liebe zu überschütten. Da entfaltete sich die blaue zarte Blüte ganz langsam im Sonnenschein, wie in einer taumelnden Ohnmacht der entzückenden Sinne, und der schimmernde Kelch öffnete sich mehr und mehr, ein bebender Blumenbecher von unbeschreiblicher Reinheit, der sich auftat, um das fließende Himmelsgold der Sonne zu trinken. Ist das die Sonne? schluchzte die Blume haltlos vor Glück. Ich kann nicht hineinschauen, aber ich muss. Oh Schwestern im Licht bei mir, ergeht es allen irdischen so wie uns? Aus ihrem schimmernden Farbenlicht, aus ihrem Duft und ihrem Neigen im Winde brach ihre Stimme, Geborenen der dunklen Erden im Sonnenschein lieben müssen. Über ihr sang ein Waldvogel sein Morgenlied, im Glitzerndes Taus auf den Blättern. Die erwachte Blume verstand sein Ruf und sein Locken. Sprich mit mir, sprich dein Herz, sprich deine Freude. Der frische des funkelnden Morgens folgte der warme farbige Tag mit seinem Treiben um sie her, aber die Blume sah nur die Sonne an, bis bald auch in ihrer Nähe die geheimnisvollen Stimmen der Käfer und Bienen laut wurden. Die Sonnenwärme nahm immer mehr zu. Ein Schwing wie von himmlischen Erdbrausen hüllte sie mehr und mehr ein. Sie tat ihren Kelch weiter auf und immer weiter. Ihr war, als verginge sie in diesen glühenden Glänzen und ihre Hingabe war so inbrünstig, als verblutete sie vor Verlangen. Nun zog mit lautlosen Schaukeln fröhlich von seinem reinen Flügelkleid getragen ein Schmetterling an ihr vorüber, mitten zwischen ihrem aufgetanen Kelch und der goldenen Sonne hindurch. Da rief die Blume, ihr Farbenglanz trug ihre Stimme und ihr Duffe begleitete ihn. Tu mir Liebe an und komm! Der Schmetterling ließ sich mitten in dem blauen rund ihrer Blüte nieder. Oh Wunder, dass er sie verstand! Tausend Bächlein von Sonnenwärme und zitternder Himmelsluft rieselten mit seiner Berührung an ihr nieder. Sie neigte sich tief unter der hellen lebendigen Last und hob sie wieder mit sich empor. Bleib noch, bat sie, du himmlischer Sendbote, du Freund meines Lebens. Aber der Falter musste weiter und nun vernahm die Blume um sich her von denen, die die ganze Wiese in Farben und Düften erklang. Je mehr Insekten nun zu ihr kamen, umso besser verstand sie ihre Schwestern umher und in der Ferne. Sie begriff, dass sie ihr Lebensgrüße sandten und gab sie freien Sinnes zurück, immer die strahlende Blüte gegen die Sonne geöffnet, als sei keine Schuld und kein Fehl möglich, wenn sie sich ganz dem Licht anvertraute. So ging ihr erster Tag im Blühen dahin. Sie durchlebt ihn wie alle Glücklichen, ohne Bedenken und Rückhalt, ohne den Gedanken an sein Ende, in ihrer schönen Pracht. Als die Sonne, mit der ihr Angesicht gewandert war, hinter den Baumkronen im grünen Niedersang, begann sie sich langsam zu schließen, aber solange noch ein strahlen Abglanz des Lichtes auf der Erde wieder schimmerte, wachte sie und ließ ihn zu sich ein. Als aber der Abendwind von den Saaten zu ihr kam, fand er sie stumm und verschlossen im Dunkeln, als habe ihre Seele sich nie geöffnet. Aber sie konnte auch im Schlaf die Sonne nicht vergessen, die ihr ganzes Wesen durch und durch erhellt hatte. Keine Finsternis kann mich mehr vom Licht trennen, träumte sie. Ich habe es mit meinem ganzen Wesen eingesogen. Ich habe das Glück der anderen und ihre Seligkeit erfahren. An mir nichts wird meine Seele mehr von ewig schönen Leben scheiden. Die Lerche Eine Lerche verflog sich auf die Waldwiese. Es war noch sehr früh, aber Ona die Bachstelze war schon auf und sah die Lerche fallen. Wie hier bleiben? Ich meine, wollen sie immer hier bleiben? Wollen sie sich hier auf unserer Wiese niederlassen? Oder wie ist es? Guten Morgen, sagte die Lerche. Ona erwiderte den Gruß und nickte auf ihre wirklich entzückende Art, wie nur Bachstelzen es können. Ihre Bewegungen waren viel anmutiger als ihre Worte. Dann meinte sie um nichts freundlicher. Es ist hier wenig Aussicht zu gedeihlicher Ansiedlung. Man findet wohl, was man braucht, aber nicht viel mehr. Im trockenen Schilf wohnt Josa, die Ringelnatter. Von der Eule in der Linde schweige ich. Sonne kommt auch nicht eben viel her. Also nun sagen sie, was sie wollen. Ich will wieder fort, sagt die Lerche. Entschuldigen sie, dass ich sie gestört habe, aber ich war sehr hoch am Himmel und das Licht der Sonne hat meine Augen geblendet. Ich war so entzückt vom Glanz und der Kühle, dass ich nicht mehr recht wusste, wo ich mich niederließ. Es war wie ein heller seliger Taumel, wissen sie? Taumel? wiederholte die Wachstelze und wippte. Und was reden sie da nur sonst noch? Die Sonne ist ja gar nicht aufgegangen. Doch, sagte die Lerche, hoch oben scheint sie schon. Aber Liebe, wozu diese Übertreibung? Wir sind hier unten einfache und ehrliche Leute und haben nicht viel für Fremde übrig, die aufschneiden. Schauen sie doch hinauf in den Wipfeln unserer Linde. Sie werden sich rasch davon überzeugt haben, dass die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Schön sind sie übrigens auch nicht gerade. Nein, sagt darin sind sie ehrlich. Aber das mit der Sonne hat mir nicht gefallen. Ich habe einmal ein Falkenpaar belauscht, das in der Linde Rast hielt, und da hörte ich, dass die Falken höher fliegen, als die Kugel des Jägers reicht. Ja, dass sie sich so hoch emporschwingen können, dass sie, die doch große Vögel sind, wie kleine Punkte am Himmel erscheinen. Die Lerche nickte. Oh ja, sagte sie nachdenklich, die Falken fliegen sehr hoch. Ja, nun, und, wollen sie etwa sagen, dass sie höher fliegen können, als die Falken? Die Lerche schwieg, aber die Bachstelze gab sich nicht zufrieden, denn man musste nach ihrer Meinung sehen, dass man überall recht behielt, wo es sich irgendwie einrichten ließ. Wie ist es denn mit dem Singen, meine Gute, sagte sie, haben sie es jemals zu einer rechten Melodie gebracht? Die Lerche schüttelte den Kopf. Ich muss immer jubeln, sagte sie. Jubeln? Nun ja, haben sie mal unser Rotkielchen singen hören? Doch, antwortete die Lerche, es hat mich mal sehr glücklich gemacht. Nicht wahr? Sehen sie, so was finden sie bei uns auf der Waldwiese und nun wollen sie sich also hier ansiedeln? Nein, ich fliege in die Saat zurück, aber vielleicht erlauben sie, dass ich etwas Tau nehme. Gut, sagte Ona, nehmen sie also. Und sie schaute zu, wie die Lerche trank, und es bereitete ihr Freude, sich so gut und gastfreundlich gegen einen fremden Vogel zu benehmen, der weder ehrlich zu sein schien, noch schön war, noch etwas Rechtes im Singen zuwege brachte. Als die Lerche sich anschickte, davon zu fliegen, kam durch die Blumen der Elf. Sein lichter Schein begleitete ihn. Wo er dahinschritt, blinkte der Tau der Gräser in der Morgenkühle auf, und die erwachenden Blumen grüßten ihn mit feinem Läuten und frischem Duft. Ach, rief die Lerche entzückt und voll höchstens Erstaun, haben sie hier einen Blumen Elfen. Das will ich meinen, sagte die Bachstelze und trat etwas zurück, damit die Fremde den Elfen besser sehen konnte. Aber da gewahrte auch der Elf die Lerche im Gras, und plötzlich breitete er seine Arme aus, und mit erhobenen Flügeln eilte er auf sie zu. Oh du, oh du, rief er und sein Gesicht leuchtete vor Glück. Ist es denn wahr, eine Lerche ist zu uns gekommen. Oh sei gesegnet, du himmlische, im Blauen, du liebliche Verkünderin der Morgenfreude, oh du, die Sorgen und alle Traurigkeit der Nacht aus der strahlenden Höhe her verscheucht, wie glücklich bin ich, dass ich dich sehe. Und er legte seine schimmernden Arme um den Hals des Vogels und bag sein goldhaariges Haupt an der Brust der Lerche. Dabei brach er in ein so leidenschaftliches Schluchzen der Freude aus, als sei ihm das größte Glück widerfahren, das nur immer einem Elfen auf der Erde begegnen kann. Ja, Herrgott, sagte die Bachstelte leise und kraulte sich betroffen im Nacken, das muss mir passieren, also gerade mir. Aber sie sollte noch ganz andere Dinge erfahren. Ich liebe dich, du schöner Vogel, sagte der Elf zur Lerche, und sein Lächeln, das durch die Tränen brach, war voll heißen Danks. Du bist es gewesen, die mich getröstet hat, als ich im Morgenrot den Weg in meiner Heimat nicht fand. Durch dein Lied ist der Glauben in mein Herz zurückgekehrt, dass sich ihn einst wiederfinden würde. Ich sah den Menschen, der sein Tagwerk auf dem Acker begangen, wie er seine Augen gläubig zu dir emporhob. Dein Jubel segnete seine Arbeit und begleitete sein Gebet in die Region der Herrlichkeit Gottes empor. So fällt von deiner Freude klingt die Morgenluft, die das Gemüt von den Schatten der Nacht erlöst. Ich segne dich, du Verkündigerin des Lichts, ich danke dir aus Herzensgrund. Aber bitte, sagte die Lerche beschämt vom Glück des Elfen, sie sind wirklich sehr freundlich zu mir, ich tue ja nur, was ich muss, ich kann nicht anders. Ich weiß es, antwortete der Elf, aber mein Herz muss lieben, was alles berufen ist, die Schönheit der Welt in ihrem Sinn zu offenbaren. Ich lobe den Schöpfer, wenn ich dich lobe, du kleiner Vogel. Jetzt war unab die Bachstelze doch gerührt. Sie trat ein wenig vor und meinte, man hätte das gar nicht gedacht, dass die Lerche so viel bedeutet, wenigstens ich nicht. Wie sie da so jubelt morgens. Der Elf lächelte auf so holzselige Art, wie nur er lächeln konnte, und Ona sagte darauf innerlich, mein Irrtum kann so schlimm gewesen sein, sonst würde der Elf nicht lächeln. Da sagte er zu ihr, eine Lerche kann sich im Gras nicht bewähren, so wenig wie ein Falke im Käfig oder wie eine Blume im Schatten. Wenn du die Wesen der Schöpfung wie auch den Menschen erkennen willst, so musst du sie in ihrer Freiheit aufsuchen. Die Lerche fliegt höher als alle anderen Vögel, nur die Adler schwingen sich so weit empor wie sie, und nur im Fliegen vermag sie zu singen. So ist sie uns von Gott zur frohen Botschaft der Hoffnung gesetzt, die früher als die Sonne die Seligkeit am neuen Tag verkündet. Alle Achtung, meinte Ona, ich brächte das nicht fertig, aber ich habe es nicht schlimm gemeint vorhin. Wer glaubt aber auch ohne weiteres, dass ein so kleiner Vogel höher fliegen kann als die Falken? Sie soll sich denn also ruhig hier ansiedeln, die Lerche. Das tut sie nicht, sie wohnt im Korn, meinte der Elf, und die Lerche nickte und breitete ihre Flügel aus. Aber sie konnte sich noch nicht vom Elfen trennen, immer musste sie ihn ansehen, als würde alles in der Welt reich und gut durch seine Nähe. Wenn du einst heimfliegst, will ich singen, sagte sie endlich, und sie nahm voneinander Abschied. Auch Ona wippte höflich und winkte der Lerche nach, die mit einem hellen Triller der aufgegangenen Sonne Asap, den Frosch zu besuchen, der schwer mit dem Leben zu kämpfen hatte, blieb Ona zurück, um nachzudenken. So rasch wird man innerlich nicht mit einem Ereignis fertig, das das Herz bewegt hat. Man beschäftigt sich am besten noch eine Weile damit, dann wird das Gemüt ruhiger. Aber als die Bachstelze gefrühstückt und ihr Bad im Bach genommen hatte, verkaß sie darüber nachzudenken. Auch trug sie kein Verlangen mehr nach anderen Dingen, als im Glanz der warmen Sonne am Wasser zu sitzen und überall umher zu zu schauen, wie schön das Leben war. Asap und Jen Da nun von Asap dem Frosch die Rede gewesen ist, den der Elf besuchte, will ich seine und die Geschichte seines Bruders erzählen. Es ist immer gut, man weiß etwas Näheres über die Leute, mit denen man in Berührung kommt. Asap war durchaus nicht etwa auf der Waldwiese geboren, sondern viel weiter abwärts im Bach, dicht vor seiner Einmündung in den Eulensee, der ganz zwischen uralten Weiden lag und seinen Namen von den Eulen bekommen hatte, die rings umher in den hohlen Weidenstämmen hausten. So hatte er und sein Bruder Jen schon in den frühesten Tagen zur Nacht den Eulen Ruf gehört und da sie nach Meinung der Frösche nun einmal Unheil damit verbindet, so hatte er nie so recht an eine aussichtsreiche Zukunft geglaubt. Sie waren damals noch sehr jung, hatten gerade ihre Beinchen bekommen, besaßen aber noch ihre Schwimmschwänze, mit denen die jungen Frösche sich anfänglich im Wasser fortbewegen. Das war ein Zustand, der ihnen mussten oder ob sie schon zu den Fröschen gehörten. Immerhin, der Morgen war strahlend schön und sie hockten vergnügt am Rand des Huflattichplatzes im sanft fließenden Wasser und betrachteten den Morgenhimmel, der langsam blau wurde. Jen summte leise sein Frühlingsgesang vor sich hin. Leider dachte er sich nicht viel dabei, was er eigentlich hätte tun müssen. Gott, der du im Himmel bist, über allem Leben, sorge, dass hier Wasser ist und auch Land daneben. Segne unsere Schenkelschwung, sende große Fliegen, nämlich ohne einen Sprung kann man sie nicht kriegen. Asap nickte behaglich vor sich hin und dachte an die Zeit, in der der Fliegenfang für sie beginnen sollte. Oh, es musste eine große Zeit sein. Da schrieb plötzlich sein Bruder Jen entsetzt auf und starrte halb ungewandt mit einem Ausdruck von großer Bestürzung ins Wasser. Mein Schwanz, rief er, er ist ab und schwimmt fort. Asap sah ins Wasser. In der Tat, es ließ sich nicht in Abrede stellen. Dort trieb der Schwanz seines Bruders in den Strudeln, drehte sich um sich selbst und entfernte sich langsam immer weiter. Das geht auf keinen Fall, rief Jen außer sich. Ich muss ihn wieder haben, er gehört mir. Und er machte Miene, sich ins Wasser zu stürzen, um seinem Besitztum nachzuschwimmen. Aber Asap, der überhaupt der Besondere von den beiden war, hielt ihn zurück und sagte rasch, denk an die Hechte im Eulensee. Wenn der Bach dich in den See treibt, kannst du sehen, wie du das Ufer ungefressen wieder erreichst. Was willst du denn Augenblick bewusst, dass dort draußen im Bach seine Kindheit schwamm, die nie mehr zurückkehren sollte. Aber er fühlte sich doch recht getröstet, als sein Bruder mit einem bewunderten Blick sagte, du siehst aus wie ein richtiger Frosch. Der kleine Jan sah durch seine Tränen in die Flut nieder und versuchte sich im Wasserspiegel an der Stelle zu erkennen, wo sein Schwanz nicht mehr war. In der Tat, er sah ungemein erwachsen aus, abgerundet und fertig. Herrlich, sagte er ganz still vor Entzücken, hättest du das geglaubt, Asap? Nun ja, meinte der Bruder deutlich, ein wenig vom Neid geplagt, etwas ähnliches muss wohl eines Tages geschehen. Der alte Bur sagte etwas der Art, als er einmal von den Mondkonzerten zurückkam. Alle Kaulquappen verlieren ihren Schwanz eines Tages, um Frösche zu werden. Er sah vor sich nieder und dachte nach. Ach, es ist schade, dass ich nicht hier von dem alten Bur erzählen kann, es würde zu weit führen, aber er ist einer der erfahrensten Frösche des ganzen Bachs. Ja, man kann sogar ruhig auch des Sees sagen. Leider ist er in seinen Gewohnheiten etwas herunter gekommen, aber ungemein witzig und gescheit. und er gehört zu den ganz seltenen Fröschen, die einmal in der Gewalt des Storches gewesen und wieder entronnen sind. Es kam, weil der Storch lachen musste, man weiß nicht worüber, jedenfalls glaubt Bur noch heute, dass jener es nicht gewagt hätte, einen Mann von seiner Erfahrung als Nahrungsmittel zu verwenden. Von ihm stammt auch das Volkslied, das noch viel im Traulenbach und wie mir das Herz zergeht unter großen Weh, wenn der Mond am Himmel steht und zugleich im See. Meine Seele ahnt es, dann tief bewegt und still, daß der Frosch nicht fliegen kann, auch nicht, wenn er will. Auch Asab und Jen kannten dieses Lied bereits, wenn sie auch bisher noch keine Erlaubnis gehabt hatten, es öffentlich mitsingen zu dürfen. Aber in diesem Augenblick dachten sie an alles andere. Er, besonders Asab, wurde immer nachdenklicher, je mehr er sich mit seinem Bruder verglich, der nun ein fertiger Frosch geworden war. Und so plötzlich, niemand hatte vorher irgendetwas Bestimmtes vermutet. »Fass an, Jen Bruder, rief er plötzlich, wir reißen ihn aus. Was denn? fragte Jen etwas erschrocken. Mein Schwanz, Bruder, es ist unmöglich, dass er noch besonders fest sitzt, wenn der Deine sich ohne besondere Mühe ja geradezu von selbst entfernt hat. Bedenke, wir sind am selben Tag geboren. Jen sah es ein. Wir wollen es versuchen, sagte er etwas unsicher. Eigentlich wünschte er sich heimlich, es möchte nicht gelingen, denn er wäre gar zu gern eine Weile allein schon ein fertiger Frosch gewesen und hätte seinem Bruder davon erzählt, wie es ist, schon erwachsen zu sein. Sie mussten einen Augenblick warten, denn es kam eine große Latte am Bach herunter geschwommen, auf der zwei kleine Waldschnecken saßen, grau und klebrig, wie solche Tiere von Haus aus nun einmal sind, eine blaue Fliege und ein Ohrwurm. Der Ohrwurm war sehr aufgeregt, er lief hin und her und rief irgendetwas, indem er seine Arme schwenkte. Die Frösche verstanden nicht alles, es scholl etwas herüber zu ihnen von verlassener Heimat, Wanderfahrt und großem Strom. Endlich hörten sie noch mein selbst gewolltes Erdenschicksal. So fuhr er auf den großen Holzfluster hin in der Sonne und das Uferschilf warf rasche Schatten, als ob man an einem Gitter vorüber führe. Asap schüttelte den und sah den Fremden nach. Was will er denn, meinte er, er scheint ganz von Gott verlassen. Vielleicht reibt das Holz eines Tages ans Ufer, er steigt aus und gründet eine neue Heimat, meinte Jen nachdenklich. So was soll vorkommen. Asap nickte. Jetzt zieh, was du kannst, sagte er gefasst. Und Jen tat es mit brüderlicher Hingabe, bis der Schwanz glücklich riss und jeder von ihnen nach einer anderen Seite ins Wasser stürzte. Asap tauchte als erster und nun auch als fertiger Frosch aus dem Fluten empor und die Brüder umarmten einander und beschlossen, ihr Leben lang in Treue zusammenzuhalten. Es ist gewöhnlich so, dass man in einer glücklichen Stunde des Erfolgs gern gute Vorsätze für die Zukunft fasst und das ist auch durchaus so am Platz. Leider wurde den beiden jungen Fröschen keine Gelegenheit zur Ausführung ihrer gemeinsamen Lebensfahrt gegeben, denn der kleine Jen geriet unvermutet in die Gefangenschaft eines Knaben. Er tat alles, was ein vernünftiger Frosch zu tun pflegt, wenn sich ein Storch, ein Mensch oder sonst ein gefährliches Wesen dem Bach näherte. Er sprang ins Wasser, tauchte unter und wühlte nach Möglichkeit den Boden des Baches auf, damit er in der getrübten Flut nicht mehr gefunden werden konnte. Aber diesmal nützte es ihm nichts, denn der Knabe hatte ein Netz bei sich, das an einer Stange befestigt war und vermutlich in der Regel dem Fang von Schmetterlingen diente. Jen wurde emporgezogen und als das Wasser im Netz sich verlaufen hatte, zappelte er zwischen einigen Schilfhalmen auf dem Grund und verfassungslos, weil er in keiner Weise an die Möglichkeit einer solchen Einrichtung gedacht hatte. Der Knabe sah erwartungsvoll in das Netz und Jen entsetzte sich über die Maße über die großen blauen Augen des Menschen, die unter gelben Haaren, die in dem Sonnenschein funkelten, auf ihn niedersahen. Er hörte eine fürchterlich laute Stimme dicht über sich und sah durch die Maschen des Netzes einen zweiten Menschen über die Wiese kommen, der sich nun auch über das Netz beugte, eben solche Augen hatte, aber bei weitem längeres Haar und eine feinere Stimme. Es wurde mancherlei über ihn gesprochen, die Laute kamen aus den roten Mündern hervor und man sah weiße Zähne dahinter blitzen. Jen dachte, während er verzweifelt an der Wand des Netzes emporg zu kommen versuchte, es müsste doch hundertmal besser sein, in die Gewalt des Storches zu geraten, als dem Menschen in die Hände zu fallen. Was er rief und bat, wurde nicht verstanden, so viel ließ sich bald erkennen. Auch er verstand die Laute nicht, in denen die Menschen sich unterhielten. Ach Gott, sagte der Knabe zu dem kleinen Mädchen, das mit ihm auf die Sommerwiesen gelaufen war, es ist wieder nur ein ganz gewöhnlicher Brauner, ich hätte so gerne mal einen echten grünen Laubfrosch gefangen. Ja, antwortete das kleine blonde Mädchen, es ist nur ein Brauner, aber er ist hübsch klein und nicht so garstig wie die Großen. Der Knabe schien zu überlegen, ich will ihn jedenfalls mitnehmen, entschloss er sich, fuhr mit der Hand in das Netz und ergriff ihn, vielleicht versteht er doch etwas vom Wetter oder ich kann es ihm beibringen. Er hatte Jens Bein erwischt und zog ihn daran empor und hielt ihn gegen den Himmel. Das Mädchen öffnete eine ovale grüne Büchse, die ihr Bruder über die Schulter gehängt bei sich trug. Jen verschwand in der Öffnung wie im Rachen eines grünen Ungeheuers und hörte nur noch einen ohrenbetäubenden Knall, der wie ein Donnerschlag dröhnte, denn die Büchse musste rasch wieder zugeschlagen werden, weil noch eine ganze Reihe anderer Gefangene darin untergebracht worden war. Dann wurde es dunkel. Bald merkte er, dass er sich in einem Gefängnis befand, aber zu seinem Entsetzen wurde er gleich darauf gewahr, dass er nicht alleine war. Es brummte, surrte und krabbelte rings um ihn her, in einem ganz unbeschreiblichen Durcheinander von Beinen, Flügeln und feuchten und trockenen Leibern. Dabei herrschte ein unerträglich scharfer Geruch von allerhand Kräutern und Blumen, mit denen die Büchse fast bis an den Rand gefüllt war. Das Entsetzen des Kleinjen war umso nachhaltiger, als beim besten Willen nicht das geringste deutlich zu erkennen war, und wenn man schon einmal von Angst gequält wird, so wird sie durch die Ungewissheit, die die Dunkelheit herbeiführt, meist noch um vieles größer. Er hörte Klagerufe und tiefes Seufzen und so innige Bitten um Befreiung oder wenigstens um etwas Licht, das ihm Tränen in die Augen kam, und er empfand, dass um ihn her ein großes Sterben war, wie auf einem Schlachtfeld. Aber so viel ließ sich in ihrem Seufzen leicht entnehmen, dass sie in großem Elend waren. Dabei stieß und schaukelte die Büchse erbarmungslos und man war beim besten Willen nicht in der Lage, eine bestimmte Stellung einzunehmen. Immer wieder befand man sich plötzlich anderswo. Einmal kam Yen neben eine Blindschleiche zu liegen, in der äußersten Ecke des Gefängnis. Der Knabe hatte die Büchse abgehängt und ins Gras gelegt, so dass es einen Augenblick still geworden war. Mein Gott, sagte die Schlange zu Yen, ist Ihnen so etwas schon einmal passiert? Wie kommen Sie darauf? fragte Yen, dies ist ja einfach unfasslich, wo sind wir denn und was soll das alles? Der liebe Himmel weiß es, seufzte die Schlange und wickelte sich auf, aber ich werde schon sehen, dass ich entwische, über eine solche Behandlung lässt sich überhaupt nicht reden, wenn man noch giftig wäre, aber so über ihnen flüsterte es aus den Blättern hervor. Ach, es war hell über den gelben Blumen, es war ein Schmetterling, der mit gebrochenen Flügeln in den Pflanzenstiel eingeklemmt war, er lag im Sterben und sagte deshalb von nun ab nichts mehr. Eine große Weinbergschnecke, der sehr übel geworden war, weil sie das Schaukeln der Büchse nicht vertragen konnte, sagte schluchzend, wenn ich nur mein Haus nicht bei mir hätte, ich würde eine Geschwindigkeit an den Tag legen, die man so leicht nicht wieder bei einem Tier fände. Nach einer Weile begann das unangenehme Rütteln von neuen, diesmal in gleichmäßigen Derben stößen, denn der Laufen, um womöglich noch rechtzeitig zu Hause anzukommen. Dort flog endlich das Gefängnis mit einem donnerartigen Krachen auf den Tisch, und dann wurde es für lange still und blieb unheimlich dunkel, und jedes der gefangenen Tiere versuchte sich darüber klar zu werden, wie viel von seinem Leben noch übrig war. Jen machte noch eine Reihe angenehmer Bekanntschaften, aber es hatte viel gegen sich einander im Finsteren vorgestellt zu werden. Es kam die peinlichsten Verwechslungen vor, und die Stimmung war im Allgemeinen gedrückt. Der Einzige, der die Laune nicht verlor, war ein Grashüpfer. Immer wieder glaubte er, sich durch einen Sprung aus seiner Gefangenschaft retten zu können. Aber jedes Mal stieß er aufs Neue an und fiel zurück, und man hörte ununterbrochen in kleinen Abständen das Ticken, das entstand, wenn er mit dem Kopf an die Wand stieß. Als er einmal auf eine Eidechse fiel, erregte er Ärgernis bei dem gutmütigen Tier. Geben Sie endlich Ruhe, sagte sie mürrisch. Ich kenne Sie überhaupt nicht, sagte der Grashüpfer. Reden Sie nicht mit mir, wenn Sie nicht vorgestellt sind. Dann springen Sie mir auch nicht auf dem Rücken herum, ohne vorgestellt zu sein, gab die Eidechse ärgerlich zurück. Wenn Sie mich ihren Buckel herunter rutschen lassen, rief der Grashüpfer, so deuten Sie doch damit bereits an, dass Ihnen nichts an meiner Bekanntschaft liegt. Übrigens, wenn Sie springen könnten, täten Sie es auch. Jeder springt, wenn er kann. Die Eidechse seufzte. Es war besser, nicht auch noch Streit anzufangen. Sie meinte deshalb nachsichtig, Sie sollten sich die unglückliche Lage, in der wir uns alle befinden, so weit zu Herzen nehmen, dass Sie wenigstens nur bescheidene Äußerungen tun. Was nützt mir Bescheidenheit, meine Liebe, rief der Grashüpfer, ich verlasse mich lieber auf meine Beine, mit Ihnen komme ich weiter. Passen Sie auf, sobald die Büchse geöffnet ist, werden Sie sehen, wozu Beine gut sind, wie ich sie habe. Yin hörte aufmerksam zu. Wie interessant, dachte er, einmal vom Charakter der Leute etwas zu erfahren, die man bisher nur gefressen hat. Übrigens werde ich mir die Pläne des Grashüpfers zunutze machen und springen, sobald das Gefängnis geöffnet wird. Dies geschah kurz darauf. Der Knabe hatte die ganze Familie um den Tisch versammelt, auf den er seine Botanisiert-Trommel gelegt hatte und war willens, all seinen Lieben an der Freude teilnehmen zu lassen, die seine Beute ihm bereitete. Yin war durch den grellen Lichtschein geblendet, der plötzlich in die Nacht des Kerkers drang. Er sah anfänglich so gut wie nichts, nur einige Menschenköpfe glaubte er zu unterscheiden, die dicht über den Ausgang gebeugt waren. Er dachte an die Pläne des Grashüpfers und sprang blind links drauf los, so hoch und weit er konnte. Er landete auf einer harten blanken Platte und in seiner Verwirrung achtete er nicht darauf, dass sich plötzlich die Hand des über ihn legte und ihn fest umschloss. Die Hand war warm, bebte ein wenig und drückte heftig, aber gleich darauf öffnete sie sich wieder und Jen fiel zu seiner unaussprechlichen Freude in klares Wasser, auf dessen Grund es von allerlei Pflanzen grün schimmerte. So rasch er konnte, tauchte er unter und verkroch er sich, so gut es ging, unter Schilfblättern, etwas erstaunt darüber, dass sich der Boden nicht aufwirbelte und das Wasser nicht trüben ließ. Er ahnte nicht, wo er sich befand, noch wusste er, dass er ohne seinen Willen durch seinen voreiligen Sprung zum Erretter eines großen Teils seiner Leidens Leidensgefährten geworden war. Denn sowohl der Grashüpfer wie ein Teil der übrigen Tiere hatte die allgemeine Aufregung benutzt, um sich davon zu machen. Dies gelang ihnen in der Hauptsache deshalb, weil sich die Erschließung ihres Kerkers Gottlob auf der Hausveranda zugetragen hatte, die unmittelbar in den Garten führte. Die Zeit verging langsam und es wurde nimmrig, der Abend sank nieder. Der kleine Jen hatte bald herausgebracht, dass er sich nicht in der Freiheit, sondern in einem engen, runden Käfig befand, dessen Wände durchsichtig wie Wasser waren, aber so hart wie Stein. Er hatte seine Bemühungen aufgegeben, diese Gefangenschaft zu entrinnen, saß still und traurig an der glatten Wand und sah in die Abendlämmerung in den Garten hinaus. Einmal war der Deckel seines Käfigs geöffnet worden und jemand hatte einen Grashüpfer zu ihm ins Wasser geworfen, der nun ruhig alle Beine weit vom Körper abgespreizt auf der Oberfläche spamm. Er war tot. Jen glaubte in ihm, seinen Gefährten aus dem ersten Gefängnis wieder zu erkennen, aber er war dessen nicht sicher. Glaubt man etwa, ich fräse den, dachte er, hungrig genug war er, aber kein gesitteter Frosch frisst einen toten Grashüpfer. Ein Grashüpfer, der verschlungen werden soll, muss springlebendig sein, munter und jung. Man muss ihn noch eine Weile im Magen rum fühlen, ganz von den angenehmen Kribbeln zu schweigen, das er verursacht, wenn er den Hals herunter gleitet. Jen war unbeschreiblich traurig. Was sollte werden? schien in den gläsernen Käfig. Der tote Grashüpfer drehte sich langsam an der Oberfläche des Wassers und sein Schatten bewegte sich, schaurig anzusehen, grau und groß auf dem Fensterbrett, auf dem der Glaskäfig stand. Dort sah Jen auch seinen eigenen Schatten, rund und plump, wie ein feuchter Fleck zwischen den silberen Streifen vom Wasser, vom Glas und vom Mondlicht. Alles war fremdartig und unheimlich und an Schlaf war unter diesen Umständen kaum zu denken. Einmal kam gegen Mitternacht eine Maus auf dem Fensterbrett daher. Sie sah durch das Glas, schien aber niemanden zu erkennen und entfernte sich dann rasch wieder, weil sie unten in der Dunkelheit gerufen wurde. Kurze Zeit darauf musste der kleine Jen doch aus Erschöpfung eingenickt sein und lange geschlafen haben, denn als er erwachte, war es Tag und draußen funkelte der Sonnenschein im Grün. Der Knabe, der ihn gefangen hatte, kam nach einer Weile und schaute neugierig durch das Glas, wobei er seine Nase so dicht an die Wand des Kerkers drückte, dass sie an der Spitze glatt und rund wurde. Er öffnete den Deckel und nahm Jen heraus, legte ihn auf ein weißes Tuch, das er über ihn zusammenschlug und dann rieb er ihn von allen Seiten, um ihn abzutrocknen. Jen ging der Apen aus. Er glaubte jeden Augenblick zu ersticken. Hierauf wurde das Tuch wieder geöffnet und der Knabe rührte mit der einen Hand Farbe in einem Kleintopf an. Mit der anderen hielt er Jen fest und begann dann ihn grün anzustreichen, denn er wollte einen Laubfrosch war ihm unbegreiflich, weshalb dies geschah, und zu seinem Schrecken sah er zuerst seinen schönen hellen Bauch und dann auch den braunen Rücken und sein Gesicht über und über grün werden. Man kann sich nichts peinlicheres denken. Alle Anzeichen, die Jen gab, um kundzutun, dass er dagegen war, wurden missverstanden. Der Knabe pinselte eifrig weiter und lachte vor Vergnügen, als Jen bald darauf, als ein grüner Frosch auf dem Tisch umhersprang und überall Flecken zurückglies, wo er gesessen hatte. Jen selbst war so verwirrt, dass ihm kein vernünftiger Gedanke mehr kam. Er wurde wieder in seinen Käfig gesetzt, der nur noch wenig Wasser enthielt. Oben auf der Spitze einer kleinen Holzleiter, dort sollte er trocknen. Auch gehörte es sich sowieso, dass er oben saß, denn das laubfrisch oben sitzen und nicht unten im Wasser. Jen galt nun als Laubfrosch und sollte die Verpflichtung übernehmen, die man von solchem Tier erwartet. Trauriger kann das Leben nicht mehr werden, dachte er und wünschte sich sterben zu dürfen. In diesem Aufzug konnte er sich ohnehin nicht mehr bei seinen Verwandten sehen lassen. Und was würde Asap sagen? Als er sich nach Weile allein stieg er gedankenvoll und betrübt die Leiter nieder, um sich im Wasser etwas abzukühlen, denn die Sonnenstrahlen fielen heiß in seinen Kerker und die Farbe brannte auf der Haut. Aber kaum war er untergetaucht, als er gewahr wurde, dass das Wasser sich langsam krün zu färben begann, während sein Körper wieder die alte Farbe annahm. Jen glaubte, alles umher sei verzaubert und von Angst getrieben kroch er rasch wieder die Leiter empor und sah erstaunt auf das grüne Wasser nieder. Der alte Buhr aus dem heimatlichen Bach musste doch im Recht gewesen sein, wenn er früher oft gesagt hatte, hütet euch vor den Menschen, er ist ein großer Zauberer. Das Schicksal des kleinen Jen geht nun unendlich traurig zu Ende, denn er ist von dem Menschen vergessen worden und hat vor Hunger sterben müssen. Es kam daher, dass der Knabe, der ihn gefangen hatte, mit seinem Schwesterchen in die Ferien reiste, und da gab es so vielerlei zu sehen und zu erleben, dass beide nicht mehr an Jan dachten, der in seinem Glaskäfig auf der Fensterbank der Veranda stand. Sie hatten nicht einmal gewusst, wie er hieß. Jen starb, nachdem er drei Tage und drei Nächte vergeblich auf Hilfe gewagt hatte. Es war eine sehr schwere Zeit für Asabs kleinen Bruder, und es ist nur gut, dass man im Traulenbach nichts über sein Geschick erfahren hat. Nun ist ein Jahr darüber vergangen. In seinen letzten Lebensstunden musste Jen oft an das klare Wasser des Baches seiner Heimat denken und an die wilden Rosen, die über der Flut hingen. Mit solchen Gedanken schlief er eines Abends vor Schwäche ein und erwachte nicht mehr. Es war am 14. August. Ukus Nacht mit den Elfen In der Nacht, die den letzten Ergebnissen auf der Waldwiese folgte, fand der Blumenelf auf seinem Mooslager keinen Schlaf. Er sah hinaus in den Mondschein, der dicht vor dem Ausgang seiner kleinen Höhle glitzerte und in die Freiheit hinaus zu kommen und in das Land zu schauen. So flog er empor bis auf ein Ass der Linde und sein Leuchten begleitete ihn. Die Welt war verklärt vom Licht des Mondes, der voll und rund hoch am Himmel über den schlafenden Erdreich stand, inmitten unzähliger Sterne. Da der dürre Ass des Baumes vorragte, saß der Elf in der kühlen hellen Luft zwischen Himmel und Erde, allein wie er war, unter den vielen schlafenden Geschöpfen, unter denen er verweilen musste, bis eine große Liebe ihn zu seiner himmlischen Freiheit erlöste. Sein Goldhaar blinkte im Mond wie einst, als er die Lilie verließ, um das Glück eines irdischen Wesens zu werden. Er dachte an die kleine Biene Maya, mit der er zu den Menschen geflogen war und die nun in hohem Ansehen bei den ihren daheim in der Bienenstadt des Schlossparks weilte. Und die heimliche Ungeduld der irdischen Teile aller Wesen, die das Gute vom ganzen Herzen wollten, strahlte aus seinen Augen in ihrer Traurigkeit. Gibt es auf der Erde diese große Liebe, die mich erlösen soll? dachte er. Ich will nicht in Bangen leben, die Nacht ist wundervoll, mir wird geschehen, wie es im ewigen Rat bestimmt ist. Er erschrak ein wenig, als ihn plötzlich jemand sanft, aber recht vernehmbar von der Seite anstieß. Es war Uku, die Nachteule, die groß und dunkel dicht neben ihn auf einem Lindenast saß und ihn mit ihren Flügeln angestoßen hatte. Gute Mondfahrt, sagte sie bedächtig, aber herzlich auf ihrer Art und der Elf grüßte sie auf seine. Du schläfst nicht, fragte Uku, dir ist wohl in der Kühle und im sanften Licht, ist es nicht so? Ich werde die Leute nie recht begreifen, die das grelle Sonnenlicht diesen milden Himmelssegen vorziehen. Lebst du hier immer in der Linde? fragte der Elf, der Uku wieder erkannte. Uku nickte. Ihr hockte darin wie eine Nase und sie hatte eine seltsame melakolische Art, ihre Augen wieder ganz langsam zu öffnen und zu schließen. Man unterschied in ihrem weichen Gefieder kaum eine Färbung, es schimmerte grau und leblos wie die Schatten der Blätter vom Stamm. Wäre die vertrauensvolle Art des Elfen nicht frei von Furcht gewesen, so hätte ihn sicher ein heimliches Grauen vor seiner lautlosen Nachbarin befallen. Oku schwieg lange und sah über die Felder auf das beschiedene Land. Es lag ein feiner Nebelschleier über dem Korn und von weit her hörte man das Bellen eines Hundes. Ein stilles Land, sagte sie endlich und seufzte aus tiefster Bus auf. Der Elf wandte sich zu ihr und sah sie an. Quält dich etwas? fragte er. Ich kenne dich schon lange, entgegnete die Eule, ohne gleich auf seine Frage zu antworten. Ich habe dich unter Pflanzen und Tieren gesehen, mit Flattern, Rehen und den kleinsten Gewürmen und habe mir viele Gedanken über dich gemacht. Ich bin ein alter Vogel und du, der so vielerlei weiß, willst auch wissen, dass ich es ernst nehme mit meinen Gedanken. Manche fragen mich Welt einrein, ich verstehe es auf meine Weise, aber dich verstehe ich nicht. Es ist meine Art nicht viel zu sprechen und auch du sprichst wenig. Dich liebt man, obgleich du schweigst und ich schweige, obgleich ich weiß, dass ich deshalb nicht eben geliebt werde. Wenn ich es recht betrachte, so bin ich den Tieren des Waldes, den Geschöpfen des Tages verhasst, du aber bist geliebt, wohin du kommst und tust nichts, um es zu erreichen. Willst du nicht mit mir sprechen? Ich möchte verstehen lernen, was dich so lieblich macht. Du musst aus einer hellen Welt unvergänglicher Freude stammen. Uko schwieg und sah nur mit weit geöffneten Augen in die Weite. Es war so tutenstill im Baum und umher im Umkreis, als seien sondern erstarrt. Nicht die Spitze eines Blittleins rührte sich, und über der leblosen dunklen Welt mit ihren schlafenden Geschöpfen lag das weiße, tote Himmelslicht und die feuchte Kühle der Sommernacht. Der Elf hatte den Kopf geneigt. Nun warf er in holder Ruhelosigkeit sein schimmerndes Haar zurück und sah groß und gerade hinauf in den Mond. Uko, wie redest du denn, sagte er leise. Wäre ich ein Wesen wie ihr, so würde ich leiden und mich freuen wie ihr, aber ich bin nur ein verflogener Elf. Hast du nie von den Elfen gehört, dass du nicht weißt, woher sie stammen und wohin sie gehen? Du liebst und leidest doch wie wir, sagte Uko, wenn du auch sagst, dass du es nicht tust, ist nicht schon vieles in deinem Herzen anders geworden? Der Elf sah erstaunt auf, wandte sich der Eule zu und seine Augen leuchteten, als habe er ein Wort des Dankes auf den Lippen, aber er sagte nichts, sondern bag plötzlich sein helles Angesicht in den Händen und schluchzte. Siehst du, sagte die Eule, aber es klang unbeschreiblich liebevoll. Sie war in der Tat ein weiser und erfahrener Vogel und sie schwieg, denn sie wusste, Schweigen oft mehr Linderung bringt als die besten Worte. Nach einer Weile hob der Elf Sein Haupt ruhig empor. Man sah keine Spuren von den Tränen mehr in seinen Augen und der Klang seiner feinen Stimme war so klar, als würde eine hohe Seite mit einem silbernen Hammer anschlagen. Doch hatte diese Stimme nichts Fremdes oder Besonderes. Sie war dem vertraubten Lauten der Natur verwandt, dem Lied des Windes, dem Gesang der Vögel und dem Fall des Wassers. Uku war ganz betört von dieser Stimme und ihr schien als träumte sie, als der Elf sagte, wenn ich eure Freude und euer Leid teilen muss, so liegt es daran, dass ich mich verflogen habe. Meine Bestimmung war es, ein irdisches Wesen zu seinem höchsten Glück zu führen und in die Helligkeit meiner Heimat zurückzukehren, nicht aber unter euch zu verweilen. Nun ich aber an die Erde gebunden bin, verwandelt ihr Wesen das meine langsam. So ist meine Seele nun geteilt, Uku. Sie war berufen, eure Freude und eure Betrübnis zu verstehen, euer Verlangen und eure Schuld, sowie auch eure Schönheit und euren Anmut. Nur für euch erwachte sie für kurze Zeit. Die Aufgabe meiner Seele war, alles zum Besten zu kehren, nach ihrer Kraft, und sie selber bedurfte der Erlösung nicht, denn sie selber war damals noch nicht so vergänglich gebunden. So zog ich im silbernen Nachtfrieden durch das Tal der Welt, selig, da ich beseeligen durfte, wunschlos und unaussprechlich frei. Aber nun ich durch meine Schuld an Vergängliches gebunden bin, Uko, bedarf auch ich der Erlösung, denn ich habe die irdische Sonne gesehen, in ihrer Herrlichkeit, und wenn ein Elf sie gesehen hat, so ist er an ihr irdisches Reich gebunden. Verstehst du nun, warum mein Herz zerteilt sein muss? Bei meinem Wunsch, nichts zu tun, als andere zu beseligen, empfinde ich nun auch das Verlangen nach eigener Seligkeit. Ich wollte Leiden lindern und sehe mich nun in eigenem Leid verstrickt. Ich wollte durch Freude Erlösung bringen und nun harre ich selbst der Erlösung vom irdischen Bann. Daraus entsteht meine Traurigkeit. Uko hatte sich in der Dunkelheit abgewandt und schwieg. Es bewegte ihr Herz, was der Elf sagte. Nach einer Weile fragte sie, so bist du nicht mehr glücklich, Elf? Doch, antwortete der Elf, ich bin es. Was macht dich glücklich? Dass ich lieben kann und Hoffnung im Herzen trage, alles hat sich verändert, seit ich die irdische Sonne an jedem Morgen gesehen habe. Ja, ja, meinte Uko, es ist eine ganz neue Liebe in dir entstanden. Sie kann nicht beginnen oder aufhören, sagte der Elf zuversichtlich, sie schlief in mir. Wieder war es eine Weile still in der feierlichen Nacht zwischen diesen beiden Geschöpfen, der großen dunklen Eule, die wie eine unförmige Figur auf dem Ass hockte, und dem Elfen, der Licht und zart wie ein kleiner Engel neben ihr saß. Bald darauf sagte Uko bedächtig und schloss für einen Augenblick ihre großen runden Augen, die gerade wie bei Menschen beide voneinander unter der Stirn saßen. Auch auf unser Volk ist im Lauf der Jahrhunderte viel Wissen überkommen und hat sich getreulich vererbt, und so habe ich glaube es mir Uko der alten Eule, nur wer wahrhaft weise ist, kann glücklich sein. Nein, sagte der Elf mit seiner kindlichen Stimme, es ist umgekehrt, nur wer wahrhaft glücklich ist, kann weise sein. Uko war wirklich außerordentlich erstaunt über diese Antwort des Elfen und musste sich sehr lange besinnen, bis sie eine Entgegnung darauf machen konnte. Daran muss ich nun Nacht für Nacht denken, sagte sie endlich langsam, ich bin eine alte Eule geworden und kann meine Ansichten nicht mehr ändern, aber so viel sehe ich aus allem, was du sagst und tust, du bist ein himmlisches Kind. Die Frage, die zwischen uns aufgekommen ist, ist so alt wie die Welt und sie hat sich viel Streit der Gedanken auf Erden erhoben und manche Stirn voll Hoheit und Kraft ist darüber ermüdet, in die Nacht zurückgesunken, denn die Wunden, welche die Gedanken schlagen, sind brennender und bitterer als die Verwundung jedes anderen irdischen Kampfes, aber davon sollst du nichts wissen, du Gesegneter in deiner Einfalt, was unser letztes Ziel ist, ist dir von Anfang an zugefallen, dir und deines gleichen, euch ist von dem Heiligen der Welt das Reich versprochen. Der Elf saß ruhig mit gefalteten Händen da und schaute ins Land. Er währte der Eule nicht, noch gab er ihr recht, man hätte wirklich nicht mit Sicherheit sagen können, ob er ihr zugehört hatte. Er erhob plötzlich seine helle Stimme und sang in die Nacht hinaus. Heller Himmel meine Freude, Tod und Leben wechseln beide, aber meine Seele nicht. Trauer du mein irdisch los, über deinen bitteren Gaben will, ich meine Seele groß, will sie stark und glänzend haben. Ein Wind erhob sich mit leisen erbrausender Blätter und mit feuchter Wiesenkühle und trug das Licht über das schlafende Land den Morgen entgegen. Die Eule aber warf sich plötzlich in ihren weichen lautlosen Flügeln totenstill wie ein Schatten flog sie davon, über die Kornfelder, den sinkenden Mond entgegen, der sich rötlich färbte. Eine seltsame Traurigkeit begleitete sie und doch zugleich eine tiefe Beseelung. Sie sah das Land, das sie überflog, die Äcker, die Wälder und Wiesen mit ihren Weiden und die Häuser der Menschen, die dunkel und lichtlos zwischen Bäumen lagen, in der verschleierten Ebene. Alles schien feierlich und zu Großen bestimmt, wie auch uns Menschen bisweilen die Dinge erscheinen können, wenn Musik erklingt. Ein warmer Frühlingsabend zog über die Waldwiese und ihre Leute. Es war einer von jenen unbeschreiblich klaren Abenden, die die Herzen aller Wesen in einen Frieden versenkte, wie niemand ihn nennen kann. Die Sonne ging langsam hinter einer schmalen Wolkenbank unter und umzog ihre Ränder mit einem strahlenden Feuerband, als Flöße glühendes Gold in unversiegelbaren Strömen um sie her, und in der Ferne funkelte ein leuchtendes Wolkengebirge, schneeweiß und blutig rot. Es ging eine solche Klarheit und Ruhe von diesem gewaltigen Bild am Himmel aus, dass niemand an nahe oder kleine Dinge zu denken vermochte. Alle Gedanken wurden weit emporgehoben in diese Freiheit der Himmelsform, so, dass sie über die ganze Erde Ruhe und Glück verbreitete. Ein Abglanz dieser Schönheit sank auch bis tief hinein in die himmlischsten Gründe der Waldwiese. Er rieselte durch das Laub der alten Linde nieder, als würde das Abendgold von ihren höchsten Wipfeln vom Windhauch niedergeschüttet. Die Blumen konnten schlafen vor Glück. Immer noch kamen Käfer und Schmetterlinge zu ihnen, ruhelos vor Seligkeit, doch leise und banar geheimnisvoll, weil sie nicht stören wollten in dieser Andacht, in der mit dem kühlen Winde die Träume herangaukelten, um in die Seelen der lebendigen Wesen einzuziehen. Da breitete sich ein kaum vernehmbares Rauschen über die Wiese und ihrer Bewohner aus. Es kam von der Linde, durch die der Abendwind zog, und nun wussten alle, dass der alte Baum noch vor der Ruhe der Nacht sein Schützling eine seiner Geschichten von den Menschen erzählen wollte. Und die leisen Bewegungen aus Zweigen der Linde teilte sich den Gräsern und Blumen und allen Tieren mit in einer fröhlichen Erwartung. Was konnte es Schöneres geben, als am Frühlingsabend seine Augen zu schließen und einer so liebevollen Stimme zu lauschen, die noch nicht schlafen wollte und doch die kühle Ruhe der Nacht nicht störte. Die verstand, dass das Glück eines genossenen Tages sowohl den Schlaf fernhalten kann, wie auch ein großer Schmerz es vermag. Aber beide Freude und Schmerz haben in der Klarheit eines scheinenden Tages ein milderes Wesen, als ahnten sie, dass wie nun Licht und Finsternis in der Natur so auf Freude und Schmerz in dem Herzen der irdischen Geschöpfe wechseln müssen. Aber als eben die Linde beginnen wollte, erhob sich im Busch über dem Bach noch einmal die Stimme des Rotkehlchens. Es erklang im goldenen Licht ein so lieblicher Jubel, dass man für einen Augenblick seine Augen schließen musste, als gelte es die Lichtquellen zu bewahren, die im Gemüt bei diesen Tönen aufbrachen. In der Dämmerung unter den geschlossenen Lidern war es, als hätte das Windesrauschen, der Klang des Baches und das Lied des Vogels sich zu einer einzigen Harmonie vereint, die das Glück aller Wesen wie einen frohen Dank dem himmlischen Vater empor trug. Als das Rotkehlchen sein Lied beendet hatte, flog es empor in die Krone der Linde, die es in ihren goldgrünen Glänzen empfing und lauschte nun dem Rauschen des mächtigen Baumes, wie alle anderen Geschöpfe es taten. Nun werde ich erzählen, was sie vernommen habe. Heute sollt ihr erfahren, begann die Linde ihre Geschichte, woher der Traulenbach, an dem wir alle wohnen, seinen Namen erhalten hat. Es sind wohl nach der Zeitrechnung der Menschen etwa 300 Jahre her, da trug sie sich zu. In diesem Zeitraum sind unzählige Menschen geboren worden und gestorben, aber wenn sie sich auch oft dort recht verschiedenartig gebärten, anders sprachen oder dachten, ihre Gewohnheiten änderten, so sind sie doch immer dieselben geblieben, und dies ist wahr, für die ganze Zeit meines langen Lebens. Im tiefsten Grunde bewegte ihr Gemüt doch nur zwei große Fragen, um sie dreht sich ihr irdisches Geschick, wie auch das unsere. Es sind die Fragen danach, was das Herz froh macht, oder was es betrübt. Alle anderen Fragen verlieren bald an Wert, alles andere vergeht rasch auf der Erde. Und so sind sich durch alle Zeiten auch zwei Dinge an den Menschen immer gleich Schmerz, ihr Lachen und ihr Weinen. Nicht viele von euch sind alt genug geworden und längst nicht alle werden alt genug werden, um jemals eins von den beiden zu erleben. Aber glaubt mir, es gibt nichts, was tiefer erschüttert und innenbrünstiger bewegt, als das Lachen oder das Weinen der Menschen. Beide müssen so unvermittelt aus den Gründen ihres Herzens brechen, wie das Licht aus dem Feuerschlünden der Sonne oder wie ein Quell aus den Tiefen eines Feldens. Niemals, solange ich Menschen gesehen habe, sind ihr Weinen oder ihr Lachen anders geworden und so kann auch ihr Herz sich nicht verändert haben. Immer noch bricht es ihnen aus den Augen, wenn sie Schmerzen erleiden, in den gleichen klaren Tropfen wie am Anfang. Sie sind nicht kleiner und wie helles Blut, eine nach der anderen, unbeschreiblich geheimnisvoll, als ob der Glanz der Augen und das Licht darin nicht mehr zum Himmel emporschreben, sondern zur dunklen, geduldigen Erde heimverlanken. Wer einen Menschen Wein sieht, wird andächtig, alle guten Seiten seines Wesens regen sich und trachten danach, etwas zu finden, damit die Tränen des anderen aufhören zu rinnen. Aber glaubt nicht, dass das Lachen der Menschen von geringerer Macht sei. Ein heiteres Lachen, das aus tiefster Brust emporquillt, ist dem Sonnenschein übergründen Land oder einem Springfeld zu vergleichen, der aufleuchtet und wie berauscht von seiner Frische ins strahlende Himmelblau emporsaust, um beseligt von der reinen Höhe, die seine Kraft erreicht hat, wieder niederzubrechen. Glockenkling, hell wie ein Meer von Blüten und das farbige Blitzen der zerbrechenden Sonnenstrahlen läuten und funkeln darin, aber zutiefst im Lachen der Menschen erscheint es fein und verborgen von einem heimatlichen Bewusstsein des Glücks des als wären sie in solchen Augenblicken am Herzen der Erde geborgen. Sagte ich euch nicht schon, weil beides sich in aller irdischen Zeit nicht verändert hat, dass auch das menschliche Herz im Grunde kein Wandel unterstellt sein kann? So treffen alle wahre Geschichten über die Schicksale der längst dahing gesunkene Menschen auch auf die heutigen noch zu und umso eher, je schöner sie sind. Denn das Schöne ist so eng mit den Wahren verbunden wie das Unwahre mit den Hässlichen. Daran kann niemand etwas ändern, denn es ist so in Gottes Rat bestimmt. Traule war die Tochter eines Jägers, der sein Haus nicht weit von unserer Wiese entfernt stehen hatte, dort, wo jetzt das Erlendickicht und die alten Fichten wachsen. Ihr könnt nicht bis dorthin hinüberschauen, die ihr Blumen oder Sträucher seid, aber ihr wisst durch die Bienen und den Schmetterling von dem Ort oder durch die Vögel. Das Haus ist längst verfallen und seine Mauerreste sind überwachsen. Der Ort ist euch und euren Völkern zurückgegeben. Ich glaube auch nicht, dass es noch Menschen im Lande gibt, die von dem Hause wissen. Die kann, hat der Jäger um die Zeit gepflanzt, in welcher Traule geboren wurde. Auch sie kennen die Geschichte des Mädchens, aber nicht so gut wie ich, denn wenn Traule besonders froh oder traurig war, kam sie auf einem Waldpfad, den nur sie kannte, zu mir, um auf dem Moos unter meinen Zweigen am Bach zu weilen. Wir kannten uns gut und liebten uns sehr. Einmal in der Zeit, nachdem ihre Mutter gestorben war, kam sie zu mir, legte ihre Arme um meinen Stamm und sagte zu mir, bei dir ist es mir ums Herz, wie mir bei meiner Mutter war, du nimmst mich an, wie ich bin, du spendest deine Wohltaten, ohne nach meinem Wert zu fragen, und die Ruhe, die dein Wesen atmet, ist, ohne meine Bitten immer vorhanden. Die Menschen fühlen, dass wir geduldiger als sie sind, und darum trösten unsere Wesen sie, dass nicht, wie das Ehre, leicht in Hoffnung oder Angst in die Irre geht. Traule war wunderschön zu schauen, wie überhaupt die Menschen das schönste und erhabenste sind, was die Natur hervorgebracht hat. Ihr Gang ist aufrecht, und ihre Stirn tauchten das himmlische Licht Glanz der Höhen in ihrer Brust. Ihnen ist Macht über alle Wesen der Erde gegeben, ihr Bild ist in Gestalt und Anmut dem Schöpfer alles Lebendigen ähnlich, und ihre Seele ist unsterblich wie das Licht der Welt. Nichts gibt es, was dem Menschen gleich kommt. In den Zügen ihrer Angesichter spiegeln die Lust und der Kram alles irdische wieder. Wie meine Blätter es im Wasser tun, so beweglich und geheimnisvoll, ihnen ist der Hort der unvergänglichen Liebe anvertraut, und Gottes Sohn ist um ihretwillen gestorben. Wohl haben viele Menschen vergessen, wie viel sie wert sind, aber Gott vergisst es nicht. Kurze Zeit nachdem Traudes Mutter gestorben war, kam eines Tages zu Pferd der junge Herr vom Schloss, der durch den Wald geritten in einem Reiterkleid aussamt einer weißen Feder auf dem breit krimpeligen Hut und einem Degen an der Seite. Es war ein herrlicher Anblick, ihn so auf seinem weißen Pferde durch dem Frühlingswald reiten zu sehen, im Grün unter dem Jubel der Vögel dahin, unter dem schimmernden Himmelsblau. Traule hat erwachte vom Klirren der Zügel, die mit Silber verzehrt waren und vom Schnauben des Pferdes. Aber nicht weniger erstaunt als sie war der Grafensohn, denn er sah Traule vor sich im Moos, des Angesichts mit dem goldenen Haar, in heißem Schreck erhoben und eine Flut von Morgenlicht und Vogeltrillern um die Schläfen. Es strahlte ihm aus den blauen Augen des der Waldeinsamkeit sich darin in einem blauen Glühen vereint. Sein entzückten übertrautes Anblick war so groß, dass er die Hände emporhob, als wollte er ihr aus seinen Arm den Jubel seines Herzens erreichen. Die beiden waren eine Weile still, und man hörte das Wasser des Baches, so leise es floss, und die Blumen neigten sich an ihren Stielen im Winde, als ahnten sie, dass ein Menschen Geschick auf dem Licht wegen der entzückenden Augen seinen Einzug in die warme Brust tief in die Kammern des Herzens hielt. Und so ist es gewesen. Ich habe niemals etwas Lieblicheres gesehen, nie etwas Schöneres, als traules Freundschaft mit dem jungen Herrn, der vornehm und mächtig war, und dem alles Land umher einmal gehören sollte. Er kam nun täglich zu Pferd durch den Wald, bald im Morgenwind, bald im Dämmerlicht, der blauen Abendstunde, mit Lachen und mit Rosen und zu viel Zärtlichkeit, wie selbst der Sonnenschein oder die Mailluft sich nicht gewähren. Glaubt Glaubt mir ihr alle, das ist das lieblichste Wunder der Welt, wenn ein von Glück überwältiges Menschenkind von seiner Liebe glühend nicht weiß, wie es seine Seligkeit bergen oder zeigen soll. In solchen Stunden sehen die Augen der Menschen den Himmel geöffnet, bis an den Thron der Herrlichkeit. Wer nur eine solche Stunde in seinem Dasein durchlebt hat, dem den kann keine Gewalt im Himmel und auf Erden mehr von seiner zukünftigen Heimat trennen. Der Jüngling lag in Traunes Arm und lachte oder schlief oder sie sahen miteinander dem Spiel des Lichts auf dem dahin ziehenden Wasser zu oder der Wanderschaft der Wolken im Blau. Das Mädchen flocht Grenze aus einem Mond und legte sie bald um sein Haar, bald um das ihre, die Züge des Mannes, den sie liebte, betrachtete, wenn er schlief. Dann habe ich wahrgenommen, dass das Übermaß der Freude den Angesichtern der Menschen ein Zug von Schmerz aufprägen kann, als Bestände ihr ganzes Wesen aus Heimweh. Die Schwermut und der Frühsinn wechselten einander ab in den freien Stunden der beiden jungen Menschen im Wald. Sie hielten einander oft umschlungen wie Kinder und spiegelten sich lachend im Bach und ihre mit Blumen geschmückten Stirn blickten aus dem Wasser zurück. Aber ihr Glück verwandelte sich oft jelings und ohne dass ein Anlass erkennlich war in Schwermut. Dann lag Traudes Kopf weit zurückgelehnt an der Schulter ihres Freundes. Sie faltete die Hände in ihrem Schoß und die Augen suchten eindringlich und heiß in der Ferne. Es war seltsam genug, ihre Blicke blieben in strahlenden grünen der Wacholderbüsche hängen, ganz nah und doch tauchten sie in unabsehbare Ferne unter. Diese Ferne muss in den Augen der Menschen beschlossen liegen. Menschliche Augen sind ein Wunder der Schöpfung. In einem kleinen Kreis leuchtet die Weite der ihr Blumen in meinem Schatten Kräuter und Gras wir wissen es und es ist das Gesetz und der Glaube unseres Lebens dass die Geduld unsere treuste Pflicht ist. Ihr danken wir gedeihen und erblühen Wachstum und Samen. Wir können den Ort unserer Entstehung unseres Lebens lang nicht wechseln. Uns kommt aller Segen aus unserer Geduld in welche wir Sonnenschein und Regen erwarten und Boden Vertrauen und dem unsichtbaren Wind. Auch den Menschen gilt Geduld als Tugend aber es gibt etwas in der Welt das höher als Geduld ist das ist die himmlische Ungeduld uns ist sie fremd wir ahnen sie in unseren Träumen aber sie erhebt oder quält uns nicht wie sie es den Menschen tut mit allen Großen was ihnen widerfährt kommt diese himmlische Ungeduld über sie am stärksten mit der Liebe alles große was in der Welt an Taten vollbracht worden ist hat sein Ursprung in jener himmlischen Ungeduld der Tag wird kommen an dem ich euch von ihr noch erzählen werde in solchen Augenblicken wie ich sie euch von Traules Schwermut genannt habe brach auch aus ihren Augen die himmlische Ungeduld hervor und sie weinte mit unbewegtem Gesicht vor sich hin und ihr Freund verstand ihre Tränen und wehrte ihn nicht höre traule sagte er liebreich zu ihr und sah das Mädchen nicht an sondern hinaus in die schimmernde Waldweite die Freude und der Schmerz entspringen in unserer Brust der gleichen Quelle und wenn die Gründe der Tiefen erschlossen worden sind so strömen die Bäche des Leids wie die der Freude ohne unseren Willen oft gleicherweise hervor aber wie tausendmal schöner ist es so als wenn das Leben an den Türen des Herzens vorüber geht ohne sie erschlossen zu haben ach Traule ich liebe mein Leben sehr seit ich dich lieb habe und ich habe alles vergangene vergessen und mit dir ist jede Zukunft leicht zu ertragen ich bleibe immer bei dir antwortete Traule bis an mein Todes Ende da geschah eines Abends das Schreckliche das den ganzen Wald mit Entsetzen und Trauer füllte es trug sich auf unserer Wiese zu dort wo ihr nun blüht nah am Ufer der junge Heer war früher als gewöhnlich gekommen sein Pferd graste weiter unten am Bach hinter Büschen es wollte ein Ungewitter heraufziehen am Himmel stand eine Wolkenwand und schob sich langsam über das Land empor von der Abendsonne beschienen die Vögel sangen noch aber der Sommer war schon nah da Traule noch nicht kam warf der Grafen Sohn sich ins Gras nieder trank aus der hohlen Hand Wasser und blieb endlich still auf dem Boden liegen die großen Augen weit und glücklich gegen das Himmelslicht geöffnet sein helles Glockenhaar ringelte sich wie in kleinen Goldbächen ins Rasengrün und in einem seligen Traum seiner Erwartung fern allen Bösen der Welt lauschte er auf traules Tritt im Laub aber plötzlich schreckte ein anderes Geräusch ihm empor ein Rascheln und Zweigeknacken im Gebüsch erscholl und ein zorniges Brumm mischte sich hinein es war als wäre plötzlich ein Sturm des Bösen im friedlichen Gehölz ausgebrochen und es nahte rasch heran mit schwerem Tappen als der Jüngling erschrocken empor sprang und nach seinem Degengriff den er neben sich ins Gras geworfen hatte teilten sich schon vor ihm die Zweige über den Boden und spien den dunklen Koloss eines gewaltigen Bären aus der sich auf seine Hinterbeine aufrichtete und mit laubem Gebrüll auf dem zu Tode erschrockenen Menschen zustürmte aus den weit geöffneten Rachen des Raubtieres blitzten die Zähne und sein dampfender Odem quollen mit dem Brüllen hervor wie Rauch eine heulende Flamme begleitet er hielt seine Vorderbeine mit den mächtigen Pranken zu einer schrecklichen Umarmung weit geöffnet es war ein altes verbittertes Tier das durch irgendein Ereignis in Zorn geraten sein musste und nun den unschuldigen Menschen zum Ziel seines Grimms machte was half dem Bedrohten sein zierlicher Degen und sein mutiges Herz er war gesprungen hatte seine Waffe ergriffen und erwartete nun schon totenbleich aber gefasst und standhaft den Ansturm des wilden Tieres er zielte mit der Spitze des Degens mitten in den blutroten weit geöffneten Rachen und stieß als das Ungeheuer ihn nahezu erreicht hatte mit edlem Geschick und der ganzen Kraft seines Armes zu aber ein unvermuteter rascher und wilder Tatzenhieb traf die Waffe bevor die feine Spitze einzudringen vermochte und warf sie mühelos zur Seite als wäre sie ein ungefährliches Spielzeug ich will euch den kurzen furchtbaren Kampf nicht schildern der nun folgte und in welchen der junge Mann der Kraft des Raubtieres erlag wohl eine Stunde später kam Traule singt den gewohnten Pfad entlang ahnungslos die Vögel sangen auch in der Abendsonne die ihr Rotes Licht zufriedlich auf die Stämme der Waldbäume legte als gäbe es kein Ungemach kein Todesring in der Welt Traule fand den Freund ihres Lebens tot am Bach sein Lockenhaar ringelte sich wie in kleinen Goldbächen in das zerstampfte Rasengrün er lag mit weit ausgebreiteten Armen die Augen geöffnet als lauschte er immer noch wie zuvor auf Traules Tritt im Laub denn der Bär hatte von ihm abgelassen nachdem er ihn in seiner mächtigen Umahnung erdrückt hatte sein Grimm schien verrauscht als sein Opfer sich nicht mehr zur Wehr setzte und ins Gras sank er war brummt und fast wie beschämt ins Dickie getrottet vielleicht ahnte er in seinem Sinn die wilde Treibjagd die bald darauf vom Schlosser aus beginnen sollte um den Tod des jungen Herrn an ihm zu rächen jedoch in der Brust des Jünglings nahe dem Herzen hatte ein Tatzenhieb des Bären das Blut zum Fließen gebracht und es rann immer noch in einem fein roten Bächlein aus der zerstörten Brust in die Blumen als Traule kam die Abendsonne war nun im Heiderot versunken hinter den Kornfeldern und der Wald wurde dunkel Traules schwere Nacht begangen ich habe alle Stunden hindurch gewacht ich sah den Mond kommen und sinken und der Gang der Sterne segnete uns aber ich habe nicht ein Klagelaut unter meinen Zweigen vernommen kein Geschrei und kein Seufzen es war so still über den großen Schmerzen am Grund dass mich Ehrfucht befiel vor ihre Allmacht einmal war mir als sehe ich ein Leuchten ich weiß es nicht ich klagte im Nachtwind um Traule denn ihrem Geliebten war wohl er schlief den Schlaf der Erlösten aber sie musste leben die Pflanzen und Tiere klagten um das verlorene Liebesglück der Menschen und es ging eine Angst durch diese bangen Nacht über die dunkle Erde die ihren Mund aufgetan hatte um das Blut des Menschen zu trinken Traule lag über den Toten so bedeckte den Körper den sie liebte mit dem ihren und ihre kleinen braunen Waldhände hielten zur rechten und zur linken sein Gesicht mit dem Morgenwind hallte der stürmische Ruf einer Trompete durch die Dämmerung eine zweite fiel aus anderer Ferne ein und ihr wildes angstvolles Mahn weckte den Wald sie suchten den Grafensohn sein Pferd war nachts ohne den Reiter in den Schlosshof getrabt da erkannten sie dass ein Unglück geschehen sein musste bald mischte sich das bellen von Hunden in den Hörner klang und da wusste ich dass sie den Toten finden würden denn ein Hund ruht nicht bis er die Spur seines Herrn aufgenommen hat und findet ihn immer ich rauschte im Frühwind und warf mein Tau auf Traule denn mir war als dürften meiner Stimme und erhob sich langsam und lauschte in die feuchte Dämmerung hinaus wie erschrak ich da über ihr Angesicht es war blass wie das des Toten und der Geist einer Trauer ohne Ende brannte wie ein heiliges Feuer in ihren großen Augen die noch keine Tränen gekühlt hatten aber sie war eigen gefasst beinahe still drückte die Augen des Toten zu und küßte ihn zum Abschied auf den Mund dann lauschte sie noch einmal hinaus ob die Menschen kam und wandte sich ab um vor ihnen in den Wald zu flüchten es war ein seltsames Mädchen Traule nach der unser Bach genannt worden ist sie war anders als alle Mädchen die ich kennengelernt habe aber an sie muss ich am meisten denken bald darauf kamen die Reiter und Fußleute mit Hunden und Waffen durch das Dickicht und fanden ihren toten Herren am Bach zuerst vernahm ich die klagende Stimme eines heulenden Hundes dann mischte sich ein gellender Notschrei des Schreckens hinein und bald war der morgendliche stille Wald von Jammer und Zornrufen der Menschen erfüllt als es still geworden war und die Vögel wieder ihre anstimmten machten die Männer aus Ästen die sie aus meiner Krone brachen eine tragbare legten den Leichnam auf die Blätter und trugen ihn davon in einem dunklen Trauerzug in dem sie gebeugt und wein dahinschritten aus der Ferne hörte ich noch einmal die Stimme der Trompete über die Felder hin durch das Tal erkling ihr Goldklang wiegte sich dahin in unbeschreiblicher Traurigkeit ich dachte an den Sturm im Herbst und er zitterte nun hatten sie auf dem Schloss die Kunde vernommen dass der junge Herr hatte sterben müssen ich dachte an Traule das Kind und wusste dass sie wieder an die Städte zurückkehren würde an welcher ihr Freund den Tod erlitten hatte Tag für Tag kam sie um die Stunde der Dämmerung zu mir lehnte sich an meinen Stamm und weinte sie sagte mir alles was ihr herzwund machte denn sie verstand meine Antworten nicht sondern nur mein Willen alles zu heilen den die Natur an uns bewährt und unter dem ich von meiner Jugend an gewachsen war und geblüht hatte meine Blüten waren nun aufgebrochen und die Völker der Bienen brausten in der warmen Sonne um meine Krone Traule lag nachts unter lindern aber ich konnte es nicht obgleich ich fühlte dass das Mädchen nur bei mir sein wollte ihr angesicht war schmal geworden und ihre großen Augen leuchteten zu viel in unirdischen Schein mir war Angst und weh um Traule einmal hörte ich sie leise des Nachts singen Sterne schien und der Bach zog im weißlichen Dämmerlicht dahin kühl in seiner glindenden Eile Traule aber sang nimm mir nicht den Schmerz den lass mich haben gib meinem Herzen mehr deiner himmlischen Gaben immer wieder hält es mich davon ab in der Erzählung von Traules Geschick fortzufahren weil ich euch vom Menschen selbst so vielerlei sagen möchte denn ihr kennt ihn ja noch nicht ihr lieben meine Blumen ich fragte mich oft kann so das Herz des Menschen beschaffen sein dass es seine Schmerzen haben will und nichts sonst dass sie ein Eigentum werden können den Besitz auf Erden an Wert zu vergleichen ist und dass das Gebet eines Menschen zu Gott so lauten kann wie Traules Lied ich weiß es nicht aber ich habe es erfahren und sage euch mögt ihr es lieben und glauben nach eurem Wert wer lange gelebt hat lernt auch den Tod besser kennen als die welche ihn früh erleiden und so ahnt ich seinen Nahen wenn ich Traules Züge sah ich kann sie euch nicht beschreiben es lag um ihre Wangen und Stirn der Glanz der himmlischen Ungeduld von der ich erzählt habe ihr blasses Leuchten ist schöner als alle Tugend es sinkt aus der Höhe und lockt den Gang nieder in das Tal der Welt so kam es dass eines Engel vom Himmel niederstieg und vor Traule hintrat das Mädchen erschrak nicht sondern lächelte ihm auf ihre Art entgegen die ich innig liebte und nie vergesse der Engel sagte zu ihr ich bin vom Himmel gekommen um dir deine Schmerzen zu nehmen du sollst von ihnen erlöst sein denn du hast sie ohne Bitterkeit wie ein heiliges gut getragen da sah Traule den hellen Engel an schüttelte den blassen Kopf mit dem feuchten Haaren die der Tau der Nacht benetzt hatte und indem ein Beben durch ihr gebrechliches Körperchen ging sagte sie zu ihm nimm mir nicht den Schmerz den lass mich haben gib meinem Herzen mehr deiner himmlischen Gaben da erschien es mir als ob der Engel erschrak aber seine Verwunderung war von Freude verklärt Gottes unvergängliche Liebe wiederfand als hätte niemals die Finsternis des Bösen oder die Armut sie geschmälert und er verwandelte die Schmerzen Traules in zwei große Flügel die bis auf den Erdboden niedersanken und ihr Haupt überragten von ihrem Glänzen wurde der Wald umher hell es brach bis hoch empor in die Blätter meiner Krone der Engel und Traule flogen miteinander empor im Hellen unter den letzten Sternen schlaft ihr schon ihr Blumen meine Lieben dies ist Traules Geschichte bewahrt sie eurem Gemüt und Traules Herzensgut sei auch euer Frieden der Maikäfer der Elf flog auf dem grünen Wipfeln der Linde der sich im warmen Wind des schönen Tages sanft schaukelte und seine Augen durchschweiften das weite Land bis an die Jügel hinüber die den Horizont säumten unter ihm sang die Vögel und die Krone der Linde erbrauste von den Völkern der Bienen ein erklingender grüner Lebensdurm in warmer Freiheit er schloss seine Augen von Sommerseligkeit überwunden und breitete ihm wiegen seine Arme aus als ließe die schimmernde Welt sich umarmen was soll ich tun flüsterte er was soll ich tun ach ich bin sicher des Glücks nicht wert das mir geschieht in meiner Seele ist nicht Raum für die Fülle der Wohltaten die mir zufallen ach das lächeln des Elfen möchte ich schildern können es war kaum zu sehen ihr lieben wie sollen die freie Kinderherrlichkeit der Freude und die heimatlose Wehmut irdischen Geschicks in ein armes fortgebracht werden wenn man sein helles Angesicht in diesem Leuchten sah so musste man unbedingt glauben dass Gott es mit seinen Geschöpfen unendlich gut meinte es ging nicht anders als das himmlische Kind nach einer Weile seine Augen aufs Neue aufschlug da war ihm als sei die Erde mit ihren fernen Hügeln in der Runde ein grüner Kelch und der strahlende Himmel eine große blaue Blume dieses Bild von Glanz und Stille verwandelte sein Herz auf wunderbare Art und ihm war zumute als wäre er einst in seiner tiefsten Jugend so hell gebettet und so wohl geborgen gewesen wie nun es ist das Glück das Glück dachte er erzitternd überall schafft es die Heimat und erhob seine Stimme in der strahlenden Erdenblume seines Traums wandte sich an die himmlische Sonne und sang schließ mich wieder ein in deine Freude deine Anmut deine hellen Sinne dass ich mich in deinem Glück bescheide und empfinde dass ich glücklich bin dass ich selig deine Kräfte schaue und das Herzens trauer wie ein Lied deiner Stille deinem Licht vertraue deinem Glanz im fröhlichen Gemüt keine Liebe hat mich überwunden so wie deine es am Morgen tut sieh mich offen und zu dir gefunden und mach meine Seele hell und gut kaum war das Lied jemand dicht neben dem Elfen ausgezeichnet vermoß sie haben eine Stimme die sich hören lassen kann mein Lieber sind sie ein Engel der Elf musste lachen er konnte nicht anders dicht neben ihm saß auf einem Blatt ein Maikäfer und sah ihn mit großen Augen vergnügt an aber als er nun den Elfen lachen hörte klappte er die Fächer seiner braunen Füder zusammen und runzelte die Stirn warum lachen sie fragte er ernst der Elf grüßte ihn freundlich ich war sehr überrascht sagte er deine Frage klang so ganz anders als mein Lied entschuldige nur ich meinte es nicht böse erwarten sie dass ich meine Frage singe statt sie zu sprechen fragte der Käfer aber wahrscheinlich haben sie gelacht weil ich immer noch da bin du bist ja eben erst gekommen nein ich meine überhaupt blühen nicht schon die linden um diese Zeit ist ein anständiger Maikäfer längst in der Erde legt eier oder ruht sich aus je nachdem aber ich habe meinen guten Grund noch zu zögern wollen sie wissen warum ich trotz der Hitze noch da bin oh doch sagte der Elf es ist sicher interessant zu erfahren gewiss also hören man hat mit dort unten auf der Waldwiese gesagt es hielte sich hier in der Gegend ein Blumelf auf und ich möchte ihn kennenlernen erstens kommt unser eins nur alle vier Jahre auf die Erdoberfläche und wie lange ein Elf braucht er wieder kommt ist unbekannt eine solche Gelegenheit lässt man sich nicht entgehen verstehen sie doch doch sagte der Elf und lächelte was versprichst du dir denn von dieser Bekanntschaft das fragt sich noch meint der Maikäfer ich muss erst sehen von dem Elfen wird so viel erzählt dass man kaum recht weiß wo einem der Kopf steht ich bin für gesicherte Anschauung und möchte Klarheit haben das wunderbarste an diesem Geschöpf ist dass sie sich mit aller Kreatur unterhalten können mit Blumen Insekten Vierfüßigen Tieren und sogar mit dem Menschen sie wissen doch dass wir Maikäfer mit den Menschen viel verkehren ich kann es mir denken meinte der Elf nun sie als Engel müssen es sich ja denken können ich bin kein Engel sagte der Elf nun was sollen sie denn sonst sein ich war übrigens anfangs sehr erstaunt als ich sie sah und habe mich lange gewundert sie sind ja geradezu lieblich aber sie machen sich gewöhnt haben sie eine Ahnung man muss den Menschen kennen um zu wissen was möglich ist himmel und wolkenbruch unser eins hat unter umständen etwas auszustehen es ist in der hauptsache eine folge unserer beliebtheit der elf musste wieder lachen was gibt es für gesellen dachte er und sein herz war froh er war freundlich gegen den kiefer und hörte ihn an vielleicht kann ich etwas morgen besonders recht wo doch alles umher in fröhlicher fülle steht ja der mensch seufzte der maikäfer fängt ein aus der luft mit der hand glauben sie das der elf nickte und verbarg sein lachen man kann nachher sehen wie man seine flügel wieder in ordnung bekommt die vier ich habe nämlich vier flügel sie wissen doch nicht wahr sie haben scheint mir nur zwei dafür sind sie aber weiß schöne flügel übrigens und sehr apart in format nun ich sprach vom menschen er ist im grunde gutmütig ich werde nicht dulden dass falsche gerüchte über ihn verbreitet werden es fehlt ihm nur an jeglichem zart gefühl merkwürdig ist bei ihm seine vorliebe für unser volk kommt der mai so verlässt er seine behausung um uns zu finden er schüttelt die bäume und schaut nachher am boden nach ob wir herunter gefallen sind rührend ist sein bemühen später etwas mit uns anzufangen es ist ihm aber noch nie gelungen er lässt uns in seine behausung fliegen und fängt uns wieder ein wozu wohl glauben sie fängt er uns wieder ein bei Gott nur um uns wieder auffliegen zu lassen er hört zu wie wir summen lacht und fängt uns wieder zu weilen lässt er uns auf einen anderen Menschen los seltsam dieser andere Mensch weiß es nicht er steht und spricht arglos von irgendeiner Sache weiß Gott wovon die Menschen haben ja ungemein viel Interessen wir laufen an den Menschen in die Höhe was bleibt uns übrig es wird ihnen bekannt sein dass man von erhöhten Punkten am besten abfliegen kann und das will man doch wozu sollte man auf einem fremden Menschen sitzen bleiben nun kommt eine Stelle aber kaum hat man sie im Klettern berührt da brüllt der Mensch auch schon auf und schlägt um sich einige springen sogar wenn unser eins diese Stelle wüsste mein lieber er würde sie natürlich vermeiden aber woher soll man wissen wo diese Stelle ist der elf lachte hell auf es ging ein solcher frohsinn von seinem lachen aus solche freie heiterkeit dass der Maikäfer mit einstimmen musste nun ja sagte er endlich jetzt lacht man darüber aber in solchen lagen wie ich sie eben geschildert habe ist einem anders zumute man kann erschlagen werden mein lieber was du da von den Menschen erzählst sagte der elf nach einer Weile bezeichnet ihn nicht ich glaube wenn die Menschen fröhlich und sorglos sind so brechen heimlich die Glücksquellen ihrer Jugend in der Brust auf und sie werden wie Kinder die Erfahrungen die du oder dein Gefährte gemacht haben sind nur ein argloses Spiel der Menschen ich danke sagte der Maikäfer ein argloses Spiel bei dem ich unter Umständen ein Flügel einbüßen kann bei dem es möglich ist dass ich platt geschlagen werde wie eine Wanze oder dass mich im schlimmsten Fall mein Leben kostet sehe ich anders als sie wenn du sonst am Menschen so wirst du ihm dies freilich schwer verzeihen meinte der Elf der Mensch soll aus der Luft greifen was er will entgegnete der Maikäfer aber nicht mich der Elf lachte du musst nicht glauben mein lieber dass ich den Menschen ohne Grund in Schutz nehme ich kenne ihn gut und liebe ihn sehr nun ja sie als Engel ich bin kein Engel mein lieber nun was sollen sie denn sonst sein fragen sie übrigens wohin sie kommen und wen sie wollen überall werden sie klagen über den Menschen hören gehen sie zu den Vögeln den Fischen den Waldtieren oder den Ameisen nirgends werden sie das Lob der Menschen vernehmen oft ist mir als ginge es wie ein seufzen durch die ganze Kreatur aber das werden sie wahrscheinlich nicht verstehen ich bin viel nachdenklich als sie recht aber nicht der Mensch ist schuld daran in jenes seufzen das du zu hören glaubst in die Angst und in den Schmerz aller Kreaturen dringt auch seine Klage denn er ist wie ihr alle den irdischen Geschicken unterstellt und hat gegen Bedrängnisse Elend und Tod nicht mehr Mittel als ihr er wacht zum zeitlichen Leben freut sich der himmlischen Sonne Lachen und weinen wiegen und einst kehrt er zurück ins Dunkel der Erde der Mutter wie wir alle aber etwas muss dem Menschen doch von allem anderen Geschöpfen unterscheiden mein lieber wenn denn schon einmal wahr sein sollte dass er nicht schuld an unserem Unglück ist ich will es ihnen glauben dass er sterben muss weiß man ja das ist bekannt und wenn die Hauptsache stimmt dann wird wohl auch das andere richtig wissen soll ich würde ihn gefragt haben was unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen ich will es dir sagen antwortete der elf er sah bewegt in die weite denn er hörte ein leises rauschen in der linde und dachte an traule sie nein nein mein lieber entgegnete der käfer sie als engel sind parteisch es ist doch bekannt dass sie die engel der menschen annehmen dass glaubst du nicht dass solche leute die das beste im sinn haben die wahrheit eher wissen als andere also sind sie doch ein engel rief der mei kiefer triumphierend und der elf lachte ich bin es nicht sagte er aber ich will dir nun verraten wer ich bin ich hätte es schon getan wenn du mir Gelegenheit dazu gelassen hättest ich bin der elf den du suchst nein so was rief der kiefer er schaute den elfen an und seine augen glänzten ach nein sagt er ganz still so ist es mir doch passiert was ich wollte wie schön ist das er besann sich und atmete auf hoffentlich nehmen sie mir die verwechslung nicht übel sagte er schüchtern und nach einer weile des schauens fuhr er fort nun liegt es ja auch anders mit meiner frage wenn sie also so freundlich sein wollen und mir antworten ich will es tun so gut ich kann sagte der elf aber du kannst ruhig du zu mir sagen ich werde es versuchen antwortete der käfer ein paar Bienen kamen in ihre Nähe und grüßten ein elf ein blumen elf riefen sie unten schaukelten sich Schmetterlinge über den Korn und hoch im blauen zog ein großer raubvogel seine stillen kreise nirgends war ein wölkchen zu sehen es war ein unbeschreiblich schöner tag klingen und jubeln fühlte die luft die von goldener wärme flimmerte schöner wird es nicht mehr im jahr sagte er elf es war als schmiege er sein helles angesicht in das glänzen das ihn einhüllte und er faltete die hände der weil der witfel des alten baumes sein zartes reis im blauen ihn wiegte sicher weißt du alles schöne meinte der maikäfer der ganz entzückt war je länger er den elfen betrachtete so sprich mit mir vom menschen es ist wahr ich habe nicht eben gutes von ihm gesagt aber du wirst zugeben er hat auch seine schlimmseiten dieser große mit den aufrechten schultern und dem weißen angesicht wir fürchten ihn verstehst du das nicht nicht alle nehmen ihr geschickt mit so viel humor wie ich der elf schien nicht recht zugehört zu haben mitten aus seinem sinne heraus und erbrach er seinen braunen nachbarn was den menschen unterscheidet von allen anderen wesen der erde hast du mich gefragt darüber lieber ist viel nachgesonnen worden manche haben es bestritten und geglaubt es sei im Grunde wie jedes lebendige geschöpf nur vollkommen nah aber das ist nicht wahr es kann nicht wahr sein in aller ewigkeit nicht was ihn hoch über alle kreaturen stellt ist seine vernunft was ist das fragte der käfer es ist sein freier wille groß und gut zu sein nach seinem maß aber glaubst du denn wirklich elf dass alle Menschen nicht antwortete nach einer Weile der elf sind so genau kenne ich sie noch nicht aber ich glaube dass wenn nur einmal ein mensch es von ganzen herzen und in wahrheit gewesen ist dass das ganze geschlecht der menschen damit entschuldigt wäre ach da sie einer wie du denkst rief der maikäfer so könnte ja nach deiner meinung ein mensch durchaus dass er aus freiem will groß und gut handelt wie du sagst gleich eine ganze reihe anderer menschen von ihren schandtaten freisprechen ja sagte der elf einfach so ist es du kannst ja nicht ahnen du kleines tier welch ein unfassbare fülle von glanz und lebenswärme schon aus einem guten herzen erstrahlen kann seine wirkung ist nicht immer erkennbar wie die erscheinung welche unsere augen treffen oder wie die gegenstände die unsere hände berühren aber sie ist wahr sie lieber das macht die hoheit des menschen aus seine würde und das unterscheidet ihn von allen lebendigen der großen schöpfung dass er den freien willen hat das gute zu tun das macht ihn gott ähnlich ach sagte der maikäfer nun sprichst du von gott ich weiß nichts von gott das ist auch nicht nötig antwortete der elf und lächelte wenn gott nur etwas von dir weiß tut er das fragte das kleine tier erstaunt der elf sah ihn ernst und liebreich an bist du nicht einst glücklich und wohlbestellt zum leben erwacht fragte er fandst du nicht Tag für Tag alles was du zu deiner Erhaltung braucht ist schien nicht die warme Sonne in deine frohen Stunden und heilte die kühle Nacht im Schlaf nicht auch deine Sorgen schau den Schimmer deiner schön starken Flügel an das Geschick deiner Glieder und den gesunden Wohlstand deiner Sinne ist nicht für alles liebevoll gesorgt dessen du bedarfst und du fragst mich ob Gott deiner gedacht hat es war eine Weile still der Käfer schaute sind in die Weite der hellen Welt dann sagte er du machst mein Herz so froh aus den Büschen unten am Bach klang der Gesang eines Waldvogels von den Führen wehte im Linden Windhauch ein zarter Duft herüber es war den Bäumen wohl in der warmen Sonne unermüdlich summten die Bienen in den Linden Blüten sieh nun sagte der Elf so gedenkt Gott allen seiner Geschöpfe auch der verborgensten und kleinsten es ist keines dem er sich nicht zuneigt aber dadurch unterscheidet sich der Mensch von ihnen ein er kann sein Haupt auch zu Gott empor heben ich bin doch wirklich ein glücklicher Kerl antwortete der Maikäfer habe ich mir nicht gleich gesagt du musst mit den Elfen sprechen davon werdet ihr beide etwas haben es ist auch ungemein angenehm für mich dass ich in der Lage bin dir glauben zu schenken zu können ich glaube nämlich alles sofort was mir gefällt die Augen des Elfen verirrten sich im heimatloser Seligkeit im Himmelsblau und mit einem Lächeln das ihn weit mit sich vorzutragen schien sagte er du seltsamer Geselle aber du und alle die deine Art sind seid ohne Sorge es war als habe er niemanden angeredet seine Worte klangen voll Hoffnung und es lag eine Verheißung in ihnen als gäbe es in hellen fern ein reich freier und herrlicher als selbst die Vernunft das sterbende Kind zwischen hohen Ahornbäumen nicht allzu weit von der Waldwiese entfernt lag ein altes Bauernhaus mit niedrigen großen Dach und kleinen Fenstern dort schimmerte um Mitternacht ein roter Lampenschirm aus einer der Fenster und Ugo die Eule die das winzige rote Lichtlein in der Ferne sah machte sich auf und flog über die Felder dorthin das Licht zog sie an und erfüllte sie zugleich mit Ingrim es war nun einmal ihre Meinung dass es in der Nacht dunkel zu sein hätte nur der Schein des Mondes oder der Sterne war ihm lieb Dass aber in den Behausung der Menschen bisweilen diese stille roten Feuer aufklommen die ihr Licht auf die Blätter der Bäume warfen oder weit in das Land hinein wie rötliche Wege die durch die Luft führten machte Ukus Blut vor Erbitterung pochen Aber doch vermochte sie sich nicht abzuwenden und besonders wenn die Nacht weiter und weiter dahin zog und solch ein Lichtlein wollte nicht erlöschen nahm ihre Unruhe und Begierde überhand und sie musste herzufliegen fast gegen ihren Willen um das Licht zu sehen So langte sie auch in dieser Nacht in den Ahornbäumen dicht vor dem erleuchteten Fenster an und schrie laut und so dass alle Tiere die das Nachtsleben erschrocken aufhorchten und mit dunklen Augen in die Nacht lauschten denn der Schrei der Eule in der Finsternis der schlafenden Bäume hat etwas unbeschreiblich Trauriges und zugleich klingt er grimmig und erbost er scheucht die Gedanken der Wesen auf und jagt sie durch die Nacht die traurigsten zuerst und lässt ein verzagtes Sinn in den und versuchte wieder und wieder durch ihre kurzen klagenden Rufe kundzutun dass der Frieden der Nacht und ihre eigene Ruhe durch den roten Schimmer gestört wurde sie sah auch nicht in die Stube des Hauses hinein und wusste nicht was drinnen vor sich ging und weshalb immer noch die Kerze brannte ob gleich mit der Nacht schon vorüber war im Zimmer lag auf seinem Bett ein Kind und starb es war ein kleiner Knabe mit dunklen Haar und einem nicht eben schönen Gesicht seine Haare waren rau und von Fieber feucht und die Züge seines Gesichts bleich wie auch seine Hände die merkwürdig ruhelos über die Decke tasteten als ob sie mit einem unsichtbaren Spielzeug umging der Knabe erfreute sich bei seinen Spielkameraden keiner Beliebtheit weil er sich ihn nicht anpassen konnte und verschlossen und schweigsam war seine Mutter saß am Bett und schaute ihn unverwandt an eine Mutter will nicht wissen ob ihr Kind schön oder unschön ist sie liebt es wie es ihr gegeben worden ist und fragt nur danach ob es froh oder traurig ist ob es ihm wohl ergeht oder ob es leidet nicht aber nach seinem Wert denn alles was eine voller wäre als die Liebe einer Mutter und so bewegte das Gemüt der Frau die am Bett ihres Sohnes saß in dieser Nacht allein die Sorge ob ihr Kind genesen oder es sterben müsste da hörte sie die Eule in den Bäumen vor ihrem Fenster rufen und ein furchtbarer Schreck durchfuhr sie so dass sie am ganzen Körper zitternd aufsprang und ihre Hände auf ihr gequältes Herz presste das ohnehin vor Angst nicht mehr ein noch aus wusste die arme Frau ahnte nicht dass draußen Uku nur das Kerzenlicht anschrie sondern sie glaubte dass die Menschen ihr erzählt hatten dass ein kranker Mensch sterben müsste wenn die Eule nachts vor seinem Fenster riefe das ist eine alte Sage an die viele Menschen glauben sie das bei Kranken des Nachts Licht zu brennen fliegt das die Nachtvögel anlockt aber die Eulen haben nichts mit der Verkündung des Todes zu tun wenn die bedrängte Mutter in ihrer Not gewusst hätte weshalb Uku in den Ahor Bäumen schrie so würde ihre Angst geringer gewesen sein nun aber zitterte sie vor Schmerz und Entsetzen denn sie glaubte die Eule kündete ihr den Tod ihres Kindes an nach einer Weile hatte sich Uku mehr und mehr an den Lichtschein gewöhnt er blendete sie nicht mehr und sie beruhigte sich etwas da die Fenster geöffnet waren erkannte sie nun die Mutter am Bett ihres sterbenden Kindes allein in der Nacht und in dem großen dunklen Haus Uku wurde deutlich dass der Tod dort einzukiehlt sie schwieg betroffen und als es Ärger und Ärger wurde klagte die hilflose Mutter laut auf und schrie zu Gott empor um Barmherzigkeit denn sie hatte nur diesen einen Sohn und sonst auf der Welt nichts da warf sich Uku in ihren lautlosen Flügeln und flog auf die Waldwiese und weckte den Elfen Elf sagte sie es stirbt ein kleiner Mensch kannst du nicht der Mutter helfen der Elf sah betrübt auf und schüttelte den Kopf ich habe keine Macht über den Tod und darf nicht zu den Menschen sprechen sagte er wenn das Kind sterben soll so ist es in Gottes Rat beschlossen Uku schwieg es war ihr wirklich nahe gegangen die Mutter vor Schmerz in lauten Klagen ausbrechen zu sehen sie dachte an die Zeit in der sie selber noch um ihre Jungen in Angst und Liebesnot gewesen war und verstand das Herzleid der Mutter deshalb fragte sie jetzt noch einmal kannst du keine Hilfe bringen elf du hast schon so viel getan dass es uns oft erschienen ist als verbrechtest du Wunder der Liebe hilf dem kleinen Menschen er wirft sich auf seinem Lager hin und her und der Tod wird ihm schwer aber mir war so als stürbe seine Mutter den Tod hundertmal für ihn wenn ich dem Kind mein Leben geben könnte so würde ich es tun aber ich kann es nicht beteuerte der elf so tröste die Mutter rief Ugo du bist gültig und deine Worte sinken oft ins Herz wie ein Lied der Elf sah lange stumm vor sich hin und seine Trauer nahm zu endlich sagte er ernst eine Mutter kann niemand über den Verlust ihres Sohnes trösten Ugo eher ist es möglich eine Welt aus ihren Sünden zu erlösen als eine Mutter aus dem Schmerz um ihren Sohn ein Jüngling kann ein Mädchen vergessen das er geliebt hat eine Schwester kann die Liebe zu ihrem Bruder verraten und selbst ein Freund soll den Verlust seines Freundes verwenden können aber den Schmerz einer Mutter um ihren Sohn heilt niemand so ist es bei den Menschen bestellt so fliege mir zu die Pin über Elf und versuche es ich bitte dich gehst du nicht in der Gestalt eines Engels einher begleitet vom Licht warum sollte es das Herz einer Mutter nicht erleichtern dich zu sehen da du uns doch alle gesegnet hast erlöse sie von ihren Kram bedenke auch dich verlangt danach einmal erlöst zu werden da breitete der Elf seine Flügel aus und flog davon und Uko atmete tief auf und dachte nun wird alles besser werden als der Elf auf dem verlassenen Hof im nächtlichen Land ankam war das Kind gestorben er flog ins Zimmer hinein und ließ sich zu Häupten des Bettes nieder über das die Mutter sich in ihrem Schmerz geworfen hatte sie bedeckte den erkalteten Körper ihres Kindes mit den ihren und presste ihr Angesicht auf das erloschene Augenbad des toten Knaben die stille Nacht nahm ihre Klagen auf in dem kleinen Raum in dem sie wohnte flackerte das Licht der erlöschenden Kerze an den weißen Wänden zu zuweilen hob sie ihr verhemtes Gesicht das von Leid entstellt war und sah mit leeren Augen tief von keinen Tränen gekühlt wurden in die Nacht hinaus nie hatte der Elf so viel Hoffnungslosigkeit und Anklage in den Augen eines irrischen Wesens gesehen ihm kam ein Zittern an und er brach in Schluchzen aus da war es als sein Schluchzen erklang als lauschte die Mutter auf ein krampfhaftes Beben durchschüttelte ihren ganzen Körper und während sie mit starren Augen auf dieses leise Schluchzen lauschte das von weit her zu kommen schien brach es wie mit einer alten Erinnerung aus ihren heißen Augen hervor glitzerte auf wie Nacht und tropfte nieder und eine unfassbar wohltuende Erleichterung löste den brennenden Druck in ihrer Brust ihre Klage und ihr Geschrei verstummten sie sank still in sich zusammen und weinte es war als hätte eine alte Erdengnade Einzug in ihr Gemüt gehalten der elf wunderte sich und sann und sann so hatte Uko recht behalten aber er ahnte nicht welche Wohltat er gebracht hatte ihm war nur als sei durch ein Wunder den Schmerzen der Mutter ein Ausweg geschaffen worden die Bahn zum Himmel zu finden ich kann nicht helfen dachte er traurig denn weil er ein Blumenelf war und kein sterblicher Mensch so wusste er nicht dass er den einzigen Trost gebracht hatte den die Menschen in ihren größten Schmerzen annehmen können der Fuchs eines Tages kamen zwei Wildenten dem Bach herunter geschwommen ein vergnügtes Paar sie ließen sich treiben und machten sich hier und da am Schiff zu schaffen wobei sie so lange gegen den Strom rudern mussten um nicht fortgetrieben zu werden ihr schnattern füllte die warme luft zu allem was sie erlebten oder fanden musste eine Bemerkung gemacht werden das Schilf stand damals schon ziemlich hoch es war recht heimlich an den Ufern das treibende Wasser schimmerte grün und vom Sonnenschein zitterten überall goldene Tellerchen und Lichtstreifen im Lindenschatten der Waldwiese war es über dem Wasser am schönsten das Licht war dort geheimnisvoll gedämpft und die Blätter des Baums spiegelten sich in der Flut sie zitterten und flatterten im Wasser als ob der Wind sie bewegte die Enden machten Halt suchten Grund für ihre breiten Schwimmfüße und blieben dicht am Ufer stehen ich werde hier einen Augenblick verweilen sagte sie zu ihrem Gatten und schüttelte sich ihr Mann sah hinüber nickte ihr zu kam dann auch und stellte sich neben sie darüber fällt es einem mal wieder ein sagte er in bester Laune was wir Enten alles können es gibt kein Tier das so viel kann man darf sie alle nacheinander durchdenken es findet sich keins das zugleich schwimmen und fliegen auf den trockenen gehen und im Wasser sitzen kann denke an die Fische meine Liebe fuhr er fort sie können schwimmen das ist wahr aber nur unten hast du einmal einen Fisch gesehen der schwamm während er den Kopf aus dem Wasser streckte wenn du von Fischen sprichst antwortete die Ente so muss ich immer an die kleinen denken die man essen kann wenn es einem gelingt sie zu fangen aber ihr Mann ließ sich nicht stören du bist so sprunghaft in deinen Gedanken sagte er niemals kannst du bei der Sache bleiben höre jetzt genau zu du sprichst ja auch von verschiedenen Sachen antwortete die Frau hast du nicht vom schwimmen fliegen und vom gehen zugleich gesprochen ich habe von den Eigenschaften der Enten gesprochen meine Liebe und nicht vom Essen für dich haben scheint es mir nur Dinge Bedeutung als wenn sie den ganzen Kopf fortschleudern wollte du hast einen Appetit von dem man überall spricht wo du bekannt geworden bist aber natürlich Liebe nun siehst du was ist also ach Gott sagte Enterich sie waren schon lange zusammen die beiden und lebten eigentlich recht glücklich miteinander das hätte niemand anders sagen können aber ohne Zweifel war der Enterich eine Natur die die Dinge gern beschaulich betrachten er machte sich seine Gedanken über dies und das und sprach sie nachher auch aus damit sie nicht umsonst gedacht worden waren so kam es dass er sich oft mit allerlei beschäftigte was nicht unbedingt zu den praktischen Lebensfragen gehörte seine Frau dagegen hielt sich mehr an das was man wirklich unter die Flügel oder in den Schnabel nehmen konnte das war ihm oft schmerzlich gewiß aber er hatte doch ein verständiges Einsehen dafür dass man mit Gedanken alleine keine Würmer aus dem Ufer Sumpf ziehen konnte und dass einem kein junger Frosch in den Schnabel schwamm weil über diesen Schnabel ein gediegener Gedanke über das Leben entstanden war aber kleine Reibereien gab es natürlich doch denn Leute die oft und gern über das Leben nachdenken halten meistens viel von ihren Gedanken und haben gern wenn man sie anhört und auch etwas davon hält also liebe fuhr er nun fort nun höre mir einmal zu ich habe nicht die Absicht gehabt mit dir über das Essen zu streiten sondern ich wollte dir einmal wieder so recht deutlich ins Bewusstsein bringen was für ein gesegnetes Geschlecht im Grunde wir Enten sind das erhöht die Lebensfreude meine Gute ja aber meinst du denn entgegnete die Ente dass wir Lebensfreunde empfänden wenn wir nicht zu essen hätten Himmel und Wolkenbruch rief der Entenrich jetzt hältst du aber den Mund ach du lieber Gott schluchzte die Ente nun wirst du grob und beschimpfst mich während ich nur das Beste gewollt habe sag wenigstens nicht Mund sondern Schnabel wie es sich für eine anständige Ente gehört wenn du ihn aber hältst so will ich ihn nennen wie er heißt aber begreife endlich das was mir im Sinn liegt schon als ganz kleines Tier war ich so dass ich längere Zeit über alles nachdenken musste was ich sah oder erlebte wenn ich dir schildern könnte wie tief in mir alle Eindrücke gegangen sind das Schilf in der Sonne die Flussfahrt durch den Kiefernwald oder der erste Flug über Land vom Tauchen schweige ich dachte damals in durchsichtigen Wasser kein Tier ist so glücklich wie eine junge Ente den Schnabel im Morast und die Beine gegen die Sonne ach Liebe die Ente betrachtete ihren Garten wie er da stolz und fest im Uferwasser saß und wie die kleinen Bachwellen die herrlichen blauen Streifen seines Flüges bespülten die Beine schimmerten rötlich durch die Flut und der ungemein wohlwollende Ausdruck seines klugen Gesichtes söhnte sie aus sprich nur weiter sagte sie freundlich es schadet ja nichts es schadet nichts wiederholte der Entrich langsam und dann schwieg er aber mitten in seinem Gräub kam ihn in den Sinn dass seine Frau in diesem Frühjahr ihre Junge gegen ein Habicht verteidigt hatte sie das kleine schwache mit einem stumpfen Schnabel der nur zum wühlen im Schlamm und bestenfalls zum Festhalten eines kleinen Fisches oder eines Wurms geeignet war sie war dem Raubvogel mit einem wilden Geschrei entgegen geflogen das er noch niemals von ihr gehört hatte und ihre Flügel peitschten die Luft dass es sauste das Herz des Entrichs schlug als er an diesen Augenblick dachte die Jungen hatten Zeit gehabt ins Schiff zu flüchten und dann plötzlich als alle in Sicherheit waren war seine Frau so rasch im Wasser verschwunden als hätte ein großer Hecht sie hineingerissen später hatte sie rasch ihre Kleinen wieder gefunden und sie waren ihnen erhalten geblieben je acht nun gut sagte er ich werde also weitersprechen aber er kam nicht dazu denn es geschah etwas sehr merkwürdiges über ihnen wurde ein feines klatschen hörbar und eine helle stimme rief fliegt auf fliegt auf nun das taten die beiden Enten sogleich mit lautem geschrei und flügel schlagen so dass das Wasser aufspritzte und das Schilf rauschte in der Natur waren alle befreundeten Tiere einander durch zurufen und da die Enten die Stimme verstanden hatten folgten sie sofort der Warnung sie wussten nicht dass es elf gewesen war der in die Hände geklatscht hatte und noch weniger ahnten sie weshalb er es getan und in welch entsetzlicher Gefahr sie geschwebt hatten denn kaum machten ihre Flügel den ersten wuchtigen Schlag der sie empor riß als durch das Schilf mit einem langen Satz der Fuchs aufsprang und ihn enttäuscht und zornig nachschaute er hatte sie bis auf knapp drei durch das Schilf schleichen als ein Fuchs aber mit dem Elfen hatte er in keiner Weise gerechnet was fällt ihnen ein rief er grimmig empor zu dem Ast auf dem der Elf sich schaukelte und lachtend zu ihm niedersah glauben sie ich agiere zu meinem Vergnügen wie kommen sie dazu sich in meine Angelegenheit zu mischen wie böse er dreinschaute sein kluger Kopf mit der geradezu von Kraft und Hass die herrliche Farbe zeichnete sich klar vom grünen Untergrund des Schilfes ab und die prächtigen hohen Ohren waren weit zurückgelegt was ihm oft passierte wenn er ärgerlich war kommen sie nur runter sie weißes Federvieh ich reiße sie in Stücke daß sie aufliegen wie Pustebein vom Löwenzahn sowas da schwang sich der Elf ins Schilf nieder und setzte sich gerade vor die Nase des Fuchses auf ein Halm dicht vor die blitzenden weißen Zähne die gefährlich aus den schmalen schwarzen Lippen hervorblitzten der Fuchs brallte zurück sie sind mir zu hell sagte er bestürzt sonst nun sie würden etwas erleben der Elf strich sein Haar zurück er hätte nie geglaubt daß der Fuchs ein so schüchternes Tier sein sei nicht mehr böse sagte er ich weiß selbst nicht wie es über mich gekommen ist ich habe im Augenblick nur an die Enten gedacht sie taten mir leid natürlich bist du im recht auch du willst leben allerdings sagte der Fuchs befangen er starrte den Elfen an als sehe er Wunder wer sind sie fragte er und seine runden Augen unter der gerunzelten Stirn drückten im gleichen Maße erstaunt wie Bewunderung aus hell wie der Himmel ein kleiner Mensch und zugleich ein geflügeltes Wesen sind sie er schüttelte den mächtigen Raubtierkopf in dessen rachender Elf in einem Augenblick hätte verschwinden können aber seine Unbefangenheit und seine Schönheit beschwichtigten den Zorn des Fuchses völlig wie Schönheit und Unbefangen in der Welt nun einmal die stärksten Waffen gegen das böse sind ich bin ein Elf denke dir ich saß dort oben im Busch als die Enten kamen und hörte ihnen zu kannst du verstehen dass ich Teilnahme für die Tiere fühle da ich ihnen doch längere Zeit gelauscht hatte es geht einem zuweilen so und ich hätte sie nun nicht unter meinen Augen sterben sehen können der Fuchs hörte kaum zu die Enten waren ihm völlig gleichgültig geworden als ob er nicht Enten fangen konnte so oft er wollte aber ein Elf saß vor ihm ein Blumenelf er hatte bisher auf das bestimmteste geglaubt Elfen kämen nur in alten Geschichten vor in Märchen oder bestenfalls nachts im Mond über den Blumen dann weiß man nie recht was Wirklichkeit oder Traum ist denn in seinem geisterhaften Licht werden alle Dinge geheimnisvoll aber nun saß dort in der hellen Sonne im Grün leibhaftig ein Elf vor ihm es war sicher einer so viel wußte er auch was sollte denn dieses zarte Lichtwesen sonst sein die Geschöpfe des Waldes kannte man doch was ihn aber am meisten in Erstaun setzte war die Tatsache dass der Elf nicht im geringsten ihm misstraute oder ihn fürchtete kannte er denn sein Ruf nicht all die bösen Geschichten die die Waldleute sich über ihn erzählen über seine Tücke seine Schlauheit und seine Raubgier kein Tier der Wälder war gefürchteter und gehaster als er und nun saß dieser kleine Himmelsbote vor ihm als sei er seines gleichen so dachte sich der Fuchs es ist schon besser ich zeige mich gleich so böse wie ich bin als ein schlauer Räuber und mächtiger Waldherr später erfährt der Elf es ja doch und ich erlebe was ich so oft erlebt habe dass er mir weder traut noch glaubt und sich enttäuscht von mir abwendet es ging ihm wie es oft gescholten Leuten bisweilen ergehen kann er hatte die Lust daran verloren anders als böse zu erscheinen und so sagt er denn und knurrte Elf ahnte die Gedanken seines neuen Bekannten nicht ganz hingerissen von Entzücken trat er dicht an ihn heran und strich mit der Hand über das warme weiche Fell das in der Sonne glänzte und so sorgsam gepflegt war dass auch nicht ein Herrchen hervorstand herrlich sagte er ganz herrlich er konnte sich nicht satt sehen an diesen wohlbestellten Körper der schmal und zugleich kräftig war geschmeidig und anmutig die hochstehenden spitzen ohren waren außen von tiefstem schwarz und innen weiß ebenso war seine Brust von reinstem weiß und die schlanken Pfoten an den feinen Gelenken verrieten ihr geschickt so weit zu leisen Tritt wie auch zu wuchtigem Sprung der breite buschige Schwanz war sicher seine schönste Zirne er lag rund im Gras an dem Körper angeschmiegt und leuchtete geradezu in seiner roten Waldfarbe du bist der mächtigste im Wald sagte er leise fast als spräche er zu sich selbst niemand vermag dir zu widerstehen der fuchs war sehr überrascht dass in diese Tatsache nicht wie gewöhnlich zum Vorwurf gemacht wurde es ist wahr sagte er und lächelte ein wenig überlegen aber durchaus nicht böse ich tue was ich will aber dadurch habe ich noch bei niemandem gefallen erricht jeder lebt auf seine weise sagte der elf nachdenklich hast du keine feinde die du fürchtest den menschen antwortete der fuchs sonst möchte ich wissen wer es wagt mir in den weg zu treten gestern sah ich einen bussard erzählte der elf der große raubvogel flog zwischen den baumstämmen dahin lautlos und gewichtig und suchte den boden ab wenn er nun dich fände was würde geschehen der fuchs mir zu nahe käme sagte er und in seinen augen blitzte ein böses licht auf aber im allgemeinen lassen wir einander unser wege der wald ist reich außerdem gibt es taubenschläge enten und hühnerhöfe kaninchenstelle und gänse auf den wiesen er blinzelte den elfen zu aus seinen augenspalten kam ein schräger verschlagener blick aber obgleich der elf wußte dass diese tiere den menschen gehörten und ihm der blick des fuchses bis ins herz erschreckte wuchs seine bewunderung für das mächtige waldtier und ihn erfasste ein heimlicher schauer von klarheit dieser kalten schönen augen gerade wie jetzt eben der fuchs vor ihm stand ein wenig zurückhaltend in der neigung des kopfes und das licht auf den geschmeidigen nacken während er einen zierlichen vorderfuß mit unbeschreiblicher anmut in einen winkel empor gezogen war bot er ein bild das wunder von lebensfülle kraft und schönheit ausstrahlte und der elf musste denken o du herrlicher wald in dein feuchten schatten über den sanften moos oder im goldenen licht unter deinen zweigen in deinem dickicht und hoch über deinen grünen kron schwebt und wandelt und schweift denken die all dieses lebendige wunder der erde wärmte und entzückte die sanften und die rauen die arglosen wie die blutgierigen und sein herz erzitterte aufs neue in überquellen der seligkeit dass er mitten unter allen geschöpfen weilen durfte atmend und schauend ihre art erkennt ihr wesen begreifend und vom dasein entzückt wie sie es erfasste ihn jelings ein fremdartiges heimweh auch eins sterben zu dürfen wie sie nur um ihnen in ihren geschick nahe zu bleiben der fuchs betrachtete den elfen aufmerksam und erstaunt nun ist es so bestellt dass wenn ein herz von einer freude erfüllt ist und ganz selbstvergessen in ihr erglüht so strahlt sie aus den kammern des herzens hervor bis in die züge des gesichts wie durch glas und füllt die augen mit licht es ist viel schwerer eine freude für sich zu behalten als einen schmerz was hat er nur dachte der fuchs ich zeige ihm wie gefährlich ich bin und er wird immer beglückter das wunderte ihn und er beschloss den elfen gerade heraus zu fragen wie er über ihn dächte mein lieber sagt er zögernd weißt du eigentlich nicht wie man im wald über mich denkt warum tötest du tiere der fuchs erschrak er wußte nicht worauf der elf hinaus wollte aber er merkte nun dass er wohl über ihn und seine eigenheit unterrichtet war um zu leben antwortete er tötest du niemals ohne grund nein sagte der fuchs das wäre nicht klug ich nehme was ich für mich und die meinen zum leben brauche anders macht entgegnete der elf deshalb lass es dir keine sorge sein wie andere über dich denken der fuchs schaute seinen kleinen nachbarn groß und ruhig an ich habe niemals anders empfunden sagte er ernst und der ausdruck von verschlagenheit war völlig aus seinem gesicht verschwunden ich wünschte mir nur alle dächten so wie du sie schritten miteinander den bach entlang aufwärts die mittagssonne schien durch die kiefern durch einen feingrauen schleier den sie gold färbte so dass die stämme wie in einem traumland standen es war so kühl und still dass die augen sich nicht bewegen mochten als müsste das friedliche bild des waldes sich so bunt in ihnen spiegeln wie es in der luft entstand die ersten krehen zogen heim man hörte ihre Stimmen über sich in der Höhe einmal kommt die zeit sagte der elf da werden alle geschöpfe so übereinander denken sie wird wiederkommen es gibt eine uralte sage der menschen nach welcher es einmal so gewesen ist davon habe ich gehört sagte der fuchs spöttisch da spielte die ziege mit dem löwen verstecken und die Wölfe fraßen Brombeeren ich danke der elf lachte es wird dich niemand überreden Brombeeren zu essen antwortete er gerade darin wird die eintracht bestehen dass jeder die eigenart des andern versteht ich verstehe die eigenart der hasen sehr gut sagte der fuchs und schielte zu seinem begleiter hinüber wenn nur die hasen auch meine verstehen wollen und sich fressen ließen wäre alles gut wieder musste der elf lachen aber die Freude die aus seinem lachen klang hatte etwas seltsam zuversichtlich ist es schien nicht so als ob die antworten des fuchses ihn in seinem glauben irre machten du bist schlau sagte er und schaute den großen gefährten in die wachen Augen mit dir ist nicht leicht zu streiten du siehst alle Dinge so wie sie dir recht sind und was dir nicht gefällt das nennst du die Fehler der anderen aber ich habe doch recht das letzte ziel des lebendigen ist eine große harmonie eine freude ohne ende willst du darauf warten fragte der fuchs aber er achtete nicht auf die antwort er wandte den kopf blitzschnell zur seite denn es raschelte im gebüsch eine maus sagte er leise und hupt den vorderfuß woher weißt du das fragte der elf ich höre es antwortete der fuchs einfach es schien als wäre er auf seine scharfen sinne nicht einmal besonders stolz lassen wir sie meinte er und ging weiter das muss eine schlechte zeit sein in der 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 fuchs mäuse frisst siehst du sagte sein gefährte leise was soll ich denn sehen der elf antwortete und viel später wird es eine zeit geben welche schlecht nennt wenn nur ein Wesen noch die natur ihre geschöpfe ist ihr nicht schon der mensch gelungen der fuchs blieb stehen du hältst etwas vom menschen elf viel sehr viel am meisten und glaubst du der mensch bedrängt die lebendigen wesen der natur nicht doch antwortete elf er tut es aber es gibt menschen die leiden darunter dass sie es tun das ist schon viel näher dem großen ziel du wirst mich nicht verstehen aber glaube mir die erde ist noch sehr sehr jung wir können nur ahnen wie herrlich ihr letztes kleid sein wird wenn nicht einst alles vollkommen würde so würden wir nicht dieses verlangen danach im herzen haben dass alle kreatur bewegt die einen wissen es die anderen ahnen es nur viele tun nicht einmal das aber alle richten ihre Augen hinauf zum Licht wenn du recht haben solltest entgegnete der fuchs so kann ich mir aber kaum denken dass es später noch füchse und enten gibt raubtiere und arglose geschöpfe die ihre beute werden oder es kommt auf die brombeeren heraus und da tue ich wie gesagt nicht mit ich danke für dein friedensreich in dem ich den ganzen tag darüber froh sein soll dass ich keine jungen hasen fresse der elf lachte wieder in seinem seltsamen lachen und der fuchs dachte ein merkwürdiger elf er lacht über mich und ich fühle mich doch nicht verletzt er weiß es besser als ich und ich achte mich doch hoch er ist überlegen und doch wie ein Kind ein merkwürdiger elf aber er war neugierig geworden und da ein fuchs zu den klügsten tieren gehört die es gibt wird es sich begreifen lassen dass ihm viel daran lag den elf zu verstehen es ist zwar oft verletzt die wahrheit aber man kann die wahrheit auch sagen ohne zu kränken denn die großen wahrheiten verletzen nicht sondern nur die kleinen es gibt viele menschen vor der elf fort die stellen sich den himmel ebenso vor wie du sie denken sich sie müssten in weißen kleidern einhergehen und allerlei gutes tun das ihnen langweilig ist und mit feierlichen gesängen den lieben gott loben der auf einem thron sitzt und sich an ihren schönen stimmen erfreut so ist das friesensreich nicht nachdem wir alle uns sehen wenn das ungemacht des irdischen lebens bedrückt es ist immer mitten unter uns denn wir sind alle auf dem gleichen wege die menschen du und die kleinen gewächse die du im schreiten mit den füßen berührst ich habe vorhin deine gestalt bewundert deine wohlbestellten sinne deinen klaren blick und eben noch dein geschick nur aus einem geräusch ein tier zu erkennen sie dieses herrliche leben in dir wird sich einst zum vollkommenen vollenden was heute so klug geringes erkennt wird einst alles erkennen was heute als frohsinn in deinem warmen blutepocht wird einst als unvergängliche freude emporglühen und indem du lebst in deiner freiheit lebt in dir die treibende kraft zur ewigen harmonie dein wert ist dein himmel er ist unvergänglich und so gehörst auch du dem reich an von welchen mein herz träumt das läßt sich hören sagte der fuchs woher weißt du das der elf safer wird auf ich weiß so wenig sagte er schüchtern ach ich denke doch nicht ich wüßte etwas rechtes ich muß so denken weil ich alles lebendige lieben muß immer und immer spricht in mir meine liebe ihre eine Wahrheit und sie lautet alles wird einst gut sein was heute schön ist dass du das alles gerade zu mir sagst finde ich besonders freundlich meinte der fuchs er sah auf und lauschte entschuldige mich einen augenblick war der siehst du da drüben den bemoosten alten baumstumpf der ort ist mir schon lange verdächtig aber ich komme nicht hinter sein geheimnis gestatte dass ich eben hinüberschaue es liegt ein geruch in der luft der mich erregt wetterling der sich auf einer brombeer blüte niedergelassen hätte erhob sich nicht der elf begleitete den fuchs wie eine wehende weiße blüte glitt er durch den rötlichen abendsonschein er sah wie der fuchs vorsichtig den baumstumpf umschritt der ausdruck seines gesichtes war gespannt und besorgt und plötzlich legte er beide uhren zurück und sein körper nahm eine drohende haltung an es schien nun nicht mehr so als spüre er einer beute nach sondern als erwarte er einen feind er wandte sich nach dem elfen um schien etwas sagen zu wollen zögerte aber und schwieg seine schwarze nase arbeitete ohne unterbrechung als sei sie ein kleines wesen für sich seine augen funkelten klein und böse und er schlich so tief am Boden dahin dass er fast um die hälfte kleiner erschien unter zwei gewaltigen wurzelansätzen war der eingang zu einer höhle sichtbar die durch den ausgehölten stumpf tief in die erde zu führen schien der fuchs prüfte die beiden ausgänge die auf dieser art seitlich und nach oben hin entstanden und schnupperte den Boden ab es war eine deutliche Fährte im Moos erkennbar die ins Dickicht lief nun heuchte der fuchs er hielt den kopf schriech und hob den vorderfuß und dann schien es als nehme eine heiße innere erregtheit ihm plötzlich alle vorsicht er schien den elfen und jedes ding um sich her vergessen zu haben und aus den halb geöffneten rachen dessen zähne hinter den hochgezogenen lippen blitzten kam ein wütendes knurren das ein solchen Hass so viel Kampfesgier und Zorn verriet dass der elf bis ins herz erzitterte es wird einen großen kampf geben dachte er bebend welch ein tier mag dort hausen noch als er in zweifel und sorgen bedachte ob er den fuchs nicht bitten sollte von seinen vorhaben abzustehen erklang aus dem inneren der höhle eine feine eindringliche Stimme von großer Schärfe man hätte fast glauben können dass eine wütende katze faucht und der elf verstand geh weiter ich warne dich oder du hast deinen letzten gang gemacht reiner rief der elf laut komm ich bitte dich aber der fuchs hörte nicht seine augen funkelten als hätte er feuer unter der stirn und sein ganzer körper war in so hoher anspannung als zöge eine mächtige Hand ein Bogen bis zum Erbrechen an trotzdem klang seine stimme ruhig als er antwortete mit solchen worten scheucht man kaninchen du tor du hast vor angst den verstand verloren komm heraus wenn ich dich nicht in dein loch erwürgen soll wie eine maus es blieb still der fuchs stand so dass er beide ausgänge übersehen konnte diesen augen und ohren entging nichts der elf entfand dass kein einspruch mehr nutzen würde hier war ein hass entfesselt der so alt war wie das leben selbst und solchen gewalten der natur gegenüber gibt es kein hindernis sie toben sich aus wie die gewitter oder wie der frühlingsturm und wer nicht die kraft hat sein leben im kampf zu wahren der muss es verlieren gebannt von entsetzen und bewunderung sah er hinüber und ohne dass er noch die kraft besessen hätte auch nur ein wort über seine lippen zu bringen wurde er zeuge des furchtbarsten Kampfes den er jemals in seinem Leben Doch ahnte er dass er unversehens und plötzlich kommen würde aber ein Überfall von solcher Wildheit wie er nun je längs erfolgte hatte er nicht für möglich gehalten es schoss blitzschnell aus dem dunkel der höhle hervor wie ein niedriger schatten und nur an den furchtbaren anprall der beiden körper erkannte er dass dies heranstürmende etwas ein Wesen von Fleisch und Blut war lange Zeit unbeschreiblicher Erbitterung im Bodenlaub wälzte erst als die beiden Tiere sich für eine Weile losrissen wie um Atem für ein erneutes Ring zu schöpfen sah er dass es ein Marder war den der Fuchs aufgestöbert und der ihnen nun angefallen hatte er sah kleiner und schmächtiger als der Fuchs aus aber wie er jetzt dort im Laub hockte an dem Boden gedrückt sprungbereit und den kleinen bösen Kopf in dem die Reihe der entblößten Zähne wie kleine weiße Segen blitzen bot er das Bild eines unbeschreiblichen und einschüchternden Gegners dessen Gewandtheit und Kraft unberechenbar erschien und dessen Raubsinn und Blutgier denen des Fuchses um nichts nachstanden ja von noch größerer Tücke und Bosheit beherrscht sein mochten wohl war der Fuchs größer und sein Gebiss war mächtiger neben diesem geduckten Grimms seines Gegners beinahe etwas harmloses der elf konnte kein Auge von dem Marder wenden er verstand den brennenden Hass der diese beiden Tiere in eine ewige Feindschaft trieb und jeder Versuch zu einer Versöhnung wäre einem kindlichen Vorhaben gleich gekommen einer von euch wird sterben stammelte er zitternd der Fuchs stand unbeweglich als wäre er aus Holz geschnitzt nur seine Rückenhaare hatten sich gesträubt und in seinen Augen funkelte ein Feuer so inbrünstig von Wut entfacht dass es unmöglich schien hineinschauen zu können aber die raubte Blicke des Marders hielt in diesen Augen stand den Sein die wie zwei stille gelbe Edelsteine unter der harten Stirn lagen entging keine noch so kleine Regung des Gegners ja es erschien als errieten sie wie zwei geisterhafte Spiegel jeden Gedanken des Anderen dieser Augenblick der scheinbaren Ruhe war von höchster Spannung es tat einem fast weh in diesem Zustand der Erwartung verharren zu müssen und man fühlte sein Blut in tausend kleinen Hämmern überall arbeiten da wie ein Pfeil der aus dem Hinterhalt abgeschnellt wurde fuhr plötzlich von unten her der Marder aufs Neue zu und diesem türkischen Angriff gegenüber erkannte der Elf zum ersten Mal die Erfahrenheit und Klugheit des Fuchses in ihrem ganzen Umfang statt auf je angreifende Bewegung des Marders einzugehen verharrte er bewegungslos sich dessen bewusst dass er sein Gegner Rachen an Rachen nicht zu fürchten hatte und dass der Marder nur auf eine ungeschickte Wendung gehofft hatte um die Kehle seines Feindes durchbeißen zu können aber ehe der Elf einen neuen Vorgang mit den Augen folgen konnte sah er die beiden Raubtüren sich in einen wild bewegenden Knoll am Boden wälzen es war nichts mehr deutlich zu unterscheiden bald leuchtete das rot des Fuchsfelds auf bald sah er den hellen Brustflecken am dunklen Fell des Marders aufblinken und schon die Waldstille weithin zerriss schrie der Marder schrien beide Tiere diese Laute waren furchtbar anzuhören Schmerzen Wut und Todesangst gelten heraus und eine Lebensgier die alles um sich her vergaß den Wald die Tiere den Himmel und die Erde da nahm der Elf zu seinem Schrecken war dass es der Fuchs war der schrie und zugleich erkannte er dass im Laub und im Flecken dort zurück blieben wo das knoll der ringenden Körper sich vorüber gewälzt hatte war es möglich dass der um so vieles kleinere Marder als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen sollte nun erkannte er auch dass sich der Marder im Hinterfuß des Fuchses verbissen hatte und dass kein Zerren kein Schütteln und Schleifen ihn zu lösen vermochte keine noch so rasche Wendung half dem schwerbehinderten Fuchs immer war der Marder rascher im Entweichen und sein Gebiss war wie eine Zange in das Fleisch des Fuchses geschlagen und nun ließ der Fuchs langsam in seinen Bemühungen nach er ermattete mehr und mehr sein zorniges Schreien verstummte und nach einer kleinen Weile sank er halb zu Boden der Elf hätte ihn verloren gegeben wenn er nicht einen Blick aus den Augen des scheinbar durch seinen Blutverluste so arg geschmächten Tieres aufgefangen hätte einen raschen Blick der aber auch nicht eine Spur von Ermattung oder Sterbensnot verriet sondern eine Wachheit und Klarheit aller Sinne als sei ihm nicht das kleinste Unheil widerfahren aber der Marder ließ sich nicht täuschen ihm schien der Augenblick gekommen seinen verwundeten Feind die Kehle zu durchbeißen er ließ das Wein des Fuchses fahren und fuhr zu der weit vorgestreckte Kopf mit den offenen Rachen sah wie das Gifthaupt einer großen Schlange aus so schlank und geschmeidig erschien es in dieser böse gierigen Hast aber da es sah aus wie ein roter Blitz schnellte der Fuchs herum nun erkannte auch sein Gegner dass er getäuscht worden war und dass der Fuchs alle Kräfte beisammen hatte doch ehe er zur neuen Besinnung kam hatten die furchtbaren Zähne des Fuchses sich tief in seinen Hals gegraben man vernahm nur einen kurzen schrecklichen Laut von röchelnder Todeswut dann wurde es still und langsam hörten die Zuckungen des Körpers auf den der Fuchs unter sich am Boden fest hielt erst als sich keine Regung des entfliehenden Lebens mehr wahrnehmen ließ löste er seine Zähne aus dem Hals des Feindes und sprang in einem weiten Satz von ihm zurück immer noch wie in Sorge dies zähe eigensinnige Räuberleben möchte sich trotz seiner Todeswunden zu einem letzten Biss aufraffen aber es geschah nichts dergleichen der Wald war wieder ruhig geworden und kein Laut erinnerte mehr an das Kampf Geschrei das ihn noch eben weithin durchklungen hatte nur ein paar Krähen kreisten hoch über den Wipfel der alten Bäume unter denen der Marder starb ein kleines rotes Bächlein rieselte aus seinem durchgebissenen Hals ins Moos der Fuchs sah ruhig mit seinen klaren Augen hinüber und leckte sich die Lippen sein breiter roter Schweif peitschte das Laub er sah zufrieden und stolz aus auch nicht ein Schatten von Reue oder Mitleid trübte ihm den bösen Genuss seiner Kraft und seines Sieges seine Wunde beachtete er in diesem Augenblicke nicht du mächtiger Herr im Wald dachte der Elf und sein Herz zitterte du kannst hassen und töten genießen und sterben alles ist dein unvermindertes Recht da erinnerte sich auch der über und lachte nun rief er was sagst du dazu ich habe gewusst dass hier etwas nicht geheuer war und ich suchte den Marder schon seit lang du hältst mich wohl für sehr böse der Elf strich sein Haar zurück und atmete tief auf ich halte dich für stark und klug sagte er und presste die bebenden Hände zusammen denk an mich und vergiss mich in deiner Herz von Erhobenheit und Bang zerteilt der Fuchs sah ihm so lange nach als er ihn zwischen den Stämmen des Lichts der Abendsonne erkennen konnte und dachte er lässt mir was ich bin und was ich habe so möge auch er einmal empfangen was sein Teil ist zu seiner Freiheit das wünsche ich ihm die Elfennacht eines Tages als die Sonne schon rot und feierlich am Abendhimmel stand und die Schleier der Heide mit ihren goldenen Glanz entzückte kam aus dem Walddunkel ein seltsames Tier daher geflogen machte Halt auf der Wiese und fragte nach dem Elfen das war zumindest ein Ereignis denn die Tiere der Waldwiese mussten sich nach dieser Frage sagen dass es ferner und fremde Gegenden gab in welchen man vom Elfen etwas wusste wahrscheinlich ohne dass er sie jemals aufgesucht hatte es kam hinzu dass der geflügelte Bote Bewunderung erregte es war niemals zuvor ein ähnliches Tier auf der Wiese gesehen worden auf den ersten Blick hätte man glauben können es sei eine Libelle denn die Fremde hatte wie die schön glitzernden Tiere durchsichtige Flügel und einen langen schmalen Leib auch waren es vier Flügel an der Zahl und ähnlich geformt wie die der Libelle aber auf jedem von ihnen befand sich ein großer dunkler Fleck von tiefem Blau vom gleichen schimmernden Blau war der schmale Körper und die klugen großen Augen schauten ernst beinahe schwermütig aus dem Gesicht es war als käme dieses seltsame Geschöpf nicht aus den Bereichen der Tagesklarheit sondern als sei es ein wunderbarer Nachtvogel der kühlen Stunden in denen am Himmel der Mond herrscht zwei Schmetterlinge ein Faunauge und ein Schwalbenschwanz entdeckten den fremden Boten zuerst und rasch verbreitete sich die Nachricht unter den Tieren der Waldwiese dass die Botschaft des Ankömmlings den Elfen anging die Bienen machten sich auf den Weg ihn zu suchen denn in der Nähe war er nirgends zu sehen wie ist es denn fragte das Faunauge können sie uns nicht erzählen was sie dem Elfen zu sagen haben wir werden es ihnen schon ausrichten die fremde schüttelte den kopf das geht nicht sagte sie ich muss ihn selber sprechen ich komme von der Elfen Königin das Faunauge erschrak es hatte sich inzwischen eine ganze Reihe der waldwiesen Leute angesammelt und nun wichen sie alle scheu ein wenig zurück man sah deutlich wie diese Nachricht alle überraschte denn wer kannte die Macht der Elfen Königin nicht es war eine Weile toten still man hörte den Bach blätschern und das Lindenrauschen füllte die abendlich durchleuchtete Luft unter den großen dunklen Zweigen die Blumen in der Nähe die schon an ihren Schlummer dachten horchten auf und hoben ihre Köpfchen in die Abendstille wer hatte nicht von der Elfen Königin gehört wollte sie nun den Elfen der ihnen alle lieb geworden war fortrufen und aufs Neue in ihr Reich bann dass er ihrer Gemeinschaft entzogen werden sollte sagen sie uns was geschehen wird bat ein Grashüpfer aber die Fremde schüttelte den Kopf besorgt sah sie sich um werden die Bienen den Elfen finden fragte sie der Schmetterling nickte die Bienen finden alles was sie wollen wissen sie nicht dass die Bienen darin groß sind doch doch lautete die Antwort aber es eilt der Abend wird bald hereinbrechen es ist mitten im Juli sagte eine Ameise geheimnisvoll von den Glühwürmchen weiß ich dass einmal im Jahr zur Sommerzeit bei Vollmond die Elfenkönigin in der Waldtiefe Hof hält es wird schon etwas Wahres an dieser Botschaft sein eine Grasmücke kam herzugeflattert und die geflügelten Tiere stobten auseinander aber die Fremde blieb ruhig sitzen ich reise im Elfenfrieden sagte sie ruhig und die Grasmücke ließ sich neben ihr nieder ohne ihr ein Leid zu tun ja ohne ihr zu nahe zu kommen die Waldelfen sind ein mächtiges Volk selbst die größten Tiere gehorchen ihren Wünschen denn es gibt vielerlei geheimnisvolle Künste und manchen Zaubermann den die Elfenkönigin verhängen kann ach viele Wunder walten im tiefen Wald aber eins der größten werde ich nun erzählen als nach einer Weile der Elf kam von zwei Bienen geführt die ihm voranflogen grüßte die Fremde ihn tief und ehrfürchtig und sie sprachen eine ganze Weile allein miteinander während die anderen Tiere neugierig und erwartungsvoll im Umkreis verharrten der Ausdruck des Elfengesichts wurde nachdenklich und immer trauriger er sah vor sich nieder und sann es schien als ob die Botschaft des blau geflügelten Waldbooten ihn tief ins Herz sank zum Schluss nickte er langsam grüßte die fremde freundlich zum Abschied und sah ihr nach als sie schnur gerade und windschnell mit leisem schwirren davon flog um bald zwischen den Stämmen der Kiefer in der Dämmerung zu verschwinden Lee das Eichhorn das seine Erwartung nicht mehr zurückhalten konnte trat nun zuerst an den Elfen heran fühlst du uns verlassen lieber fragte es rasch und ängstlich da kam auch Ugo auf einen niedrigen Ast herab geflogen und der Elf wandte sich an sie Ugo ich muss in dieser Nacht zur Elfen künigen die Eule machte ein betroffenes Gesicht und sah schräg vor sich nieder man erkannte deutlich dass diese Nachricht sie nicht erfreute und es schien als wüsste sie was sich mit dieser nächtlichen Begegnung verbinden könnte endlich sah sie auf und dem Elfen gerade ins Gesicht der sich neben sie auf den Lieblingsast gesetzt hatte die Elfenkönigin ist großmächtig eine Herrscherin im Wald und über die Heide Ja sie wird mir helfen wollen antwortete der Elf seine Gedanken schienen nicht bei seinen Worten zu sein er legte seine Hand auf die Brust und sah mit großen Augen in die Sonne die jetzt dicht am Rand der Erde stand und wie eine feurige Kugel glühte willst du uns verlassen fragte nun auch Uku ihr war wie allen Tieren umher plötzlich bang ums Herz alle erinnerten sich dass er im Grunde nicht ihres gleichen war sie hatten es längst vergessen so lieb war er ihnen geworden und hatte er nicht immer alles mit ihnen geteilt was sie beschäftigte freute oder bekümmerte nun erschreckte sie der Gedanke dass er fortfliegen möchte zurück in sein Elfenreich und sie zurück lassen da sagte Uku plötzlich so sollen wir denn alleine den Herbst erwarten die Trauer des Welkens und einst unseren Tod ach Elfenkind vergiss uns nicht in deiner hellen Heimat da kam eine seltsame ruhelosigkeit über den Elfen seine Augen schimmerten in einem kühlen fremden Licht er verließ seinen Platz neben Uku und flog zum Bach nieder dort nahm er das glitzernde Wasser in seine Hände hob es auf und sagte ein Elf befiehlt dir gehorsam zu sein Silber im Wasser werde mein und während das Wasser aus seinen zarten Fingern niederran geschah das Wunder dass ein klarer Silberschimmer in seiner Hand zurückblieb und er legte ihn über seine hellen Flügel in diesen Glänzen trat er nun zu den winzigen Wasserperlen die von einer Bachwelle an einem Schilfern zurückgeblieben waren hob seine Hand und sagte zu ihnen ein Elf befiehlt euch gehorsam zu sein reiht euch zur glitzernden Kette ein und wieder geschah was er befahl und als er diesen reinen Schmuck um den Hals legte war seine Pracht überirdisch zu schauen die Verwunderung der Wiesenleute nahm kein Ende aber sie fürchteten sich denn er wurde ihnen immer fremder sie erlebten dass er Wunder über Wunder tat und sich für den Gang zu seiner Gesicht immer trauriger wurde als sie sich umwandte um ihnen einen letzten Gruß zuzuwinken war die Sonne herabgesunken nur ein schmales goldenes halbrund ihrer Scheibe war noch zu sehen da hob der elf zum letzten mal seine Hand wie gebannt durch das feurige Himmelsgold wandte sich an die Sonne im Abend und rief ein elf befiehlt dir gehorsam zu sein gib mir Gold aus deinem Schein aber es blieb nach seinen Worten totenstill umher und nichts geschah lautlos sank fern die Sonne völlig unter den Horizont und nun fernah man umher das leise Seufzen in welchen alle Geschöpfe sich der hereinbrechenden Nacht ergaben ein sanftes Rauschen erhob sich und pflanzte sich fort und in diesen Wehen stand plötzlich das Elfenkind in seinem Silberglanz blasses Gesicht und tropfte ins Moos Oh die Sonne schluchzte es sie hat mein Ruf nicht gefolgt ihr Gold ist nicht für mich keines der Tiere umher wagte sich zu rühren nach den Beweisen seiner Macht nach allen Wundern die eben noch der Elf getan hatte erschütterte alle seine Ohnmacht und sein Schmerz darüber dass die Sonne ihn nicht hörte aber wie erschraken sie als er nun plötzlich den herrlichen Perlenschmuck von seinem Hals nahm und rasch und mit Eifer das schimmernde Bachsilber von den Flügeln streifte allen Schmuck den durch wunderbaren Zauber die Natur ihm gehorsam verliehen und den er sich angetan hatte streifte er ab und nun als er ihnen wie einst nur in seinem schlichten Kleid mit den hellen Flügeln und dem Gold Haar erschien Sonne ein Elfenkind möchte nicht mehr sein als alle sind sie ich gab meine irdischen Zier ab gib mir dein himmlisches Gold dafür kaum waren die Worte im Abendwind verklungen als hoch aus dem Gipfel der Linde ein feines Klingen erscholl das von einem Glänzen begleitet wurde und von Zweig zu Zweig rieselte es golden durch die Blätter nieder und legte sich dem knienden Elfen um Stirn und Schläfen und über sein helles Haar alle erkannten dass es das letzte Gold der Abendsonne aus den Wipfeln der Linde war und das Glück und das Entzücken der Waldwiesen Leute kannte keine Grenzen es brach ein Jubel aus der nicht enden wollte alle Angst und Sorgen wichen aus dem Herzen und aus dem Zügen des Elfens war alle Traurigkeit verschwunden nie war er den Tieren der Waldwieser schöner erschienen das Fremdartige und Seltsame das noch eben allen an den Elfenkind in heimlicher Scheu versetzt hatte hielt sie nun nicht mehr gebannt und alle glaubten es als Uku rief leb wohl auf deinem Weg ins Nachtland der Elfen Königin du wirst nun sicher zu uns zurück kehren als der Elf dahin flog leuchtete eine Weile noch der festliche Abendhimmel durch die Stämme erst in den Tannen wurde es dunkel und bald darauf wenn eine Lichtung kam schimmerten die ersten Sterne im kühlen Blau der Höhe es dauerte nicht lange und der Mond ging auf man sah es am blassen Schimmer hoch in den Kronen der Bäume die Fledermäuse jagten in den Wald Lichtungen und hin und wieder erscholl der Ruf sich nicht zugleich bochte von Furcht und Hoffnung gewiegt es war in der Natur umher ganz mondhell geworden als er am Ort seiner Bestimmung angelangt war am Stamm einer uralten Eiche dicht über dem Boden im Buschwerk kreiste eine Schar von Glühkäfern in seltsamen Ornamenten durch die Luft als zögen sie geheimnisvolle Linien oder Kreise die ganze Umgebung wurde auf diese Art in eine als brennte irgendwo ein verborgenes grünliches Licht der Elf erkannte diese Wahrzeichen er ließ sich bis dicht vor die große Wurzel der Eiche ins Moos nieder und rief die Glühkäfer an sofort löschten alle bis auf ein ihr Licht nun sah man die Silberstreifen vom Mond durch die Zweige fallen erwartungsvoll schien alles auf ein Ereignis zu harren der Glühkäfer kam nahe an den Elften heran aber als er sich vor ihm auf der Baumwurzel niederließ erschrak er heftig was hast du da für ein Licht auf den Haaren und auf deiner Stirn rief er du erschrickst mich lösch dein Licht ich kann es nicht sagte der Elf zeig mir den Weg zur Königin du bist der Waldwiesen Elf der von der Herrscherin erwartet wird der Elf nickte auf ein Wurzel der Eingang zu einer Höhle sichtbar die kleinen Wesen dienten scheu und gehorsam jedem winkt der Elfen der Mond tanzt auf der Wiese ist schon beendet sagte ein Käfer zum Elfen als er neben ihn dahin flog alle erwarten dich im silbernen Saal es darf kein Elfen mit dir sprechen bevor es nicht die Königin getan hat den Elfen ergriff mit heimlicher Macht der alte Zauber seines Heimatreichs alles was er seit der Nacht durchlebt hatte in der er seiner Blume entstiegen war erschien ihm plötzlich wie ein glühender Sonnentraum in Gold und Grün und Wärme verwoben seine Hände zitterten und er rief das Losungswort der Elfen vor dem Tor am Eingang des Ganges mit bebender Stimme die nächtlichen Tore taten sich auf ein Himmel von Licht und Meer von fließendem Silber untertauchte geblendet hielt er inne während sich lautlos das Tor hinter ihm schloss das die dunkle irdische Nacht vom Elfenreich trennte er sah über weite Gärten hin die von Silber und durchschimmerten Grün flammten und so hell waren wie den Augen die Scheibe des Vollmonds erschien wenn sie weit aufgeschlagen mitten hinein sehen es ergriff ihn eine tiefe Rührung die er nichts überwinden vermochte es war die Gewalt der Heimat die Einzug in sein Gemüt hielt sie ist die mächtigste aller Erinnerungen schon viele Wesen sind ihr immer aufs Neue erlegen und haben ihr das Opfer dessen gebracht was die weite Welt sie gelehrt hat ein hoher Gesang schreckte den Elfen aus seiner Traum Befangenheit empor er hob seine Augen und sah vor sich den Thron der Elfen Königin über ihrem blonden Scheitel auf dem ein Kronreif aus Diamanten erglänzte so rein und durch scheint wie das Quellwasser der Waldtiefe wölbte sich ein strahlender Baldachin und zur rechten und linken ihres Throns der aus Silber war standen in weißen Reihen unzählige Scharen von Blumenelfen und alle hatten ihre Augen auf den Ankömmling gerichtet Luft umher erfüllte wie buntes Licht eine kristallene Kugel unwillkürlich ergriff die selige Schönheit des Gesangs den Elfen und indem er sich tief verneigte sang er mit den anderen das alte Elfenlied den Gruß der Königin du Lob des Lichts in mir du leuchten das bin ich in tiefer Demut deiner ziehe ewige Königin als das Lied verklungen war wurde es umher so als wäre der strahlende Lichtraum ein Bild nur ein ganz leises kaum vernehmbares Rauschen ging von den vielen Flügeln aus als zöge ein heimlicher Windzug über eine Winterlandschaft deren Bäume im Raureif glitzerten da erklang die Stimme der Elfenkönigin und ihre Lichtaugen ruhten auf den Zügen des Elfen wie zwei Sterne so bist du mein rufen gefolgt und zu mir gekommen du verlorenes Kind ich will dich nicht fragen ob es ein Unglück oder eine Schuld gewesen ist die dich aus unserem Reich verbannt hat aber du sollst heute wissen dass meine Macht groß genug ist dir deine alte Freiheit wieder zu erwirken und du darfst in unsere Gemeinschaft und in deine alten Elfenrechte zurückkehren wenn du allem absagen willst was dich in der vergänglichen Welt der Menschen Tiere und Pflanzen frohe Bewegung durch die Reihen der Elfen alle schienen beglückt zu sein dass einer der Ehren den der Tag der Erde ihn geraubt hatte wieder in ihr Zauberreich zurückkehren sollte aber die feine Stirn der Königin umwölbte sich plötzlich unter dem Licht ihrer Krone und sie sagte kommst du ungeschmückt zu deiner Königin da merkte der Elf dass der Schein auf seiner Stirn erloschen war seit er das Elfen Lied gesungen hatte und die seltsame Trauer die sein Gemüt bewegte nahm zu ihn ergriff je links ein Heimweh nach dem warmen grünen Erdenreich der Sonne und er begriff zum ersten Mal die Bedeutung des alten Gesetzes des Elfenvolks dass kein Elf die Sonne sehen durfte es schien als ob die Königin seine Gedanken erriete sie sagte ernst und mit feierlicher Stimme dein Geschick hat dich in das Bereich der Sonne verschlagen und du hast erfahren wie gefährlich ihre Macht ist es ist nur ein Wunder zu danken dass du nicht gestorben bist aber fast so schlimm wie der Tod ist die böse Wirkung der Sonne die die Elfen ihr ewiges Licht reich vergessen macht und sie zum vergänglichen Geschick der sterblichen Wesen verzaubert aber meine Macht ist größer hast du gehört dass ich dich erlösen will bevor du aber nun aufs neue in unsere Gemeinschaft aufgenommen wirst sollst du uns erzählen wie es gekommen ist dass du in deiner ersten Erden Nacht am Morgen den Aufgang der Sonne nicht rechtzeitig gewahr geworden bist da hob der Elf seinen Kopf den er in unverstandener Traurigkeit gesenkt hatte solange die Königin sprach und begann seine Geschichte von der Biene zu erzählen die er in der Sommernacht zu den Menschen geführt hatte es war unbeschreiblich still umher während er sprach denn die Elfen wissen nur wenig von den Menschen es kommt nur alle 100 Jahre vor dass ein Elf mit den Menschen in nähere Berührung tritt deshalb sind sie eher begierig etwas zu erfahren vor der Sonne und den Menschen haben alle Elfen eine große Scheu der Elf erzählte zu Beginn nur langsam und schüchtern aber je länger er sprach umso fester und klarer wurde seine Stimme und als er zum Schluss kam erhob sie sich zu einem Jubeln zu das alle mit pochendem Herzen lauschten und nicht begriffen woher die Freude stammte die endlich fragte die Königin erstaunt und besorgt du sagst uns die beiden Menschen seien glücklich gewesen ich will es dir gerne glauben aber wie kommt es dass du darüber die aufgehende Sonne am Himmel nicht gewahr geworden bist das blendende Feuer der gewaltigen Sonne muss doch deine Sinne schon mit Angst erfüllt haben als sie sich am Horizont ankündigte und da wäre es für dich noch Zeit gewesen der Elf erhob seine Arme und seine Augen glänzten wie soll ich es dir beschreiben mächtige Königin sagte er mit zitternder Stimme seit ich die Augen der beiden Menschen gesehen hatte die sich im Glück ihrer Liebe umschlungen hielten war mir ums Herz als sei die ganze Erde hell ich habe geglaubt das Licht käme aus ihren Herzen geströmt wirklich und als ich dann aufschaut und die Morgensonne erblickte war mir in meiner Verwirrung zumute als käme alles Glück von ihrem Licht und ich konnte nicht wie früher glauben dass sie gefährlich und schrecklich sei ich vernahm um mich her die Stimmen der erwachenden Blumen und Tiere und aus aller Mund klang der gleiche frohe Glaube da sprang die Königin auf und schlug vor ihre Stirn die Hände zusammen vor Zorn und Trauer armes verführtes Kind rief sie was hast du gegen das unvergängliche Dasein der Elfen eingetauscht weißt du denn nicht dass alle Wesen die der Sonne vertrauen sterben müssen erschrocken über den Zorn der Königin trat der Elf ein wenig zurück das macht ja nichts antwortete er schüchtern es war wirklich so als sollte in dieser Nacht im Reich der Elfen schien ihre ganze Sorge vergessen zu haben und indem sie sich langsam mit großen Augen vorbeugte sagte sie in höchstem Erstaunen wie ist es wahr du weinst seit wann kann ein Elf weinen ich weiß es nicht antwortete Elf leise ich kann es da raffte die Königin sich erschrocken auf und indem sie ihre ganze Kraft zusammennahm sagte sie viel frei und herrlich war dein Leben vor deiner unseligen Schuld dir was Schönheit und Macht verliehen und du hast im hellen Flügelkleid die irdischen beglücken können nach deiner Wahl Schmerzen und alles Ungemacht der sterblichen Wesen sind dir fremd und fern geblieben und dein Tod war nur ein liebreicher Traum des Vergessens durch den du in unser Reich zurückkehrtest um einst aufs Neue als Blumelf aus einem Rheinkelch zu steigen so hell und einsam wie das Licht aus den Sternen bricht oder wie ein Quell aus den Fels Wänden dein Wort tat Wunder alle Wesen der Schöpfung dienten dir und segneten dich die Erde nahm dich auf um dich aufs Neue zu erlösen weißt du das alles nicht mehr da rief der Elf laut die Erde kann nicht du törig der entgegnete bestürzt die Königin so alt das Geschlecht der Menschen ist so lange sind Herzleide und Klagen von ihnen aufgestiegen so lange haben Erniedrigungen und Schmach ihre Liebe begleitet so lange sind sie den bitteren Tod gestorben der ins ewige Dunkel führt in der Sonne vergessen sie ihr Geschick in derselben Sonne die nun auch dein Gemüt und deine Sinne verführt hat und ergeht es den übrigen Geschöpfen im Licht anders ihr Seufzen steigt wie Nebel von Erdgrund sobald die Sonne am Horizont gesunken ist ach und wie viel Tränen hat auch die Sonne selbst gesehen die sie nicht hat stillen können dies alles weißt du und was du erfahren hast wird dir nur die Wahrheit meiner Worte bestätigen und so frage ich dich nun willst du nun zu uns zurückkehren und in deine alte Freiheit da antwortete ihr der Elf ich kann es nicht mehr und als die Königin sich erhob und sagte so werde ich dir helfen legte der Elf die Hand auf seine Brust und sagte deutlich ich will es nicht mehr und als hätte sein Entschluss ihm Kraft verlieren fuhr er mit leiser Stimme aber ruhig und gefasst fort was du über die Erde die Sonne und ihre Geschöpfe gesagt hast Königin das ist wahr aber du und alle aus deinem Reich ihr kennt nur das Ungemach der Irdischen aber ihr kennt ihr Glück nicht ich kann es dir mit Worten nicht sagen dies Glück das jetzt auch mein Teil geworden ist und von dem ich mich nicht mehr trennen will wohl ist der Tod das dunkle Geschick der Irdischen aber im Licht der Sonne die alles blühen macht blüht auch aus dem Herzen der Sterblichen eine helle Blume der Freude ihr Name ist Liebe der Grund auf dem sie allein gedeihen kann ist das Herz in seiner Freiheit das Herz sagte die Königin mit blassen Lippen es war so still umher dass ihre Frage wie ein Traumruf in ruhiger Nacht erklang es war als wagte niemand zu atmen da fuhr der Elf mit leiser Stimme fort die Vor Ergriffenheit zitterte ich kann das Herz nicht schildern aber sein Reich ist unendlich weit und klar seine Allmacht ist stärker als die Gedanken seine Wärme gnädiger als das Sonnenlicht und tausend und tausend Jahre haben seine Fülle nichts ändern noch trüben alle Schwachheit des vergänglichen Geschlechts der irdischen ist nur eine arme zeitliche Befangenheit gegen seine helle und unzerstörbare Freiheit und immer und immer wieder blüht aus seinem Grund die Liebe empor nur das Herz kann erlösen Königin draußen in der goldenen Gemeinschaft der Sonne blüht es auf was gilt den Gesegneten die es in ihrer Brust bergen noch das zeitliche Ende oder der Tod wie immer wieder die Sonne mächtig wird und die Erneuerung des Frühlings erschafft so wird in den Herzen immer wieder die Liebe aufbrechen das macht die Fremdesten zu Brüdern die einsam zu fröhlichen Gefährten und schließt die Verlassenen in eine unaussprechliche Gemeinschaft der Hoffnung ein das ist es was ich erfahren habe seit ich die Sonne und ihren Bereich kenne aber ich weiß wohl dass ich es nicht erklären und benennen kann es ist eine himmlische Ungeduld in mir voll Seligkeit das Herz pocht und pocht erst seit ich weinen kann höre ich seinen Schlag es klingt warm voll Angst bald ist mir als versenke es in Dunkelheit dann wieder vermag ich sein strahlen nicht zu fassen und ich weiß es wird blühen ich weiß es wenn ich die Knospen auf den Wiesen sehe oder den Vogelsang höre das Lachen der Menschen oder ihre Klage es wird alles alles gut pocht das Herz du sollst noch viel Größeres erfahren der Elf schwieg und wie beschämt von seiner eigenen Kühnheit senkte er sein Haub und ein schüchternes Lächeln kam in seinen Zügen auf ein wehmütiges Lächeln der Zuversicht ach dies lächeln könnte ich es mit meinem Geist erfassen und über eure Herzen ausschütten wie Gott seinem Sonnenschein über die blühende Frühlingserde strömen lässt für den Preis meines Lebens ich täte es wie eine Woge das Erstaun aller durch den Saal da geschah das Wunder dass sich in seinem Haar und um seine Stirn ein sanftes Glühen erhob das obgleich es milde und freundlich war doch stärker erstrahlte als alles Licht des funkelnden Saals die Sonne schrie die Königin laut und sprang in hellenden Sätzen empor die Sonne sie erhob ihre Hände und rief ein gewaltiges Zauberwort unterdessen klang der Saal erbebte und das magische Licht ihrer alten Welt und mit ihr der unterirdische Raum und das Heer der erschrockenen Elfen versanken in grausiger Erdtiefe abgelegener und ferner als die Sinne ermessen können es wehte kühl und traurig aus der Finsternis über den Elfen hin und er vernahm aus der Nacht die ihnen Föhn schraurig über die Eisdecke der Gebirgsseen hinhalt am hereinbrechenden Morgen weckte das Tageslicht der Erde den Elfen er fand sich unterfahren im Moos liegen zwischen den großen Wurzeln des Baums der den Eingang zum Elfenreich hütete er richtete sich mit Taumen auf und sah voll tiefen Erstaunst in das Morgenrot das zwischen den Stämmen leuchtete so war er nun den alten Heimatreich für immer entrückt sein Zauber hatte die Gewalt über ihn verloren und es war ihm nach seinem Willen geschehen nun unter den Sterblichen der Erdoberfläche ein vergänglicher zu sein wie die anderen alle als die Sonne ihr funkelndes Strahlengold über die heitere Landschaft ergoss als die Fernsehen aufblitzen wie silberne Himmelreiche im Morgenrauschen der Wälder verloren als die ersten Stimme der Stirngüte zog ein froher Mut in sein Herz ein mit Singen erhob er seine Flügel und flog durch den Morgenglanz der erfrischten Welt auf die Waldwiese zurück zu den Pflanzen und Tieren den Freunden seines Lebens das Reich langsam wurden nun die Tage kürzer und die ersten Silberfäden der Wanderspinnen hingen in den Büschen oder sie zogen so lautlos durch die klare Luft schwingen wie überall umher das sommerliche Waldglück in freier Gestilltheit träumte aber seit dieser glitzernden Fäden zu sehen waren kam mit ihnen eine heimliche Wehmut auf als sänge eine Frauenstimme in einem verlassenen Haus oder als Sven der entscheidender sich nach einer liebgewonnenen Stütte um die er nicht wiedersehen sollte die Berberitzen Sträucher am Rand der Waldwiese sahen unter der roten Last ihrer kleinen Früchte aus als werden sie über und über mit Korallen behängt die vereinzelten Vogelrufe zogen durch das Wunder ihrer zarten Gestalt wie auch die Luft und die kühlere Sonne die Nächte waren von nie gesehener Klarheit die Gestirne funkelten so deutlich und nah als wünschten sie ihr strahlendes Bild in alle Seelen einzuprägen und die Gedanken der lebendigen Wesen die über dem scheidenden Sommer im Schwermut sanken mussten zu ihnen empor ziehen ob sie wollten oder nicht zu dieser Zeit begann die linde an einem hellen abend eine andere Geschichte von den Menschen und erzählte im Laufe meines langen Lebens dessen Dauer ihr lieben meine Blumen Pflanzen und Tiere in eurem Sinn nicht ermessen könnt habe ich viele Menschen unter meinen Schatten beherbergt ich habe sie von sich und anderen sprechen hören ich kenne viel von ihren Verlangen ihren Schmerzen ihrer Freude Frühling für Frühling im beständigen Wechsel der Jahreszeiten hat sich meine große Erfahrung auf seltsame Art erneuert ich habe das große das irdische umso besser behalten und das geringe hat sich verloren als sei es kein Teil meiner Erinnerung so bis einem alten Geschlecht unter den Menschen ergehen kann zuletzt erben die jüngsten Sprossen zuweil die Herzenserfahrung ihrer Väter als ihr Gut sie werden mit weisen Augen geboren zugleich mit unvergänglicher Jugend und bergen den Seelenreichtum ihrer Ahn im großen Gemüt so habe ich in meinen tausend Jahren oft von der Geschichte eines Mannes vernommen immer wieder erklang sein Name und was ich durch den Wandel der Jahrhunderte von seinem Wesen behalten habe was Frühlinge und Herbste der Schlaf des Winters und das ungestümte Stürme in mir nicht haben auslöschen können das will ich euch heute erzählen da nun der Sommer zur Neige geht und mit ihm manches Leben unter mir entschläft um in dunkler Ruhe seiner Vollendung zu warten es waren an jenen Abend an dem die Linde ihre Geschichte begann fast alle Geschöpfe der Waldwiese versammelt die euch bekannt geworden sind und noch viele mehr auch der Elf saß mit gestützten Kinnen auf einem Moospolster unter einem hohen Fahnenblatt und lauschte seine Augen waren groß und still und suchten die schimmernde Falte des späten Sommertages wer ihn erkannte und liebte hatte in der letzten Zeit eine zunehmende Traurigkeit bei ihm wahrgenommen und stärker als jemals jene himmlische Ungeduld seines Wesens die sich wie ein Licht auf alle übertragen hatte mit denen er in Berührung gekommen war er musste nun oft an seine Begegnung mit der Lerche denken und an ihre Worte als sie ihnen gesagt hatte wenn du einst heim fliegst will ich singen sie sang nun schon lange nicht mehr und einen Sommer Lösung wann sollte ihm jene Liebe endlich begegnen die größer als alle Liebe war die er empfunden oder gegeben hatte und die ihn zu seiner Heimkehr erlöste nach der er sich sehnte wohl hatte er seine Hoffnung nicht verloren aber sie war traurig geworden und oft wenn nun in kühleren Nächten die Sterne auf sein Lager schien hatte er leise gesungen im Dunkeln Trauer du mein irdisch los über deinen bitteren Gaben will ich meine Seele groß will ich sie stark und glänzend haben ihm war als brächte ihm das Lied aufs Neue die Gewissheit seiner Bestimmung als riefe er sie singt herbei aber doch musste er daran denken dass vielleicht seine Erlösung doch in weiter Ferne lag und dass die strahlende Erde auf die er gebannt war doch in all ihrer Schönheit keine Liebe kannte so groß wie er ihrer zu seiner Heimfahrt bedurfte dies kam ihm auch heute in den Sinn als die Linde ihre Geschichte begann denn sie begann feierlich und sehr ernst aber er konnte seine Gedanken nicht nachhängen denn es erhob sich ein sanfter Wind und der alte Baum fuhr fort zu erzählen es ist länger her als auch die ältesten Bäume ermessen können da war einst in einer prächtigen Königstadt des fernen ostens ein großes fest zu welchem die Menschen aus allen Gegenden des Landes herbeigeströmt waren um daran teilnehmen zu können durch das Gewühl der fröhlichen Menschen ging ein Knabe der niemand auffiel der ihn nicht näher betrachtete denn er war einfach bekleidet und schmal von wuchs was ihn vor anderen schüchtern in sich versunken doch zugleich in weite ferne zu schweifen schien wie ein ruhiges wasser in seiner eigenen tiefe ruht und doch zugleich den himmel spiegelt er schritt langsam dahin durch die heiße sonne des schöntags nachdenklich und froh nach Knabenart und es mag gegen seinen Willen geschehen sein dass er sich nach einer Weile vor dem Eingang des mächtigen Tempels befand der ruhig dalag da kein Gottesdienst abgehalten wurde der Knabe schritt die breite Treppe empor und öffnete mit Mühe die schweren Vorhänge die in das dämmrige Licht der feierlichen Halle führten gelassen betrat er das heiligtum heimlich beglückt und ohne Neugier aber mit dem zitternden Herzen seiner Erwartung es war fast leer unter den zwei ärzenden Säulen der Vorhalle und kühler als draußen in der Sonne aus den Nischen blinkte goldner Spuck aus Wandgemälden und gewirkten Teppichen der innere Raum war unermesslich hoch und groß zwischen den Knäufen der Säulen hing ein funkelndes Gitterwerk sieben geflochtene Reife wie Ketten die Wipfel der Säulen öffneten sich wie Lilien aus einer der Nischen im Hintergrund erklang eifriges Reden der Knabe vernahm dunkle gewichtige Männerstimmen und erregte Einwürfe die seltsam widerhalten und durch den Schall im Raum eine geheimnisvolle Wichtigkeit bekamen als er hinzutrat erkannte er am ehrenden Gestühl dicht neben den vergollenen Altar mit den heiligen Broten eine Gruppe von Priestern und Gelehrten die über wichtige Fragen welche Gott und sein Reich anging in heftigen Streit geraten waren Da schritt er hinzu und lauschte bis eine der Aussagen der Streitenden ihm ins Herz sang und er trat in ihren Kreis und fragte nach dem Sinn der vernommenen Worte Die Angeredeten waren sehr erstaunt als unerwartet ein fremder Knabe in ihre Mitte trat und sich in ihre Anliegen mischte Ein alter Mann unter ihm an dem der Knabe mit klarer Stimme und Ernst seine Eindringling mit ausgestreckter Hand aus ihrer Mitte aber noch ehe ein missbilliges Wort über seine Lippen kam begegneten seine Augen denen des Kindes und der Schwieg betroffen denn ihm war als ob ein Leuchten von der Stirn dieses Knaben sang und der Glanz seiner Augen erschien ihm so liebevoll in seiner Klarheit dass er sich besann und gütig antwortete aber wie groß war sein wenig hob und indem er sinnend in die Dämmerung des Tempels schaute sein kindliches Haupt schüttelte glaubst du mir nicht fragte der alte betroffen die anderen hatten sich schweigend und neugierig um die beiden versammelt und es ist ein seltsames Bild gewesen als das Kind in der Gruppe der weißhaarigen Alten stand die einander über die Schulter sahen mit erstaun spöttischen und und ein anderer meinte es sei nicht sitte dass Kinder im Tempel das Wort ergriffen aber da wandte sich der Knabe zu ihn sah ihn an und sagte mit freiem lächeln das ist das Haus meines Vaters seinen Worten folgte ein befangenes Schweigen denn sie waren mit großer Zuversicht und so einfach gesagt als handelte es sich um den irdischen Vater von welchen der Knabe sprach und nicht um den himmlischen aber der ehrwürdige Greis der sich des Kindes zuerst angenommen hatte hob die Hand gegen die anderen die sich zu fragen und zum Widerspruch anschickten winkte ihnen begnügt zu und sagte hat er nicht recht mit seinem Glauben Gott ist unser aller Vater so ist er auch der seine aber nun sage mir Kind warum hast du den Kopf geschüttelt und da geschah das Wunder von welchen lange die Priesterschaft des Landes bewegt wurden und das bis weit in alle Schichten des Volkes drang der Knabe legte seine Hand auf die Blätter des Heiligen Buchs das den Altar schmückte und seine Fragen über den Sinn der ältesten Hoffnung des Volkes und der seligen Verkündigung der Väter entzündete die Herzen der gelehrten Männer zu unbeschreiblicher Wehmut es wäre als Senke unter der Begierde und unter den Anspruch dieses Kindes ein Jahrtausend alter Staub von den vergilbten Blättern und der Sinn ihres Inhalts schien zu leuchten wie die Augen des Knabens der sprach da wich alle Besorgnis und jeder Hochmut der Priester ihrem Verlang den Glanz dieser Geheimnisse zu ergründen das unter ihnen wallte sie fragten dies und jenes was sie im Zweifel und in Not bedrängt hatten aber nicht wie Lehrer und Gelehrte fragen sondern mit bebenden Herzen und tief betroffen über die Antwort des fremden Knaben aber noch ehe sie recht ermessen hatten was ihnen begegnete hörten sie die Stimme einer Frau die herzueilte und laut und glücklich ein nam durch das Gotteshaus rief sie stürzte auf den Knaben zu schloss ihn in ihre Arme und weinte vor Sorge und Glück wir haben dich drei Tage in der ganzen Stadt gesucht mein Kind rief sie mit zittriger Stimme aber ihre Freude war viel größer als ihr Zorn und auch der Vater der Herr zu eilte ergriff die Hand seines Sohnes schwieg vor Erstaun und Ehrfurcht ihn vor dem Heiligen des Tempels im Kreise gehorsam die Priester sahen einander betroffen an diese lächelten befangen ohne ihrer Verwunderung über das Geschehene Herr werden zu können jene sahen den Knaben nach und andere senkten ihre Stirn in Nachdenklichkeit aber allen war als wäre ein Schein unter ihnen zurückgeblieben wie kein Wissen und keine Priesterwürde ihn auszubreiten vermögen sondern nur das Herz das unendliche weite klare da sagte einer von ihnen und hob sein Haupt welch eine Zeit bricht an das uns weise ein unmündiges Kind durch sein Verlang beschämt ich habe kein Wissen und ich bin nicht gelehrt fuhr die Linde nach einer Weile fort ich habe nur die Einwirkung der Natur erkennen gelernt ich sah in mir und um mich her erblühen und vergehen Lust und Schmerz und eine stete Wiederkehr der Freude dies ist meine ganze Weisheit bis auf den heutigen Tag geblieben und ich will keine andere denn in ihr war ich glücklich in ihr sehe ich das Bild des Mannes von welchem ich euch erzähle und allein in ihr vermag ich es euch darzustellen soll soll einfach gekleidet gewesen sein und nicht nach der Sitte der Gelehrten seiner Zeit er trug ein Mantel wie ein Kleid ein raues Haar fiel auf seine Schulter nieder und als er damals unter das Volk trat hatte er weder ein Haus noch irgendwelches Eigentum noch auch nur ein Ort wo er hätte ruhen können er arbeitete nicht und ließ keine Sorgen um sein irdisches Ergehen in sein Herz finden denn sein Glaube war dass der Herr im Himmel sich alle annehme die ihn von Herzen suchen obgleich er allein war und niemanden um Liebe bat auch um keines Menschen Freundschaft war fanden sich Männer die sich ihm anschlossen und die keine Macht der Welt mehr aus seiner Nähe und aus seiner Gefolgschaft verbannen konnte man erzählte dass sie ihn erblickten und die Worte vernommen hatten die er zu den Leuten auf den Gassen sprach und dass sie ihn darauf lieb gewann und sein armes Dasein mit ihm teilten sie ließen ihre Arbeit ihr Haus und ihre Angehörigen ohne Bedenken zurück um immer bei ihm zu sein man sprach bald im Land von diesem seltsamen Mann aber man verstand ihn nur sehr selten denn was er den Menschen über die Diebe sagte war so neu so sonderbar und zugleich so strahlend in seiner Einfalt dass sie meisten erstaunt erzürnt oder geblendet aus seiner Nähe wichen und ihn zu hassen begann denn er störte sie in der falschen Ruhe ihrer herzensarmut er sprach nicht über all jene dinge die sie tag für tag beschäftigen nicht über ihre kleinen oder großen sorgen nicht über die landesverwaltung noch über die sitten und gebräuche sondern er sprach über das reich der seele und über das wesen der liebe eines tages erstieg er einen berg nahe bei einer großen stadt und begann den vielen die ihn begleitet hatten zu sagen was sein herz bewegte er stand hoch und allein im sonnenschein in seinem schlichten kleid achtete nicht darauf wie viele es waren die ihm zuhörten noch ob sie ihn wohlgesinnt oder feindlich betrachteten er vergaß das ungemach das ihnen von menschen geschehen war und sprach als durchschiene ihm das licht in dem er stand und seine worte erklangen und leuchteten von gedanken als ob auch sie aus diesem licht geboren wären unter seinen worten sangen alle vergänglichen werte der erde dahin als seien sie nichts reichtum macht ansehen vor den menschen und allzeitliche güter und an ihrer stelle setzte er zum wert der welt die liebe ihren glanz nannte er das reich und er verhieß es nicht den mächtigen und starken sondern denen die reinen herzen sind denen die barmherzigkeit und gerechtigkeit ersehen sie nannte er das licht der welt als bei seinen worten in dem herzen der menschen die ihnen mit zittern und andacht lauschten die angst um den bestand ihres irdischen daseins sank lenkte er ihre blicke aus dem winkel ihrer täglichen lebenssorgen hinüber in die ruhe der felder in den frieden der natur und sprach von den blumen und vögeln die nicht säen und nicht ernten und die doch empfangen was sie brauchen sorgt nicht vor euer leben rief er laut ihr seid viel mehr als sie trachtet zuerst nach dem reich so wird euch alles andere zufallen der bild und der glanz des reiches wurde unter seinen glühenden Worten zu einer neuen Heimat im Gemüt Sorge Hass Feindschaft und wie vor der aufgehenden Sonne im Tal die Nebel der Nacht versinken ich bin zu euch gekommen um alles zu erfüllen was die Sehnsucht unserer Väter erfleht hat ihr sollt mit mir vollkommen sein wie Gott im Himmel vollkommen ist das Reich von dem er sprach wohnte und regierte im Tempel der Seele der Name Gottes und der Name der Liebe verwoben sich unter seinen Worten zu eine Einheit in unvergänglicher Freiheit in seinem Herzen glühte der Wunsch dass die Menschen sich von den vergänglichen Gütern der Erde abkehren möchten und sich unvergänglichen zuwenden mit heiligem Zorn und brennender Hoheit der Verachtung wandte er sich an die Schar der Landespriester die unter dem Volke standen und ihm zuhörten und er strafte sie um ihrer toten Gesetze Die Ergriffenheit und das Entsetzen der Menge nahm Überhand Er erschien dem Menschen bald als ein himmlischer Gesandter eines ganz neuen Friedens Bald war ihn als müsste ein Gericht des Himmels diesen glühenden Geist der Verheißung und der Prophezeiung davonreißen Aber nun wandte er sein Angesicht zum Himmel empor und sprach mit Gott als seh er ihn von Angesicht Die erschütterten Menschen warfen sich zu Boden ihn war als beschwöre die Inbrunst dieser Stimme Gott von seinem Thron nieder mitten unter sie sie glaubten er würde Gott zum Zeugen seines Rechts aufrufen und die Macht und Gewalt über die Erde für sich erflehen aber er bat nur um Brot darum dass ihre Schuld vergeben sein möchte und dass sie vor Unrecht bewahrt blieben wie in einem unendlichen Jubel des Glücks rief er mit zitternden Lippen zu Gott empor dein ist das Reich der Abhang des Berges erschien wie ein Saatfeld nach dem Werk des Schnitzers der Sonnenschein flimmerte in warmen Licht schwingung und fern über den Gärten sang die Lerche im Himmels blau niemand könnte die Wirkung seiner Rede schildern in Glück Andacht und Entsetzen verließen die Menschen ihn als er sie schloss und nur der Ruhm seines Namens verbreitete sich im Land und weit über die Grenzen hinaus dieser unbekannte Gesandte einer neuen Botschaft die die Liebe zum Wert der Welt erhob zog weiter durch das Land und sprach auf den Märkten und Straßen zu den Menschen er fragte nicht danach ob ein Mensch gut oder schlechte Eigenschaften hatte sondern nach dem Tugenden denn er hatte kein Gefallen an Opfern sondern nur an Barmherzigkeit so nahm er eine Verworfene an sein Herz als er die Trauer ihrer Demut sah aber er verwarf die Opfer eines reichen Mannes dessen Herz sich nicht von allem trennen konnte was er hatte aber wo er Glaube an sein Reich der Liebe fand entschuldigte er alles und wenn er jemandem half so zog ihn an er folgte ihren Schmerzen als wäre er um ihretwillen gekommen er konnte sich kein Elend verschließen einmal kam ein fremder Kriegsherd zu ihm der ihn kaum kannte und nur von ihm gehört hatte und bat ihn er möchte seinen kranken Knecht gesund machen da antwortete er ihm ich werde kommen und es tun aber der Fremde lächelte abwehren und rief ich bin es nicht wert dass du in mein Haus kommst sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden mit einem heißen erschrecken der freude über das vertrauen das in diesen worten lag wandte der angeredete sich seinen Freunden zu er verbarg die Tränen die sich in seinen Augen drängten und sagte unter euch habe ich solchen Glauben nicht gefunden da wandte er sich dem fremden Kriegsherrn aufs Neue zu und sagte ihm als wäre nichts geschehen dass eines Dankes wert sei dass er daheim sein Knecht gesund finden würde und wirklich fand der Herr sein Knecht gesund solche Macht war ihm gegeben niemand begriff woher sie kam aber er lächelte und sagte ihr alle könnt Berge versetzen wenn ihr nur so viel glauben an die Liebe hättet wie ein Senfkorn seine Freunde die ihn begleiteten verstanden ihn nur selten oft fürchteten sie ihn häufiger waren sie um ihn besorgt besonders seit er einmal allein mit einer Geißel in der Hand in das Gotteshaus gegangen war und die Händler vertrieben hatte die dort ihre Tische aufzustellen pflegen empfanden manche ein himmlisches Grauen vor seiner Kühnheit denn er hatte den Leuten ihre Geldschalen mitsamt ihrer Waren zu Boden geworfen so dass ihre Habe durcheinander rollte ihre Wut betrachtete er so wenig als ob eine schmächtige Schar ungezählter Engel ihn unsichtbar begleitete und ihm Macht über alle Macht der Erde verlieh so fürchteten seine Freunde sich oft vor seiner Strenge und der Unerbittlichkeit seiner Forderung und seines Willens zum Guten aber als ihn einmal in ihrer Besorgnis fragten antwortete er ihnen wer meine Worte hört und glaubt nicht den werde ich nicht richten denn ich bin nicht gekommen dass ich die Menschen richte sondern dass ich sie glücklich mache obgleich er viel und zu allen Leuten sprach sagte er doch dass niemandem ein gut der Seele gegeben werden könnte der nicht schon reich an Kraft des Gemüts war so redete er auch von solchen die für das Reich erwählt seien und von solchen die es nicht finden sollten denn er kannte den alten Irrtum der Welt dass jemand Liebe empfangen kann der keine zu geben hat er wusste dass nur diejenigen Liebe empfangen die Liebe haben er wollte nicht dass die Menschen dem Bösen widerstrebten und sagte dass niemand seiner wert sei der nicht alles aufgebe was er hätte aber die hohe Freude seines Gottes Bewusstsein wechselte auf mit tiefer Niedergeschlagenheit denn er war ein Mensch und wie alle Menschen von denen ich euch erzählt habe den irdischen Geschicken unterworfen sagte ich euch nicht als ich euch von Traule erzählte dass Leid und Freude aus der gleichen Quelle entspringen und dass sie gleicherweise hervorströmen wenn die geheimnisvollen Gründe der Brust erschlossen sind so ging dieser einsame Verkünder des Reichs oft allein vor die Stadt auf einen Hügel der mit Olivenbäumen bestanden war und wenn er auf die Wohnung der Menschen niedersah überwältigte ihn sein Gram über ihre Armut und er weinte er ahnte dass nur wenige im Laufe aller Zeiten ihn verstehen und dass ihn töten würden und er wusste dass er sterben musste um den Menschen zu zeigen dass er selbst sein Leben gering achtete gegenüber der unverbrüchlichen Beständigkeit des Reichs als er einmal seine Zweifel die Angst seiner Seele und das Übermaß seines Liebesverlangs nicht mehr ertragen konnte trat er vor einen seiner Freunde hin und mit einem tiefen Seufzer entrang sich seiner Brust die Frage hast du mich lieb sein Freund sagte zu ihm du weißt so viele Dinge du weißt auch dass ich dich lieb habe aber er fragte noch einmal und ein drittes Mal es kam ihn in heißer Sorge die Menschen in den Sinn die wie er um ihrer Liebe willen auf der Erde Schande Erniedrigung und Not erleiden mussten und die Angst zerdrückte sein Herz er bat seinen Freund er möge ihn nicht vergessen und nicht die Hoffnung nicht das Licht die sein Herz bewegt hatten es war als ahnte er wie arg die Menschen einst seine Worte entstellten und dass sie aufs Neue die Freiheit zum Gesetz erniedrigen würden ein anderer seiner Freunde hat nie aufgehört sein Herrn zu lieben er ist an seiner Liebe gestorben wie eine Blume im Glanz der strahlenden Sonne an ihrer Seligkeit sein Geist sank in der Nacht weil seine Seele sich so schrankenlos dem Licht zukehrte dass er das irdische fremd wurde wie die Dunkelheit aber bis in seinen letzten glühenden Traum sah er die Schönheit seines Herrn wie sollte ein irdischer Mund diese Schönheit schildern um das Licht seiner Worte sind seither auf der Erde mehr Kämpfe gefochten worden als um jeden anderen Namen Kriege sind um ihn geführt wie niemals vorher nie hat die Erde mehr Blut als um seinet Willen getrunken die Schar der Märtyrer ist ohne Zahl ja es ist als habe seit jen Tag die Welt ihr Angesicht verändert und sich der Hoffnung auf ein ganz neues Ziel zugekehrt denn glaubt mir dem Reich das dieser Mensch im Geist sah und im großen Herzen trug dem Reich der Liebe ist jede Lauheit und jede Halbheit fremd seine Welten glühen wie von heiligen Feuern und sein Friede ist Kraft in ihm ist der Schrecken der Welt das Böse überwunden und mit ihm der Tod den der große Prophet dieses Reiches gierig beachtete wie ein Kind die Nacht der der Morgen folgt und da sollte der Tod nicht furchtbarer als je sein vergängliches irdisches Recht geübt haben der Verkünder des Lebens aber ging in seiner Zeit einher wie ein Kind im Gemüt wenn auch an Geist ein Mann und von mächtigem Willen immer ist mir zum Mut als sehe ich ein einziges Glühen von Freude und Trauer und unaussprechlicher Hoheit eines edlen Menschentums wenn ich seiner gedenke nie werde ich vergessen was eines Tages geschah als ihm der Tod begegnete einer seiner Freunde die er geliebt und in dessen Haus er oft verweilt hatte war gestorben und als er kam um ihn zu sehen ruhte der Tote schon seit Tagen in seinem Grabe seine Freunde sahen wie er sein Gesicht vor Schmerz war bag aber wie erschraken sie als er plötzlich sein Haupt erhob und sie einen so gewaltigen Zorn in seinen Zügen erblickte dass sie entsetzt vor ihm zurückwichen er er tot bleich vor dem Grabe seines Freundes seine Fäuste waren geballt und unter seiner bleichen Stirn brannten seine Augen zum Himmel empor gerichtet als sähe er Gott von Angesicht er brach eine furchtbare Drohung aus seinem Mund er schüttelte die Fäuste gegen die finstere Erde die der Gewalt des Todes gehorchend seinen Freund verschlungen hatte es war als beschwöre er die Allmacht der Liebe und sein Liebeswille wuchs an ihm wie ein strahlendes Ungewitter es herrschte Totenstille um ihn her nie hat der Glaube an die Ewigkeit des Lebens irdisch ein gewaltigeres Feuer in der Seele eines Menschen erfacht mit zitternden Händen und vor Furcht wie geblendet gehorchten seine Freunde als er ihnen da trat er dicht vor die Gruft erhob seine Stimme und rief laut den Namen des Toten die Menschen schrien auf vor Entsetzen und warfen sich zur Erde unten aber im Schattengrunde der Gruft begannen die weißen Tücher sich zu regen in die der Verstorbene eingehüllt war er befreite sich langsam der Stimme gehorchend die ihn rief und stieg aus seinem Grabe hervor die geblendeten Augen die das irdische Licht wieder sahen mit der bleichen Hand schützend und mit einem stillen erstaunten Lächeln in seinen elenden Zügen von denen die Schatten des Todes langsam wichen als er die Augen seines Befreiers sah und ihn erkannte dies wird das größte Wunder genannt das die Erde gesehen hat und wenn der Mann der es vollbrachte es vor dem Menschen tat so geschah es aus Zorn gegen den Tod den sie fürchteten und in der glühenden Allmacht seiner Gewissheit dass die Liebe mächtiger als er ist in ihrem Reich ist diese Tat kein Wunder unsere Augen sehen es täglich und glaubt mir ihr Lieben meine Blumen die Stunde in der eure Kelche sich der Sonne geöffnet haben ist an wunderbarem Reichtum nicht geringer als noch heute erweckt die Kraft des Reichs Tote auf und sie wird es immer tun niemals hat ein Mensch in heißerer Zuversicht an die Kraft des Reiches geglaubt es ist dasselbe Reich in dessen Abglanz wir Bäume unsere Blätterkron entfalten ein Tier die Luft zu seinem Leben einatmet die Sternbilder im All erstrahlen und indem ein Jüngling das Mädchen in seine Arme schließt dass er lieb gewonnen hat das Reich ist nicht fern in fremden Himmeln sondern mitten unter uns dass es zu uns kommen möchte in nun unserer aller Gebet geworden und mit dieser Bitte erflehen wir den warm blühenden Frühling herbei den Frieden unserer Städte den Weg unserer Seele zum Licht und die stete Wiederkehr der Freude wir sind alle auf den gleichen Weg immer ist es eine reine Freude in welcher das Reich zu uns kommt einst fand ein Kind in meinem Schatten am Ufer des Baches einen bunten Stein es hob ihn auf und lachte ich fing einen Schein aus seinen Augen auf da verstand ich das Reich da verstand ich dass jener Mann von dem ich erzählt habe eins gesagt hat ihr könnt das Reich nicht finden wenn ihr nicht wie Kinder werdet mir ist als habe für die Menschen nichts anderes wert auf der Erde als dass sie das Reich in ihren Herzen finden ihr Leib wird älter aber ihre Seele jünger wenn sie auf dem Weg der Liebe gefunden hat für den Körper naht langsam der unvermeidliche Tod aber für die Seele der Frühling für den Leib wird eins das Leben aber für die Seele der Tod aufhören es ist unserer Erde aber den Freunden dieses großen und guten Menschen erschien es nun mehr und mehr als habe er nicht getan und nicht erreicht was er versprochen hatte und wozu er bestimmt war sie hofften er würde nun endlich das Reich aufrichten von welchen er so oft sprach und bisweilen sahen sie ihn in ihrer Vorstellung als König über die Welt herrschen in nie gesehenem irdischen Glanz dann wieder wuchs ihre Furcht vor seiner Wirkung und sie begriffen nicht dass er keinen Nutzen aus ihr zog es befiel sie Angst um ihr Leben als sie sahen wie der Hass der Landespriester gegen ihn mehr und mehr anwuchs sie verstanden nicht dass er keinen Wunsch hatte als den dass die Menschen sich von den vergänglichen Gütern den unvergänglichen zuwenden möchten und dass es keinen anderen Weg dazu gibt als den der Liebe und dass allein der Wille zum Guten das Herz frei macht er begriff traurigen Herzens ihre Hoffnung und ihre Zweifel und einmal sagte er zu ihnen und seine Augen leuchteten vor Zorn das Reich ist in seiner Wirkung einem Stein vergleichbar den die Bauleute fortgeworfen haben und der am Wege liegen geblieben ist hütet euch er wird alle zerschmettern auf die er stürzt und wer über ihn fällt wird zerschellt werden da nahm ihre Verwirrung überhand er aber um dessen Willen sie sich sorgen ging nun oft allein vor die Stadt in den Garten der an einem Bach lag er sah blass und elend aus und von seiner Stirn leuchtete der Abglanz seiner Einsamkeit wie sie noch keines Menschen Seele geschmeckt hat er sah kein Ende in dem Kleinmut und in der Torheit die ihm umgaben aber sein Herz drängte ihn unaufhörlich zu immer höheren Opfern und zur Vollendung seines zeitlichen Lebens das er nicht liebte die Finsternis seiner Seele nahm überhand ihm verlangte inbrünstig nach der Gemeinschaft derer die ihn liebten und so bat er seine Freunde einst sie mögen ihn nicht allein lassen und ihn in den Garten begleiten so gingen sie mit ihm aber die himmlische Ungeduld seiner Seele nahm überhand er fühlte dass der Tod seines Leibes das letzte Pfand war das ergeben musste aber er fürchtete sich vor der Finsternis des Sterbens wie alle Lebendigen ach seid mir nicht gram bat er seine Freunde in dieser Nacht werde ich euch alle bitter enttäuschen bleibt hier wacht schlaft nun nicht ein er ging ein paar Schritte fort von ihnen in die Dunkelheit hinein nur die Sterne sahen durch das Laub der Oliven und der kühle Nachtwind flüsterte in den Zweigen es war als könnten sie nicht schlafen über seinem Leid kaum war er von den Freunden getrennt da fiel er auf sein Angesicht nieder und flehte zu Gott empor er möge ihm dieses letzte schwerste ersparen den Tod in Verachtung und Schmach und unter dem Spott der Menschen muss es sein mein Vater dass ich sterbe damit die Kraft des Reiches offenbar werde rief er laut zu Gott empor er rang seine Hände und auf seine Stirn traten Blutstropfen oh es ist oft so als wollte Gott wissen wie weit ein Mensch ihm gleicht er sendet den besten Menschen die schwersten Prüfungen glaubt mir ihr Blumen meine lieben Pflanzen und Tiere dass niemals ein Wesen der Erde einen schwereren Kampf gekämpft hat oh bedenkt welche Macht ihm gegeben war und den Wert seines großen Herzens das bis zuletzt verkannt sein musste um einst zu der Klarheit erhoben zu werden in der wir heute allende Gewissheit der Freude loben er fand seine Freunde schlafend als er seinen schwersten Kampf durchlitt der Schmerz seiner Einsamkeit überwältigte ihn aufs Neue und er lag lange im Dunkeln unter den Bäumen auf der Erde allein da wurde die irdische Finsternis plötzlich vom Himmel her erhellt war es ein Sternbild das langsam funkelnd gegen ihn niederbrach der ganze Hain erstrahlte ein Engel stieg aus der Höhe nieder der himmlische Gesandte hob das Haupt des verzweifelten Menschen barmherzig empor strich die feuchten Haare aus der Stirn und setzte ein Kelch mit Wein an seine Lippen da da löste sich die Träne in den Augen die niemals ein böser Wille getrübt hatte und eine jubelnde Gewissheit erhob seine Seele zu ihrem letzten großen Entschluss dies ist die Stunde gewesen in der das Reich in seiner freisten Herrlichkeit in der Brust eines Menschen erstrahlte es gibt nun kein Herz mehr zu dem sich nicht auch heute dieser Engel findet wenn sein Ring um Licht in Zweifeln Überhand nimmt kurze Zeit darauf kamen Krieger und Knechte durch die Nacht die von den Landespriestern geschickt worden waren um ihn zu ergreifen und in Gefangenschaft zu sitzen als seine Freunde sein Angesicht im Schein der Fackeln sahen leuchtete ihnen ein unnennbarer Frieden entgegen und sie erkannten dass es sein Wille war dies Schicksal zu erleiden sie flohen alle und derjenige unter ihnen der ihm noch in dieser Nacht versprochen hatte ihn niemals zu verlassen antwortete als wenn ihn am Morgen fragte ich kenne diesen Menschen nicht der Gefangene sollte später seinen Richtern wenig geantwortet haben er wußte dass sie ihn nicht verstehen würden und er verteidigte sich nicht er gab zu gesagt zu haben was man ihm vorwarf als aber sein Richter wollte dass er ihnen seine Wahrheit erklären sollte antwortete er ihnen dass ihre Welt nichts mit seinem Reich zu schaffen habe und dass niemand die Wahrheit verstünde der nicht aus ihr geboren sei so verurteilten sie ihm zu einen qualvollen Tod denn sie hassten ihn weil seine Lehre das Licht der Liebe für das dunkle Wort und für den Zwang ihrer Kirche eingesetzt hatte sie sagten er habe Gott gelästert weil er Gott nicht in toten Gesetzen und Formeln suchte sondern alleine in der unvergänglichen Freiheit eines reichen Gemüts man erzählt dass er den Tod erlitten hat wie alle lebendigen in der Leiden und mit Angst vor seiner Finsternis und mit Qualen seines Leibes er schrie laut zu Gott empor er möge ihn nicht verlassen und bat seine Peiniger um Wasser so ist er allen dahinsinkenden nahe geblieben bis an ihre letzten Stunde vor seinem Tode sah er einen anderen Menschen neben sich sterben der auch gerichtet wurde und in dem verlöschenden Geist dieses Arm sank ein Lichtstrahl von der Stirn des Leidenden den er auf den Markt und vor dem Volke hatte Versprechen hören und auf dessen Befehl tote sich aus ihrem Grabe erhoben hatten und der nun unter den Augen seiner Feinde die Bitterkeit des Todes schmeckte da traf ein Schein der Wahrheit sein brechendes Herz dass dieser Mann freiwillig litt und starb und nicht aus Schuld gegen die Menschen wie er selbst und er bat ihn Gedenke meiner in deinem Reich der Angeredete wandte sich zu ihm als sei diese Bitte des verdammten Gottes Antwort auf die Qualen seines eigenen Leibes und seiner Seele und er antwortete ihm du sollst noch heute mit mir die Herrlichkeit des Reichs sehen und über diese letzte Verheißung seiner Liebe wurde ihre Kraft aufs Neue zu einer lichten Gewissheit seiner Brust und sein Herz das unendliche weite klare brach mit dem Seufzer es ist vollbracht als die linde ihre Geschichte beendet hatte der matte schon in der himmelsweite des ostens der morgen herauf es war still auf der waldwiese man glaubte die atemzüge der lauschenden zu vernehmen viele von ihnen waren in der kühlen mundnacht eingeschlafen aber es war als wachten alle Herzen der Inhalt der Geschichte breitete sich über den lebendigen wie eine schimmernde Segnung aus die der vollen Erkenntnis nicht zu bedürfen schien sondern die wie das Bewusstsein einer geschehenen Wohltat ein Gefühl des Glücks zurück ließ die Stille machte alle Dinge merkwürdiger der grauen Uko am Stamm in ihrer Höhlung war zum Mute als müsste ein Wunder geschehen sie dachte an ihr Alter und das Baumrauschen war ihr nie so heimatlich zum Herzen gedrungen nie so beständig in seinen milden Wohllaut und das Leben erschien ihr gut und freundlich welch ein Wunder ist es um die Menschen dachte sie sie sah hinab auf dem Pflanzenteppich am Boden auf die reglosen Formen der Zweige in der Dämmerung ich lebe nun wohl nicht mehr lange sagte sie aber wie schön und groß ist es mir im irdischen Licht erschienen die Zeit wird weitergehen auch ohne mich das Reich wird kommen und sein Ende wird unvergängliche Freude sein da klang es jelings jubelnd draußen über den Feldern auf ein silbernes läuten und zugleich ein jauchzendes schlagen lieblich trillernd und so zart und voll klaren Wohllauts dass man seine Augen schließen musste um die Seligkeit an diesem Lied in Herzen zu bewältigen unten rief eine Stimme in höchstem Erstaun die Lerche singt wie dachte Uku es ist spät im Sommer und die Lerche singt betört von der Freude an den hellen Gesang in der Morgendämmerung aber tief erstaunt sah sie sich verwirrt um es begann sich rings zu regen die Bewegung war groß umher und in ratlosem Glück sahen die Geschöpfe einander an aber da plötzlich überwältigte die alte Uku eine Erinnerung sie wollte etwas sagen brachte aber kein Wort hervor sondern lehnte sich wie in einem Taumel von Liebesangst und Freunde an dem Stamm und aus ihren Augen brachen Tränen Tränen eine nach der anderen und tropften nieder endlich rief sie mit einem Schluchzen in der Stimme elf Elfenkind keine Antwort scholl es war nach ihrem Ruf so still dass das Lerchenlied die Welt klar und einsam füllte wie über ihn der Morgenstern am Fernament der im verklärten Blau schwebte da stieg in allen Herzen eine holde erschrockene Ahnung kaum sah sich einer von allen nach dem Platz des Elfen um sie wussten er war fort und frei und sie lauschten mit zitterndem Gemüt dem lichten Wunder des späten Liedes in dem die Lerchen dem Elfen das Versprechen ihres Danks und ihrer Liebe hielt wenn du einst heim fliegst will ich singen eine Schwalbe hielt auf ihrer Reise zum Süden noch einmal kurz Rast auf der Linde und ihre helle Stimme voll Wanderlust erweckte in den Herzen der Waldwiesen Leute zitternde Ahnung von Fernglück und nahm Abschied viele von euch Vögeln bleibt zurück und ihr übrigen Geschöpf für alle lebt wohl rief die Schwalbe Ich eile nun mit dem unsichtbaren Wind zugleich über tiefe Abgründe dahin über glühende Berge und über das schimmernde Meer Ich liebe den Wind der mich trägt Von ihm weiß ich dass die Freiheit den höchsten Wipfel der Erde zuerst berührt wie er Komme mit wer kann und will Wer bleiben muss leide nicht oder schlafe wohl in der kühlen Ruhe Ich will euch mein Heimweh nach der Ferne in euren Träumen zurücklassen Ich komme auf meine Reise zu einer Insel im Süden im Meer wo wilde Blumen auf den Felsen Höhen im Wind miteinander spielen Der Harzgeruch der alten Bäume in den Meertälern füllt die Landschaft wie mit der Mahnung der Unsterblichkeit und in der Einsamkeit mildert die Weite alles nahe Die Sternbilder leuchten in den südlichen Nächten rufend glänzend An den standhaften Felsen braust das Meer Tag und Nacht Oft erscheint mir die Erde dort als sei sie der Menschen müde Ihr Angesicht ist abgehärmt ihr Kleid karg aber unter der Sonne erheitern sich die Lebensfalten der alten Berge zu einem klugen Lachen Sie halten goldene Trauben gegen das blaue Meer Das Baumlaub vergeht zu keiner Jahreszeit Die Bäume grün bis sie sterben Die Fröhlichkeit der Menschen in diesen Ländern ist unbedacht Die Sonne verwandelt ihren Ernst in den Schlaf ihre Trauer in Wehmut und der unbemerkt herannahende Tod scheint allen ohne Bitterkeit Ja das Sterben ist leichter dort denn die kleinen Gedanken und unnützen Hoffnung halten der Sonne dem Meer nicht stand Es zieht mich mit tausenden Mächten in die milde blaue Ruhe des Südens Lebt wohl ich komme wieder Die Schwalbe flog mit einem hellen Triller auf warf sich in den Wind den sie zu empfangen schien und der sie trug zugleich hingegeben und kraftvoll seinem Wesen verwandt geborgen und hoch Ach wer so fliegen könnte meinte ein Rotschwänzchen und es war sicher nicht der einzige Vogel der Wiese der das gleiche Verlangen im Sinn trug wie die Schwalbe ihre Worte ließen eine erwartungsvolle Unruhe in den Sinnen der Waldvögel zurück lichteten die Bäume sich schon wir werden auf den Storch warten meine Liebe er wird uns tragen und mitnehmen sagte die Grasmücke und schüttelte ihre Federn ein wenig auf so dass sie viel dicker und ganz zerzaust aussah es wurde auch wirklich schon recht kühl besonders an diesen sonnenlosen Tagen wie sie nun oft in unfassbarer Stille mit einem leichten Nebelkleid in der Frühe dahin zogen dann wieder wurde in der Sonne die Luft so klar dass man die Stimmen der Landsleute auf den Feldern weithin vernahm als höbe die Reinheit die Entfernung auf und nachts kamen die Sterne der Erde näher die zarten Kelche der Herbstzeitlosen erschienen im Gras und am Busch rein als habe ein verspäteter Frühlingsengel sie über Nacht verstreut ihre blassen Farben waren voller Wehmut und sie blühten nicht lange um die wärmenden Mittagsstunden kamen wohl zuweilen noch Käfer und Bienen geflogen ihr vereinzelte Summen klang deutlich und sorgenvoll aber es rief sie niemand mehr von Tag zu Tag wurde es stiller die Mäuse schlossen das Eichhorn sammelte eifrig für den Winter denn wenn spät noch ein schöner Sonnentag kam so konnte es auch in der kalten Zeit einen Spaziergang durch die Föhrenkron nicht entbehren und es wusste dass solch eine Ausfahrt in die frische ganz ungewöhnlichen Appetit mit sich brachte alle kleineren Tiere suchten eins nach dem anderen die warme Erde in Schlupfwinkeln und Höhlen auf Verstecke in Baumlöcher oder tief unter welchem Laub es wurde langsam leer und immer stiller die Sträucher empfingen am Waldrand den Wind am Abend und sie begrüßten ihn mit ihrem Lied du gehst wie das Licht wie der Blick über schwindelnde Abgründe hin du unser lebendiges Glück unsere Stimmen seliger Sinn unsere Träume sind unsere Speise wenn du auf den schwingen die Nacht unsichtbar himmlisch leise die Dunkelheit zu uns gebracht aus der klaren Freiheit des Herbstes tauchte farbig umgrenzt die Wirklichkeit des Sterbens auf und den Sinnen der Scheidenden wurde weh und wohl mit ihrem Leidens Schmuck sank ihre Erinnerung an das kleine vergängliche ihres Daseins an ihnen nieder sie gaben der Erde zurück was sie von ihr empfangen hatten und der himmlische Wind drang ungehindert in ihre Seelen als die Vögel fort und die letzten Blumen welk waren kamen die Nebel die gelben Blätter der Linde lösten sich und sanken mit dem Tropfen durch die kühle graue Luft nieder auf die Ruhestitten der Pflanzen Beeren und Gräser nach Tagen sahen Sonne und Wind ein buntes freies Bild war es einst anders fragten sich mit ist nicht nun alles gut wir blühten und trugen Frucht so sind unsere Tage vergangen es klang wie Wahrsagung durch den Sinn ihrer letzten Worte wir taten was die Natur wollte nun nimmt sie sich unserer an in ihr kehren wir heim und wieder zugleich und eine nach der anderen sank zur Erde nieder der Mutter sie spürten unter dem feuchten Teppich des Lindenlaubs den kalten verdienten einander im Sterben mit ihrem Vergänglichen wie sie zu Lebseiten einander dienstbar und hilfreich gewesen waren sie ahnten noch die kalte weiße Decke die der Himmel eines nachts über ihnen ausbreitete es war wie ein schlummender Glaube dass eine reine Einfall der beste Teil aller Wesen sein sollte und ihre Einigung und nun liebt wohl von Herzen ihr die ihr mir gelauscht habt und gedenkt meiner habe ich euch kleine Dinge groß gezeigt und große einfach so glaubt mir dass alles was wir erleben uns nicht größer erscheinen kann als unser Herz groß ist und alle Dinge die uns begegnen sind so viel wert als unsere Liebe zu ihnen uns Glück bedeutet glaubt mir denn ich weiß es zuversichtlich wir müssen alle das lächeln wieder lernen das unseren kurzen Lebenstagen und ihrem vergänglichen Werk und Schmerz gilt denn wir erfahren in unserer Lebzeit von der Erde und ihrem und unserem Wesen so wenig dass wir nicht glauben dürfen unser irdischer Aufenthalt sei der Sinn unseres Daseins wir sind alle aus der Freude geboren und kehren zu ihr zurück her und sie haben das ist di ho